geht los leute es geht los fsk 18 was hast du heute vor das ist fsk 17 aber ist egal ich glaube bei twitch geht nur 18 so leute bitte liest euch das durch trigger warnung dem medium wurde ich habe es gelesen ich nicht und wisst ihr was ich habe bin vorbereitet ich bin vorbereitet ich weiß jetzt wo mein gamepad ist ich hoffe der games sound stimmt nein neues spiel weiter hat nur jerome vorhin geguckt ob das spiel funktioniert weil wir wurden ja neulich wurden wir überrascht da war sah alles gut aus da waren wir im spiel und dann ist alles verreckt deswegen leute ich habe das spiel noch nie gespielt das ist alles hier jerome hat sich das vorhin kurz angeguckt also menü geht schon mal leute kaja ist ja gut ich habe es nur für xbox ne ich spiele auf dem pc leute ich hoffe der sound passt ich hoffe sound passt was denn das jerome wir haben das doch vorhin getestet das ist der game pass auf der xbox oh ich muss oder kontroller vibriert ich habe mich gerade erschrocken scare counter auf 1 nochmal vibriert steck mir das ding jetzt in die hose fängt ja gut an das haben wir im trailer gesehen oder jetzt kommt ein dude mit der kanone und er schießt dich spiel ende das war's leute es war das kurz ist der adventure ever es geht doch weiter hört ihr das auch oder habe ich ein tinnitus wo ihr seid irgendwie mods geschaltet wasch dich mal mädchen bevor du einen tee machst willst du nicht mal ganz kurz in die dusche hoppen wir können auch zusammen das war's leute es immer so real die blöde auf meine cheek die kvelle blöde die schweizung auf meine skin ich habe es geschafft zu überzeugen mir selbst es wirklich passiert es war die memory ein Teil von mir ich konnte nie vollständig verstehen das war das war nicht die einzige Teil Oh, ich hab schon Gußbams, Leute. Ich hoffe, das Spiel hält, was es verspricht. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life, the day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie, simple, just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. So, Leute, herzlich willkommen. Brauchen wir eine YouTube-Intro? Hallo, herzlich willkommen. Wie heißt denn das Spiel nochmal? Nein, ich weiß, es war ein Witz. Hallo YouTube, herzlich willkommen zu The Medium. Nein, das ist kein Steak-Simulator, das ist... Was ist das? Action-Adventure? Nein. Ethan Hawke, Nathan Drake, wie heißt das Ganze nochmal? Oh, guck mal hier. Komm, Leute, wir können... Sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Man könnte sagen, es ist ein Adventure mit vielleicht absolut so ab und zu gruseligen Elementen. Kann sein, also im Trailer war es teilweise gruselig. Ich würde sagen, der Schrank ist gruselig. Guckt euch das mal an. Naja, gut, sie ist bei ihrem Vater, ne? Er ist ja ein bisschen älteres Semester. Was haben wir hier? Das ist doch X, oder? Die ganze Zeit auf X. Nein, das war... Fuck. Ich bin die Playstation, das ist ein... Okay. Das wird mir heute ein paar Mal passieren. Das tut mir wirklich leid, aber... Ich werde dann nicht auf X drücken, sondern auf... Ah. So, Leute, hier ist bestimmt schon ein Clou. Heute haben wir den Freitag, den 19. Nee. Ach, 99 spielt das Spiel. Gut. Warte, da war ich noch jung, Leute. 99, das war zwei Jahre von meinem Durchbruch. Wir sind ja heute in 21, zwei Jahren nach meinem Nachbruch. Nee, ganz im Endeffekt, ich habe keine Ahnung, was so ein Tag heute ist. Aber es ist wahrscheinlich Freitag, der 5. November. Weil da steht... Eingang. 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 Oh, ich weiß nicht, was da steht. Keine Ahnung, wie viel der heute ist. Ah, da steht es doch, lesen, du Schmock. Sorry. Da steht es. Ah, hier, guck mal hier. Ultraschall-Operationen, Begräbnis... Was? Ultraschall-Begräbnis? Wie passt das denn zusammen? Ich dachte, Ultraschall hat was mit der Geburt. Ach so, gibt es auch einen Ultraschall? Okay. Weiß ich nicht. Hiopsie. Anthromorphologie. Paket an Marianne schicken. Marianne ist übrigens ein geiler Name. Marianne? Nochmal Ultraschall. Neurochirurgen. Also Marianne ist schwanger, oder was? Ich finde es immer so geil, dass sie steht Begräbnis und dann Ultraschall. Ich dachte, das gehörte zusammen, dass man die Leiche nochmal ultraschalliert oder so. Wie ist denn das Verb von Ultraschall? Für die Mediziner unter euch. Was sagt man? Ultraschall-Operationen. Ultraschaller. Ultraschallieren, oder? Entschuldigung, aber wir müssen sie ultraschallieren. Ultraschallen. Okay, gut, Leute. Ich sehe, der Chat ist genauso clever und klug wie ich. Okay, hier geht es nicht lang. Sonografieren. Oh, Dankeschön. Sonografieren. Und weil du es mit drei Ausrufezeichen geschrieben hast, wird das wohl stimmen. Also, ich denke mal, Marianne... Shit. Oh, ich habe den ersten Jumpscare habe ich schon weggelabert. Tut mir leid. Scheint nicht weiterzugehen, oder? Ich versuche es nochmal ein bisschen. Ich frage mich, ob die Spielfigur irgendwann denkt... Alter, fuck. Wieso habe ich so einen bescheuerten Gamer erwischt? Oder wollen wir erst mal gucken, was die Katze macht, oder? Wo sind wir hier? In Layers of Fear? Die Katze ist da rein. Oh, bedrohliche Musik. Jacks Room. Wahrscheinlich die Katzen Teufel. Es ist wie, er hat nie... Dammit. Lauf an der Stelle mal rückwärts. Ihr notgeilen Säcke. Lauf an der Stelle mal. Ich bin mehr der Arschtyp. So, Leute. Wir fangen an mit ein paar Clues. Ich glaube, Vater war ziemlich... Jack war Teil des Solidarität-Movementes. Solidarno. Er hat ein paar Monate in einem Internation-Camp, aber auch das könnte nicht dampen in seinem Spirit. Komm schon, Jack. Wo hast du es gesagt? Okay. Let's do this the other way. Du sitzt immer noch vor den Untertiteln. Ja, aber ich muss jetzt unten sitzen, Leute, vor Greenscreen. Das wird doch total komisch aussehen, wenn ich links oben plötzlich schwebe, oder? Soll ich mich kleiner machen? Warte mal kurz, Leute. Scheiße. Das ist echt in OBS immer zum Kotzen, dass man das falsch erwischt. 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 Ich glaube, da hat jemand das letzte Video nicht gesehen, oder? Ich glaube, das war Outlast. Guck dir doch nochmal Outlast, das letzte Video an. Wenn man mich kritisiert, dass... Was die Positionierung betrifft. Drück und halte LB, um Einblick zu aktivieren. Oh! Ist wie bei Batman. Ah, guck mal hier. Ist ja gut. Subs haben übrigens die ganze Zeit das beste Bild. Kappa, no front. Weird Flex Bro, und so weiter und so fort. Ich kriege einfach dieses Kackbild. Jetzt kriege ich es. Hier, da. Besser. Was meint ihr? So? Ist gut so? So. Ich glaube, das passt, oder? Ab in die Ecke mit dir. Ey, ohne Scheiß. Das habe ich das letzte Mal in der 9. Klasse gehört. Das war die Französischlehrerin. Ja, ja, detois. Detois. Firm' ta gueule. Hat sie mir wirklich gesagt. Halt die Fresse, hat sie gesagt. Firm' ta gueule. Alright. Was ist denn das? Ah, Jacks Krawattenklammer. Ja, das ist wichtig. Warum, weiß ich nicht. Alright, wir haben hier Gegenstände, wir haben Notizen. Notizen haben wir noch gar nichts aufgeschrieben. Ich schreibe volle Sau. Kevin in die Ecke. Kevin in die Ecke. Also wir haben, das habt ihr wahrscheinlich verpasst. Wir haben hier so eine Art, wie sagt man, Badblick oder so, ne? Ich bin ja auch ein Medium, Leute. Ich kann was. Ich hab nicht nur einen Knackarsch. Kann ich die Katze streicheln? Time to say goodbye. Kann ich die Katze streicheln? Oh, moin. Wir haben doch hier was auf dem Schreibtisch. Was haben wir hier? Nochmal hier ein bisschen. Das hab ich, wisst ihr noch, das hab ich bei Detroit Become Human, hab ich das ständig vergessen. Und ihr habt euch total aufgeregt. Und ihr schreibt das jetzt immer noch in die Kommentare auf YouTube. Mann, was vergesst. Als ob ich das noch nachträglich ändern könnte. Kaya! Mach doch mal diesen Blick an, da! Ich so, ja. Medium oder meh wie dumm. Der war gar nicht mal so gut. Ich glaub, hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Ja. Schöne Stimme übrigens, ganz wichtig in Spielen, weil ich werd die Stimme von der Tante ja die nächsten 50 Stunden hören. Insofern. Hier ist nichts versteckt. Muss es jetzt in jedem Bild machen. Schade, dass ich mit der, äh, hier, äh, mit der Katze nichts machen kann. Kannst du nicht streicheln, nicht füttern, nicht dünsten. Nee, nix. Gut, dann gehen wir. Hallöchen. Das ist mein früheres Kinderzimmer? Nein. Doch. Ich bin gut. Ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme. Ich hab vorhin noch im Stream, am Anfang haben wir gleich gesagt, wie wichtig es ist. Eine schöne Stimme. Und ich muss sagen, ich biete mich, wer ist der Publisher? Ich hoffe nicht, Red Barrel. Ich, äh, lieber Publisher von Dingens Kirchens. Wie heißt das Spiel? The Medium. Ich biete mich an als deutsche Synchronstimme. Krieg das hin. Ich kann mich ein bisschen weiblicher machen. Pass auf. Oh, mein altes Kinderzimmer. Es ist noch so wie damals, als ich's verlassen hatte. Als ich mir meinen Vater rausgeschmissen hatte, als ich acht Jahre alt war, dieses alte... Ich spreche die Katze genau. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Das sind die Blair Witch Leute. Wirklich. Jerome, find mal raus, wer das hier und so, ne? Wo muss ich mich bewerben? Weil das ist ja noch nicht eingedeutscht. Ich würde es wahnsinnig gern eindeutschen. Okay, ich mag die Hauptdarstellerin hier im Spiel. Ich mag die Person, die ich spiele. Kümmern sich um Waisenkinder. Ich hab ganz vergessen, aber ich glaub, da ist nichts. Hier, ne, ist nichts, ne? Wie nennen wir diesen Blick? Habt ihr eine Idee, Leute? Wie nennen wir diesen Batman-Blick? Ich sag immer Batman, weil ich glaub, das erste Mal im Spiel hab ich das bei Batman Arkham Asylum gesehen. Diesen Detektiv-Blick. Silber-Blick. Nehmen wir. Jack war nicht zu amusend, aber er hat sein Bestes für mich gemacht. Ich fühle mich irgendwie schlecht, dass er alles überprüft hat. Wir nehmen Silber-Blick. Okay, ähm, wieder als Figur lesen oder was? Sehr geehrter Herr Orkan, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es kurz zu fassen, zusammen, kurz oder zusammen, ist egal, ist beides. Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzestorbenen Großmutter. Wir verstehen das, Marianne ist aber ihren Mitschüler zu trösten. Aber er ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten gelinde gesagt unangenehm ist. Aha, ich quasi schon als Kind habe meine medialen Fähigkeiten gehabt. Leute, seid ihr schon mal zu einem Medium gegangen? Glaubt ihr an Medien? Es kommt irgendwie komisch rüber, die Frage, oder? Medien? Ja gut, die gibt es ja, da muss man nicht dran glauben. An Mediums? Medii? Medici? Da dies nicht die erste Verhaltenspro... Das erste Ver... Entschuldigung, ich bin kein Deutsch. Über das, wie Sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig persönlich und so weiter für die Zukunft. Also, ich hatte schon ein Problem in der Schule, weil ich da meine medialen Fähigkeiten eingesetzt habe. Alles Fake-Medien. Ich glaube nur an Social-Medien. Als Kind, ich zeige das zu Leuten, um sie auszuprobieren. Ich würde immer etwas sagen, wie... Pretty sick, hm? Das war so ein Dreck. Boah, mit drei Jahren hatte ich Verbrennung, zweiten Grades. Alright. Inhalationsverletzung. Leute, das passiert, wenn man sich einen schlechten Bon bastelt. Lego- und Stabilisierung, erste Wundabdeckung. Drei Jahren schon Drogen genommen, oder? So, also ich würde sagen, ich war schon ein Troubled Child, ja? Also, mein Silberblick sagt mir hier nichts. Aber für die Atmosphäre ist es doch gut, in jedes Zimmer zu gehen, oder? Hier ist Mr. Cat. Aus diesem Zimmer kam ich. Stimmt, und ihr wolltet nochmal den Puppes nehmen. Was haben wir hier? Ist das ein Horror-Game? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber es... In dem Trailer waren ein paar gruselige Sachen drin. Also es kann sein, dass... Ich weiß nicht, ob Jumpscares kommen, aber... So, ich kann ja jetzt was reinlegen. Die Krawattenklammer. Okay, das Game lässt mich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte die Krawattenklammer einfach hier zu Mr. Kittens. Mr. Buttons. Wie nennen wir die Karten? Mr. Buttons. Aber nein. Du bist also quasi geschützt vor dummen Kombinationen. Das heißt, ich habe eine Chance in diesem Spiel. Also mein Silberblick sagt mir nix. Was haben wir hier? Oh, kann ich jetzt die Katze füttern? Wie... Das Ding ist aber schon geöffnet. Wie lange ist das überhaupt schon geöffnet? Ich meine, mein Vater ist ja... Wie lange schon tot? Komm, ich mache es trotzdem rein, oder? Ich meine, die Katzen entscheiden ja selber, was sie da futtern. Komm her. Hier geht's. Was ist dein Gesicht? Glad to see you're still kicking around. Nein, gut zu sein. Ulriges Kätzchen. Ich habe... Oh, ich habe... Leute, ich habe bei der Xbox... Ey, geil. Kann ich mir was kaufen davon? So, jetzt wirst du gedünchtig. Ganz kurz. Ich weiß, ihr sagt, Kaya, das ist Bullshit. Du tust wieder so, als ob du Pro-Gamer wärst. Aber in manchen Spielen ist es tatsächlich so, dass du ein Objekt oder irgendein Typ bewegen musst und es gibt dann was frei. Weißt du? Er saß hier und... Okay. Sorry, Leute. Weird Flags. Stupid Flags. Das ist manchmal so. Und dann geht die Katze weg und du siehst da einen Schlüssel. Den du vorher nicht... Leute, ich habe so viele Adventures in meinem Leben gespielt, dass... Ja. Beim Katzenfutter konntest du noch was machen? Nee. Lass uns die Katze spoten. Ich nenne sie Mr. Buttons. Das symbolische Begräbnis des Bergwerks hier. Die Bergleiter aus dem Bergwerk. Okay, das wird nochmal interessant. Wie bei Until Dawn. Da waren ja auch Bergwerksleute. Das hat alles eine Rolle gespielt. Sie kamen heute wie üblich zur Arbeit, aber statt Taschenlamm und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Katzen. Kerzen! Ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandieren die Mitglieder des Bergwerkskomitees von Sierca. Sorry, Leute, ich kann kein Polnisch. Sierca. Sierca. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula. Die Bergleiter haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sierca ausgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren die Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tihi, indem sie vor dem Eingang einen symbolischen Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinsicht verlegt. Das ist wieder ein Spiel mit viel Leserei. Die neue Mission der NATO für Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg heute. Also wie gesagt, das Spiel ist ja 1999, ne? Heute hielt der US-Präsident Bill Clinton, Monika Lewinsky, sein Zuzug. Nein, eine wichtige außenpolitische Rede zum Gedanken. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nicht so wichtig für uns. Ich glaube, es geht ums Bergwerk. So, mein Silberblick hat noch nichts verraten. Scheiß auf Lesen. Ja, ein bisschen müssen wir schon lesen. Ihr wisst doch, bei Resident Evil 7 zum Beispiel. Hier habt ihr sie mal wieder in Nahansicht, diese schöne ungewaschene Frau, oder? Ne, jetzt ist sie gewaschen. Das war ja vorhin ein anderes Intro, eine andere Katze. Die Katze ist übrigens weg. Sie übergibt sich wahrscheinlich auf dem Sofa. Oh Gott, jetzt muss ich das machen. Illuminate Fotos for 5 seconds. Dip in Multigrade for 3 seconds. Dip in Stop und Dip... Oh, ich hab das noch nie in Real Life gemacht, Leute. Ich kann doch nicht mal Polaroids schießen, so doof war ich. Okay, Illuminate Foto for 5 seconds. Dip in 3 seconds. Stop und Fixer. Okay. Ich denke mal, das hier ist Multigrade, das ist Stop und das ist Fixer, ja? Und welches Foto? Ist da überhaupt eins? Ich glaube, das brauche ich gar nicht. Doch, hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird jetzt... Hier sind die Fotos. Okay, hier muss ich illuminaten. Kann das sein? 5, 3, 3, 3. Und dann ist das Foto fertig. Na toll. Was ist das hier? Ich muss es anschalten. Was ist das hier? Ah, da kommt das Foto drauf. Okay. Erstmal anschalten. Foto. Ja, so ein Zufall aber auch. Okay. Komm, mach... Ah, nee, ich muss es zuerst... Ah, sorry. Ich muss es jetzt... So. Fünf Sekunden, ne? Eins, zwei, drei. Ach, das klickt selber. Habt ihr gehört? Das hat selber geklickt. Okay. Ich hoffe, das klickt jetzt auch nochmal. Hat nicht selber geklickt. Ich hab aufs Klicken gewartet. Was für ein Arschspiel, oder? Eins, zwei, drei. Alright, es wird langsam was. Wahrscheinlich ein Selbstporträt von meinem Vater. Ein einfaches verdammtes Selfie. Und ich brauch... Mann, ich brauch fast... Fünfzig Sekunden für ein Selfie. Eins, zwei, drei. Sorry, ich bin ein bisschen gefühllos gewesen gerade. Letzte Foto von ihrem Vater. Und ich bin am Ragen, warum das nicht schneller geht. Kai, du bist so ein unsympathischer Gamer. Du bist einfach... So, komm, ich bin jetzt in Übung. Kann ich noch ein Foto? Will ich noch ein Foto machen? Erstmal Silberblick. Kein Foto. Am Ende ein Strichmännchen. Was macht Hitman da? Ihr Vater ist Hitman. Und kommt eigentlich der dritte Teil, Leute. Ich hab die ersten beiden gesuchtet. Kappa. Ich hab noch nie Hitman gespielt. Ich kann einfach nur Avatare mit Frisuren und so spielen, Leute. Ich kann das nicht. Das ist, wenn du eine Glatze in real life hast, das letzte, was du machen willst, ist ein Dude mit einer Glatze zu spielen. Ich glaub, es hackt. So. Ist schon draußen Teil 3. Achso, ist schon draußen. Du, dieser Silberblick, der hat nur einmal was gebracht, ne? 1984, gutes Buch. 1984. Man kann's rotieren. Komm, Leute. Nur rotieren. Was ist denn mit dem Silberblick? Da sagt mir nix. 1984. Ihr wisst, was das ist, ne? Das war ein Hit von den Eurythmics. Und dann kam das Buch. Was ist denn Eurythmics, Kaya? Ich kenne nur Boomer. Boomer, cringe, cringe. Boomer, Boomer. Ne, es ist... Boomer. Wie lässt man sich eigentlich eine Glatze wachsen? Weiß ich mal, hab ich noch nie gemacht. Ich glaub, das war's, oder? Ist Backseat Gaming eigentlich erlaubt? Backseat Gaming gibt's doch gar nicht. Das Spiel ist doch gerade erst freigeschaltet worden. Von euch hat das doch mit Sicherheit noch keiner gespielt. Es ist fresh. Wir lebten upstairs von Jacks Funeral Home. Es war nicht so wunderschön, wie es so ist. Besonders, wenn es nicht für das war, hätte ich nie gelernt, wie meine Power zu benutzen. Open the door, FBI. Open the door, ich benutze meine Power. Open the door, it's me, Marianne, I'm back. Okay. Ich hab Power, aber ich kann die verdammte Tür nicht öffnen. Gehen sie da rein. Okay, wir gehen nicht. Silberblick. Nichts. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Erstmal eine rauchen, oder? Geht nicht. Lustige Kameraperspektive. Ja, hier wird Karton gesammelt. Bitte legen sie's. Ich lese gleich oben. 20 Uhr lese ich die vor. Wann haben wir das? In 40 Minuten. Aber ich sag jetzt schon mal danke, dem Moster. Für deine 20 Giftsabs. Hier ist dein Applaus. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Oh, nice. Er sieht wirklich nice aus, das Game, muss ich wirklich sagen. Ich hatte richtig Bock, in ein Auto zu steigen und jetzt so GTA-mäßig alles abzuballern. Mittlerweile geben die Publisher mir übrigens Geld, damit ich ihre Spiele nicht spiele. Vor allem die, die ein Horrorspiel raus... Entschuldigen Sie, Herr Jana, aber das ist ein Horrorspiel und sie machen immer die Horror-Atmosphäre kaputt. Wir geben ihnen Geld, aber bitte rühren sie's nie wieder an, das Spiel. Okay. The last goodbye funeral home. Nee, also der Silberblick hat uns bis jetzt noch... Aha! Was ist das? Kann man diese Dinge ausschalten, die Nerven? Ach, die seht ihr gar nicht. Noch besser. Das sind so kleine von, keine Ahnung, vom Game Pass. Oh, du hast ne Errungenschaft freigeschaltet und so'n Blödsinn. Aber wir gehen noch nicht durch, oder? Komm, wir gucken uns noch ein bisschen um. Ja. Who doesn't? Was steht denn drauf? We'd get out. Need to get out. Sind wir hier auf dem Mount Massive angelangt, oder was? Homey, wer noch einmal nach Paul fragt, den musst du kickbennen. Kickbennen und gleichzeitig followen und er muss subben bei Paul. Das ist unglaublich, dass ich meine eigene Identität auf Twitch nicht bewahren darf. Jack ist in der PrEP-Room. Jack ist in der PrEP-Room. In der PrEP-Room. Kickbennen, Freekick, follow, alles zusammen in einem... Aber wir gucken uns erstmal um, oder? Bevor wir zum PrEP-Room gehen. Aber ich glaub, das Game lässt mich nicht. Doch. Wir gucken jetzt mal, was hier so rum. Halt. Bleiben sie stehen. Bestattungsprotokoll. Adam Nowak. Allgemeine Information. Männlich. 2.05.1976. Krakau. Hannah Stanislav und so weiter und so fort. Autounfall. Einbalsamierung. Ankleidung. Kosmetik. Frisur. Wiederherstellung. Blumen. Protokollbuch. Miss Nowak brachte heute die Zahlungsbeschrift für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Miss Nowak ist im Schrank? Außerdem hat sie sich Robert... Robert! Im Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderen für die Beisetzung finden. Marianne. Okay. Alright. Silberblick. Nothing. Was? Vorbereitungsraum? Ach, das ist los. Ich wäre gar nicht erst reingekommen. Vorbereitungsraum. Das wusste ich gar nicht. Okay, das war pures Glück. Sah aus wie Pro Gaming. Kick Ben mit einem 360 No-Scope. Ja. Geil. Das stimmt. Homie kann das. Oh, habt ihr das gesehen? Draußen ist einfach ein Auto vorbeigefahren. Sorry, aber so kleine Details finde ich richtig cool in den Spielen. Es ist nicht statisch, was da hinten passiert. Es ist wirklich... Oder? Ist auch ein Auto vorbeigefahren. Oder war was auf meine Kontaktlinse? Doch. Das war kein Auto. Entschuldigung, es war ein Dude mit einem Regenschirm. Sorry. Ich bin kein Medium. Lustig, ne? Dass ich einfach wusste, dass ich irgendwie... ...über dem Schlüssel ist schon... ...mediale Fähigkeiten hatte. Du siehst aber mächtig gut aus in dem Spiel. Dankeschön. Ich hab hart trainiert für dieses Spiel. In den Keller gehen ist nie gut. In keinem Spiel. Mal gucken, wann der erste Jumpscare kommt. Das Mikro ist noch in einem tadellosen Zustand. Wahrscheinlich kommt mir gleich die erste Leiche entgegen. Wetten. Hier, dieser Aufzug erinnert mich an... ...an Richard Trager. An Dr. Hocken Trager. Der tragische Trager. Open the door. Ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Wollen wir eine Pause machen? Jetzt komm doch mal rein. Nur ein kleiner Schritt. Hier wird nichts passieren. Ist da jemand hinter dieser blöden... Jetzt der Trager um die Ecke kommt. Ah, noch ein Lederjäckchen hier. Das ist... Oh, das ist... Mit deiner Dreckslederjacke hier geht. Das funktioniert. Okay, Leute. Große Shit incoming. Oh Mann. Jetzt muss ich meinen Vater da rausholen. Ohne Scheiß. Ach so, ich muss das machen. Sorry, sorry. Das wusste ich gar nicht. Das wäre jetzt geil, wenn er einfach aufstehen würde... ...und sagen würde... Ach doch, was soll die Scheiße? Ich hab mich grad hingelegt zum Pennen... ...und du ziehst mich wieder raus. Schieb mich wieder rein. So, was machen wir jetzt? Sieht ein bisschen awkward aus. Das sieht ein bisschen aus wie Ben Kingsley... ...so wie er da liegt, oder? Der Silberblick sagt nix. Was haben wir hier? Okay. Wieso geht das nicht rein? Gegenstand auswählen. Mach ich doch. Hä? What? Ach so, ich muss die Krawatte, ja. Eine Klammer ohne Krawatte macht keinen Sinn, ne? Ich dachte, ich hätte schon den ersten... ...Detlef Book gefunden. Warte mal hier, Papa. Ist ja nicht so, dass du keine Zeit hast, hä? Entschuldigung. Also ich muss sagen, die Rätsel sind auch schon anspruchsvoll. Also bis jetzt hab ich mich wacker geschlagen, ne? Snazzy. 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 Ich mag ihre Stimme. Mit der Stimme könnte man ASMR machen. Kann einer herausfinden, wer die Originalstimme besprochen, also wer das synchronisiert, wer... ...vielleicht ist das eine bekannte Schauspielerin. Ich habe mich nicht erwartet, dass ich das einfach nicht erwartet habe. Ich glaube, ich weiß, was ich erwartet. Wenn Dinge personal sind, es... ...sie... ...brennt dich von der Mitte raus. ich habe das gefühl den sehen wir wieder übrigens schöne regie also tolle kamera perspektiven generally speaking so eine in between the legs kamera hatte ich früher den sehen wir wieder 100 pro was wetten wir ich habe gesagt wir nicht in den keller mädel jetzt kommen die medialen fähigkeiten zum einsatz leute wackel ab kansas is going bye bye so leute silberblick wir verlassen den raum noch nicht gucken uns erstmal um aber es gibt hier nichts zu holen okay sind wir schon hier gewesen nothing musik ist gut atmosphäre gut grafik was wollt ihr mehr leute wir haben hübsche frauen jetzt wird es gruselig kann man kommt der erste jumpscare eigentlich ach du scheiße habt ihr das gesehen ich glaube ich bleibe hier ich habe gesehen den schatten oben ich gehe nix ich warte hier achtung meinst du es war der vater weil er hat auch eine glatze gehabt dieser schatten an der wand treibt ins buch was ist mein vater es war auf jeden fall ein glatzkorb ich würde mal straight zum schatten gehen vielleicht ist da irgendwas war die vitrine vorher auf ne oder als wir das erste mal hier waren ja und der stuhl war auch nicht umgeschmissen habt ihr die katze gesehen wie sweet ich komme hier nicht durch leute ich hänge fest nein wir haben den ersten bug gefunden man im ernst leute ich hänge fest scheiße es ist so eine geile atmosphäre und ich hänge wir haben den ersten detlef bug gefunden man ich kann aber auch gerade an der erspannsten stelle ich glaube das war die katze da komme ich nicht weiter nach links tja oh nein ich muss laden mal gucken wo ich anfangen muss nein fakt leute selbst dann wenn das game dir vorgibt was du zu tun hast bist du immer wieder lost dafür kann ich ja wirklich nichts ich bin doch einfach hier lang gelaufen und jetzt stecke ich ja fest ja aber so ist das leute das spiel ist erst von einer stunde zwei stunden freigeschaltet worden ist ja klar okay leute wir müssen jetzt hat sogar die musik keinen bock mehr du merkst du richtig wie regisseuren alle so backstage game sind und sagen macht die musik aus das bringt nichts mann okay wir müssen neu laden leute dann versuche ich mal nicht vor hinten rum zu gehen sondern vorne rum jedoch in die hocke so schaut euch ganz kurz wenn ich jetzt gleich in den anderen raum gehe wer den schatten verpasst hat direkt unterhalb des keller fensters ungefähr auf der rechten seite wenn die szenen gleich wechselt zwei zwei eins bitteschön hier rechts unterhalb des fensters ich hoffe ihr habt es gesehen alle die es verpasst haben noch mal von vorne die ganze geschichte Tür geht zu jetzt passt auf die katze jetzt kommt noch mal ein schatten auf der rechten seite achtung da ist er und jetzt kommt mir die katze entgegen ich gehe aber hier rum wo ist die katze da ist die katze und dann ist es passiert so wie ich es schon so viele Male gemacht habe ich gewartet nur als ich dachte dass mein Tag noch schlimmer konnte oh Gott Darauf habe ich gewartet Wir sehen ihn wieder Schlechte Masken bilden, dann würde ich feuern So sehe ich invertiert aus Das ist echt cool gemacht, ja In Darkseed war das ähnlich damals Das ist okay, Jack Das ist okay Meine liebte Marianne Was würde ich immer tun ohne dich? Jack Keine Angst über das Es ist Zeit, um zu bereisen Oh, Marianne Ja? Ich bin Angst über die Behandlung Wenn ich im Krankenhaus Are you sure you're gonna be all right? Ja, Jack Es wird okay Oh, du weißt Ich habe mich einmal Ich werde dir nichts passieren Nicht während ich hier bin Ich werde okay Ich werde Ich werde Nein Nein Es gibt keine riesige Dinge Nein Alles klar? Alles klar, Jack Jetzt Ich brauche Ich brauche Ja Pech nicht, Marianne Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich seitdem du in meine Leben Remember that. Always. Das war es. Das war es. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. Aber es hat nichts mehr gemacht. Ich konnte ein Tausend Souls crossen, aber wenn es zu Jack ging, es immer noch so war wie hell. Ich liebe dich auch, Vater. Ich dachte immer, dass jeder die Welt wie ich war. Dividend. Dividend. Torn between two realities. But... No. I was the only one. Or so I thought. We're closed. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number and... Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look... If this is a joke, I... You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts... With a dead girl. What did you say? The Neva resort. Find me there. Please. The light... It's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. So, that was, Leute. Wir spielen morgen weiter. Kappa. Bleibt hier. Oh, das war das Tutorial. Und ich hab's verkackt. Aber es war ein Bug. Als er vorhin ins Licht gegangen ist, hab ich ganz kurz gegrinst. Und ihr habt euch gedacht, was für ein gefühlsloser, unempathischer Sack. Also die Szene war natürlich sehr, sehr touching. Und ich hab total mitgefühlt. Und hatte 3000 Gedanken im Kopf. Aber als Jack ins Licht gegangen ist, fing der Controller an zu vibrieren. Und der Controller war auf dem Tisch vor der Tastatur. Und der vibrierte quasi vom Tisch runter und fiel in meinen Sack. Und deswegen hab ich gegrinst. Und genau an der traurigsten, emotionalsten Stelle passiert mir so ne Scheiße. Deswegen musste ich grinsen. Das nur kurz zur Erklärung. Life of a Comedian. Was willst du machen? Ich schwör's euch. Ich war total... Ich war total vertieft in die Szene. Und plötzlich... Und ich so... Oh man, ey. So ist ein Scheiß. Basiert aber echt nur mir. Sehr geiles Intro. Oder Tutorial. Und jetzt, das find ich auch geil. Alles geil. Ich hab Bock auf das Spiel. Ich bin mir sicher, das zocken wir zu Ende. Nicht so wie die anderen 50 Games, die ich nur angefangen hab und dann Alt F4 Rage quit. Nein, nein. Ich bin mir sicher. Das kann ja im Spiel niemals für Ende. Warum hast du Ian Bradley... Ich ging auf nichts, aber ein Hunch. Ein Telefon von einem totalen Verlänger. Aber ich habe gelernt, meine Instinkte zu vertrauen. Und es war etwas über diesen Mann, seine Sprache. Ich fühlte mich, dass ich ihn ihn weiß. Insofern, er scheint mich sicher zu kennen. Schade, kam zu spät. Nein, du bist nicht zu spät. Wir fangen jetzt erst an, Leute. Das war das Tutorial. Ist alles gut. Oh, was stand da? Oh, Rodeck. Kann jemand Polnisch? Das war das Tutorial? Ja. Weißt du, was ich mag? Ich habe zuerst gedacht, es wäre ein etwas ungewaschenes Gesicht. War es vielleicht auch. Aber nein, das sind so ein paar Hautunreinheiten, die sie hat. Und ich finde das super. Dass man nicht so einen glatt gebügelten Avatar hat, sondern einfach mal auf der linken Backe so ein bisschen so, sagt ihr. Sie hatte damals kein Klerasil. Ihr wollt doch nur wieder ihren Hintern anschauen, ne? Jetzt hör doch mal auf. Übrigens, mein Silberblick geht nicht, falls ihr danach fragt. Funktioniert nicht. Narbenkaier. Ups. Kann jemand von euch Polnisch? O-Rodeck-Wr-Krotzki-N-Kowi-Ni-Wa. Was heißt das? Laut Wikipedia ist es ein Psycho-Horror. Okay. Ist ja genau das Richtige für mich, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ein Experte in solchen Sachen. Das ist eine Narbe. Whatever. Merkt euch das bitte. Ich werde nachher fragen, wo wir hin müssen. Wo bin ich? Wo ist die Straße? I don't have a clue. Wo bin ich? Wo ist denn dieser Punkt, wo steht I am here? Wisst ihr, dass mir das in real life auch oft auf den Sack geht? Da gehe ich irgendwo wandern, bin ich auf Tour und ich bin ganz oft draußen, weil ich ja ständig irgendwie in geschlossenen Räumen bin. Und dann möchte ich einfach ein bisschen wandern und dann sehe ich so eine bescheuerte Karte und da steht nirgendwo I am here. Und dann muss ich Google Maps aufmachen, dann geht's. Anyway, kann ich hier nicht. Ab hier gilt Maskenpflicht, stand da. Halt! Wir gehen erst mal gucken. Hallöchen! Ich glaube nicht. Wo ist mein Silberblick? Wieso geht der nicht mehr? What? Niva lässt grüßen. Liebe Grüße aus Niva. Du würdest es hier lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte, einen kostenlosen Mahlkurs. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. So, das habe ich noch nie gesehen. Ich wünsche, du wärst hier. Ich vermisse dich. F5. Furz. Kein Silberblick. Sorry, Leute. Ich habe keine Fähigkeiten mehr. Ich habe sie verloren. Das ist fies, ne? Das Game sagt dir im Tutorial, du kannst den Silberblick machen und jetzt haben sie ihn wieder weggenommen. Moment. Hier könnte eventuell, könnte hier nur... Nur... Ah! Fuckin' Pro-Gamer. Wetten, dass das Tor sowieso nicht aufgeht und da ich hätte... Da ich... Da hätte ich sowieso lang gehen müssen. Ist korrekt deutsch, diese... Ja, ist gut. Ist mir klar. Ich muss einen anderen Weg in finden. Ja, ist gut. Vielleicht muss man den freischalten. Silberblick nur, wenn du den Download gekauft hast. Nein, ich glaube, wir können das durchspielen ohne Download. Ich glaube, man muss sich hier schon verstecken. Du willst mich raus, Neva? Boom. Wir müssen besser machen, als das. Ah, wie sie das gesagt hat. Das ist schon eine attraktive Stimme. Du musst besser machen, als das. Das ist einfach cool gesagt. Kann ich bitte die deutsche Synchron machen? Bitte, Microsoft, oder wer auch immer hier der Dingsbums ist. Nicht eine ganze Menge Leute wussten über Neva. Es war damals ein Regierungs-Vacation-Resort. Bis zumal es einen Tag einfach... stoppt. Und so wurde eine urban-Legende geboren. Der Neva-Massaker. Die Details waren immer faszinierend. Trazende Arbeitnehmer, ähnliche Kursen. Das ist, du weißt, das übliche. Oh, habt ihr das gesehen? Einfach hier durch die Pfütze durch. Oh, die Grafik ist nice. Ich liebe solche Details. Ich meine, bis eben war sie attraktiv. Und jetzt fängt sie an zu joggen. Und du denkst, hallo Mädchen, was ist mit dir los? Das ist doch nicht... Was ist das? Guck mal hier. Sexiest fuck. Und... Der hört sich. Just kidding. No front, Kappa und so. Die Stimme von Marianne ist Kelly Burke. Kennt man sie? Kelly Burke? Oh Gott, jetzt kommen wir hier auf Blair Witch Niveau. Brauche ich eine Taschenlampe und einen Hund. Dann geht's los. Hier ist da ein Gully-Deckel. Was ist denn das? Die Luke. Geh in die Luke. Alright. Viele werfen beim Joggen ihre Füße so komisch zur Seite weg. Oder auch die Hände. Drücke und halte. Ja, endlich. Ich hab die schon vermischt. So ein kleiner Silberblick. Ich sag dir hier, das wäre die Luke, in die ich gehen könnte. Sorry Leute, ihr wisst, ich muss immer ein bisschen rumgucken, ne? Ich weiß, dass Game will, dass ich nach rechts gehe. Oh, da ist ein Friedhof. Da gehen wir noch nicht hin. Hier ist nichts mehr. Also gut, dieser Silberblick, seht ihr, funktioniert nur in einem gewissen Radius. Aber wir gehen trotzdem zum Friedhof. Fuck it, let's go. Mann, du blöde Luke. Auf jeden Fall wird's einen Ticken gruseliger. Was ist das ganze Ding hier? Eier allein im Wald. Die Atmosphäre ist nice, die Musik ist nice, Grafik gut, didze. Was wollt ihr mehr? Oh, was ein Müll. Leute können manchmal so Basterde sein. Kein Wunder, die Geschichte bleibt uns in den Kopf. Sie haben es als Wichser übersetzt. Basterde. Ich finde, das ist keine korrekte Übersetzung. Basterde ist ein Bastard. Und Wichser heißt Wanker. Ich meine, ich kenne den Unterschied, ich habe es schon oft genug gehört. Und Gedenke an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, 39 bis 45. Mann, bin ich froh, ich wollte gerade Ranjit. Das hat ja nicht gepasst. Für dich Töchter, Söhne des Landes. Silberblick. Sag mir nichts. Kann ich irgendwas looten? Okay, so. Oh, nicht außenrum gehen, Kaya, du wirst wieder verbuggt. Bleibst schon wieder irgendwo stecken. Ich habe das... Wenn ich jetzt weitergehen kann, ist das Spiel gar nicht... Nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, dann ist das nicht so linear, wie ich dachte. Das ist kein Open-World-Spiel, falls ihr euch fragt. Man munkelt, es steht in deinem Perso. Warte. Wovon redet ihr, Style-Technik? Kam damals von 40 Euro in wenigen Monaten auf 1300 Euro. Wovon redet ihr? Über GameStop? Könnt ihr euch bitte auf das Spiel konzentrieren und nicht einfach hier durch die Gegend chatten? Wo sind wir denn? Okay. Hier geht nichts mehr. Das Überblick sagt mir auch nichts. Redet ihr über die Robin-Hood-Trader. Die gerade die Shorties grillen. Kennt ihr das, wenn die Musik so ankündigt? Gleich wird es spannend, gruselig, es kommt ein Jumpscare und es kommt einfach keiner. Und die Musik spielt sich einfach einen ab und sagt, Mann, sie ist auch in die falsche Richtung gelaufen. Okay, gehen wir in die Richtung. Machen wir, was das Spiel möchte. Ich bin auf die VW-Aktie. Okay, okay, okay. Das war eine ähnliche Situation, oder? Short Squeeze nennt man das. Kommt Leute, wir reden später über die Aktien, wenn ihr wollt. Aber jetzt sind wir im Game. Das würde die ganze Atmosphäre kaputt machen. Ich habe immer das Gefühl, gleich passiert was, aber es passiert nichts. Aber die Musik ist nice. Boah, ich sehe nichts mehr. Wo laufe ich überhaupt hin? Was haben wir hier? Also offensichtlich ist das ein Händeabdruck von einem Kind. Jumpscare. Ups, ein Wald, ein Baum. Ja. Leute, wartet, wartet, wartet. Ich glaube, das Spiel lässt sich Zeit und dann zerreißt es uns. Halt. Wo ist das? Links oder rechts? Hier. Okay, okay. Ich gucke trotzdem nochmal rechts. Vielleicht gibt es da irgendwas. Vielleicht geht es da weiter oder vielleicht werde ich verbuggt wieder. Merkt ihr, wie die Kamera so zurückfährt, als ob so ein Kameramann sagt, fuck, 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 back off. Back off. He's going the right way. But in the script it says, follow the tracks. Shut up. We have to do this in one single shot. Like 1917. Habt ihr den Film gesehen? 1917. Es gab aber, glaube ich, zwei Cuts oder die Film Buffs unter euch wissen, was ich meine. Es gab zwei Cuts. Ich habe auch zuerst gedacht, das wäre alles in einem single shot gedreht. Aber es gab genau zwei Cuts. Soweit ich weiß, waren es zwei. Might be my way in. Das war ein langer Shot. Ich glaube, in dem Spiel muss man nicht links rechts gucken. Ich glaube, es ist fairly straightforward. Wenn ich zum Beispiel sowas mache, bringt das nicht viel, oder? Man weiß es nicht. Nein. Trinkt nicht. Und den Film. Gut. Der ist super. 1917. Einer der besten Filme der letzten Jahre. Wenn er noch nicht gesehen hat, go for it. Aber nicht jetzt. Jetzt guckt er diesen Film mit mir. Ich mach das ein andermal, wenn jemand anders streamt. Aber nicht, wenn ich... Dann gibt es auch nichts. Alright. Warnung, aufgrund der Kürze ausgerahmten Gebeine wurde die Rennung ausgesetzt. Okay. Gebeine. Was? Wie? What? What's gonna happen in there? So, Leute. Bevor wir da runter gehen, selbst vorlesen, oder? So, Leute. Wir zocken weiter. Vielen Dank für euren Support. Oh, die Regie sagt mir was. Du bist der größte deutsche The Medium Streamer. Ich dachte schon, du schreibst Medioker Streamer. Weltweit bist du auf Platz 8. Boah, krass. Auf Platz 8 bin ich weltweit. Streaming-Standort. Zürich. In einer Stunde lese ich weiter. The Groot, 1993. Dank für die 200 Bits. Dich nehme ich noch mit. Geil, Leute. Hier seid ihr richtig. Hier gibt es Content, Content, Content. So, jetzt wird es hoffentlich ein bisschen... ...Psycho-Horroriger. Was ist hier passiert? Das ist froh, Tote. Keine Ahnung. Warum haben wir manchmal so'n... ...habe ich euch erzählt, ne? Das ist die Frankfurter Stellung. Habe ich schon bei Outlast erzählt, oder? Jeder, der Outlast geschaut hat, weiß, wenn die Polizei kommt. Ich würde sagen, Hände ein bisschen höher. Ungefähr so. Ist das eigentlich okay für den Ausschnitt? Bin ich zu klein? Zu groß? Selina, 102. Willkommen, Club der Kajoten. Aber jetzt warte mal eine Stunde und dann erst. Jetzt spielen wir das Spiel. Shiniro, danke für den zwölf Monat, aber jetzt warte mal. Oh, 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 okay. Ich glaube, wir gehen rüber ins andere. Darauf habe ich gewartet. Uh, darauf habe ich gewartet, Leute. So, ich habe noch einen Plätzchen neben mir frei. Ich glaube, wir spielen jetzt im Splitscreen weiter. Oh, oh, das wird nice. Ich bin mir sicher, in die Richtung geht es mal wieder nicht. Aber you never know. Okay, nice. Also rechts haben wir so eine Art Twilight World. Und links haben wir The Real World. Oder, Leute, jetzt wird es richtig deep. Vielleicht ist rechts die richtige Welt und links ist nur eine Illusion. Denkt mal drüber nach. Und jetzt bin ich gespannt, was sehen wir? Ich gehe noch nicht hoch. Geht eigentlich mal ein Silberblick hier? Er geht, er geht. Ach so, hier ist Schluss. Guck mal hier. In der Unterwelt oder Twilight World ist rechts Schluss. Und links kann ich eigentlich... Oder? Eine Mauer. Okay, jetzt sehe ich es auch. So, jetzt bin ich gespannt, was hier passieren wird. Ein Sicherungskasten ist was? Ach so, hier muss ich X drücken und da A. Das ist aber interessant jetzt. Ich glaube, ich gehe erst mal auf die Twilight World-Variante. Konzentrier dich auf die materielle Welt. Okay, du kannst dieses Rätsel auf zwei verschiedene Arten und Weisen lösen. Und ich glaube, ich muss auf die materielle Welt rüber. Okay, ich verstehe es, ich verstehe es. Hier kann sie nichts machen. Mh-Mh. Mann. Okay. Gar nichts kann mir gerade weiterhelfen. Ich brauche eine dritte Welt. Die Welt eines Elektrotechnikers. Ach Leute, jetzt den Hype-Trend. Ich habe gerade alles, habe es vorgelesen. Ach, scheiße. Ich gucke mal trotzdem, ob ich hier durch kann. Ja, Mann. Wenn du in zwei Realitäten existierst, bist du von einer. Ich habe das den schweren Weg gelernt. Forget it. Die Synchronstimme ist nice. Deshalb gerade jetzt der Hype-Train. Ja gut, das wird der kürzeste Hype-Train. Macht nichts, Leute. Ist alles gut, ja. Schon vor dem Hype-Train. Kräftig gesammelt. Warte, warte, warte. Ich stehe. Okay, da vorne ist was? Okay, das kenne ich von Outlast. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely. Fragil. Waiting for someone to embrace it. For Outlast wäre jetzt ein Jumpscare gekommen, oder? Immer wenn du auf dieser ledge bist. Okay. Hier interessant, Leute. In der materiellen Welt ist nichts. Und in der Twilight World haben wir etwas. Okay, ich kann hier Energie ziehen. Und mein linker Arm leuchtet auf. Whatever that means. Was ist denn hier los? Habt ihr... Hab ich euch getriggert mit... Wo ist die Maus? Hier kommt die Maus. Also ich bin mir nicht so recht sicher, warum ich hier Energie ziehe. Und warum mein linker Arm dann plötzlich so cool aussieht. Das weiß ich nicht. Aber ich sollte bestimmt nicht hier runterfallen, oder? Kann ich das überhaupt? Nee, kann ich nicht. Zum Glück. Hm. Also mein linker Arm ist aufgeladen mit irgendeiner Energie. Und ich schätze mal... That's what I gotta do to the Stromkasten, right? Hört auf, mir Geld zu geben. Nein, das hab ich nicht gesagt. Ich hab... Never say no to... To support. Ich meinte nur... Mr. Drift1980, willkommen, Club Valley Race. Danke für uns... Ich hab's gedacht, ich könnte es nutzen. Energie ist Energie, richtig? Okay, ich hab was in der Geisterwelt gemacht. Und kann das dann in der materiellen Welt umsetzen. Schon wieder so eine Migräne-Attacke, hm? Wißt du, was ich komisch finde? Normalerweise, wenn es hier nichts gibt, wo ich gerade langgelaufen bin, da würde doch die Kamera nicht switchen, oder? Es sei denn, da gibt es irgendwas. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Hab ich was übersehen? Warum machst du dir die Mühe, hier eine eigene Scene quasi anzulegen, mit einem Kamerawechsel, wenn hier nichts passiert? Der Silberblick sagt mir auch nichts. Und die andere Welt ist nicht verfügbar. Hm, okay. Ist wahrscheinlich einfach nur... Geschwaffe von mir. Okay. Leute, vielen Dank für euren Support. Hier ist euer Hypetrain. Hypetrain Level 5. Dankeschön. Emotes werden ausgeliefert. Folgen wir diesen Kinderfußspun noch ein bisschen. Was haben wir hier? Warte, ich lasse es lieber mal übersetzen. Ich weiß nämlich nicht, was... Dieses Schild hätte auch gleich am Eingang des Parks stehen können, oder diese Anlage, oder? So, warum ausgerechnet hier? Ist das Gehölz besonders trocken? Achso, ich kann ja rennen. Hab ich ganz vergessen, Leute. Sorry. Das sieht halt nicht so sexy aus. Halt! Wo sind die Fußspuren? Links, ne? Ah, also gehen wir rechts. Oh, oh. Wisst ihr, was das ist? Das ist das tote Reh aus Until Dawn. Das ist ein friendly reminder, dass ich das Spiel doch weiterspielen soll. Oh. Was hat dir passiert? Er ist auf Sam gestoßen. Schnell Reh animieren. Oh, jetzt kommen wieder die Reh-Witze. Ich könnte doch jetzt in die Twilight-Welt wechseln und dann quatschen. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Du bist kein Reh. Du bist ein saftiges Gnu. Los, rede. Schnell Reh animieren. Okay. Reh animieren hatten wir schon, Leute. Komm, wir bringen mal ein bisschen Tempo hier rein. Kann ich mal bitte Kamerawechsel haben? Wo muss ich hin? Wo sind die Fußspuren? Die waren in die andere Richtung, oder? Boah, ich hab echt das Gefühl, ich bin Blair Witch. Egal, das Spiel ist ziemlich linear. Insofern glaube ich nicht, dass wir uns hier groß verlaufen können. Oder eine Videokamera finden und dann stoppen müssen und dann erscheinen. Das ist ein realer... So, guten Tag. Noch ein Mahnmal, oder was ist los? Ist das ein kleines Äffchen? Das ist sehr passend, oder? Ist das ein Grabstein mit so einem kleinen Äffchen? Das dann gleich hier zusammen... Bing, 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 bing. Also Silberblick sagt mir auch nichts. Übrigens, äh... Ja gut. Komisches Ding. So Leute, was waren so die lustigsten Grabsteine, die ihr gesehen habt? Der lustigsten, den ich gesehen habe, war in Edinburgh. Da habe ich mal gedreht. Da durfte ich mal drehen. Auch das war noch Zeit, wo mir Geld gegeben hat, zu reisen und Spaß zu haben. Das waren was guckst du special in Schottland. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Ich glaube, das war 2005. Und, ähm... Auf einem Grabstein, ich glaube, es war ein Friedhof direkt an der Burg. Burg, Schloss, Edinburgh, Castle. Castle ist die Burg, ne? Oh, netter Kamerawieck. Und zwar stand ich da und es war sehr klein geschrieben und ich habe da drauf geguckt und da stand da You're standing on me balls. Das fand ich witzig. Dafür braucht es eine Cutscene. Und jetzt sind wir in Tschernobyl. Schon wieder hinweg. Hat jemand einen Aspirin? Was steht beim Hausmeister? Ähm, was steht bei einem Hausmeister auf dem Grabstein? Der kehrt nie wieder. Gibt's da was für ein Ratiofarm? Wieso habe ich dieses Reh gesehen? Könnt ihr mir mal sagen? Okay, das ist dann doch ein etwas größeres Areal. Komm, wir rennen mal eine Runde. Einmal einen Block, oder? Natürlich geht's hier nicht weiter. Mal gucken, solange meine Stamina noch ausreicht. Ich muss ja aufpassen, dass ich da hinten nicht wieder festbacke, oder so. Okay, das hat sich ja richtig gelohnt. Ich habe immer das Gefühl, wenn du irgendwo hinkommen kannst, dass... dass die Designer auch wollen, damit du da irgendwas entdeckst. Aber ich glaube, in diesem Spiel ist das nicht wirklich der Fall. Was ist das hier? Hopps, Scotch, Scotch, hopp. Hopps! Geil. Dafür habe ich die Fußspuren verfolgt, damit das Ding hier einfach... Ah, Leute, wir müssen uns das merken. Kann das sein? Nee, keine Zahlenreihenfolge, die wir uns merken können. Eins, zwei, drei, vier, wenn man sich macht. Ja, Kai, da wolltest du mir wieder ein bisschen zu ehrgeizig sein, ne, du Pro-Gamer? Hat's jetzt gelohnt? Sie sagt, I sense was, aber na und? Das sind nur ein paar blöde... Ist auf allen draufgesprungen. Das ist keine Zahlenkombi. Höre ich raus, dass es Kai das Spiel nicht mag? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Oh, jetzt habe ich mich ganz kurz erschrocken. Ihr euch auch? Nein, ich liebe das Spiel. Ich sagte nur, ich versuche das Spiel gerade so ein bisschen rauszufinden, ob es sich lohnt, off the beaten track ein bisschen zu gehen und zu schauen, ob man auch andere Sachen machen kann. Ob es sich lohnt, rechts und links zu gucken und das ist, glaube ich, beim Spiel nicht unbedingt der Fall und das war wertefrei. Das war eigentlich alle im Gegenteil. Ich finde das Spiel gut. Neiße Atmosphäre. Ruft jemand an? Was? Halte LB und bewege L. Ich bin hier. Nein, es war definitiv etwas. Ich glaube, du hast mir die richtige Angelegenheit, zu mir. Ja, es ist nur ein Zeit. Ich bin hier. Nein, es war definitiv etwas. Ist das der Dude, der uns angerufen hat? Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen um, Leute. Auch wenn das Spiel das nicht unbedingt belohnt, aber you never know. Vielleicht doch. Einweihung, Sommer 1996, Niva Resort. Der erste Sekretärs-Polich-Arbeiterpartei Genosse Wladyslaw Gomulka. Erte Krakow und nahm an einer offiziellen Einweihung des Niva Resorts, dem neuen sozialistischen Freizeit- und Erholungszentrum teil. Die Arbeiterklasse kleinen Polens hat endlich einen Ort, an dem sie die Zeit mit ihren Familien im Schoß der Natur verbringen kann. Das Hauptgebäude und der Unterkunftsbereich sind komfortabel und doch so einfach wie die sozialistische Serien-Philosophie. Besondere Dank galt dem Architekten, dem zukünftigen Manager und engagierten Parteimitglied, Mr. Rikowitsch, ohne den der Entwurf und Bau des Niva Resorts nicht denkbar gewesen war. All right. Gehen wir weiter. Vielleicht gibt's noch was. Keine Rollenlesung. Oh, hab ich vergessen, Leute. Sorry. Können wir machen. Vielleicht gibt's hier was zu looten. Hey, old timer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Okay, Leute. Das Spiel straft mich lügen. Tut mir leid. Es stimmt doch, dass man... Doubling is a spare bedroom, apparently. ...dass man doch links und rechts gucken soll. Da kann ja wieder Scheiße erzählen. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange. Das Ressort ist zum Besten gefüllt. Und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit. Ehrliche Arbeit. Mr. Crickberg sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. Oh, da ist ja noch was. Schöne Stimme hat die Frau. Ne. Pop your trunk. Ähm, das nennt man mich eine sehr lustige Szene im Film Burn After Reading. Gib mir das! Doch. Da. Handy. Au! Shit! What? What the hell? Achso, soll das ein Jumpscare gewesen sein? Äh, ging so. Äh, das erinnert mich an eine lustige Szene in Burn After Reading. Äh, den Film mit, ähm, Brad Clooney und George Pitt. Da gab's einen, und mit der wunderbaren Tilda Swinton übrigens. Einer meiner Lieblingsschauspielerinnen. Und, äh, das war, das war so ähnlich, ähm, ich glaube, sie war im Auto und er war gerade joggen und er war, ihr kennt euch, ne? George Clooney war ständig notgeil, der wollte ständig knattern. Äh, und der sagt zu Tilda, die das Auto fuhr, also, sie stoppte dann und hat ihm irgendwas gesagt und er war eine Runde joggen, war noch total abgeschwärmt, hat er gesagt, hey, hat er mit ihr geredet und dann hat sie gesagt, ja, alles klar, dann fahr ich jetzt weiter. Dann hat er gesagt, hey, auf Englisch war das irgendwie, ähm, don't you wanna stick around and, then, I'll do you in the back. Und dann hat er kurz gezögert und er hat gesagt, I mean, in the back of the car. Und sie so, ja, 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 ja. Ich fand die Szene sehr, sehr lustig. Okay, nicht wie ich jetzt gerade erzählt hab, aber wie George Clooney das gespielt hab, war sehr, sehr lustig. And I'll do you in the back. I mean, in the back of the car. Und sie so, wollte ich euch noch mal kurz sagen, hat mich gerade dran erinnert. Sorry, ich muss gerade George Clooney antworten. Geiler Film. Burn After Reading, wer es noch nicht gesehen hat, ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, 10 oder so, 2005 kann das sein, oder 15 Jahre? Okay, das Spiel möchte doch, dass ich alles absuche. Sorry, dass ich vorhin Bullshit erzählt hab. Das lohnt sich nicht zu lesen. Zukunft, Kommunikation, bla bla bla. Guten Abend. Dank sagen. Hätte niemals damit gerechnet, dass das passiert. Wovon redest du? Was haben wir denn gemacht? Was ist denn passiert? Dass wir streamen, oder was? Wovon wir erstmal vielen Dank fürs Danke sagen, aber hey, vielleicht ist was hier in dieser Tonne. Manchmal lohnt es sich, ein bisschen im Müll ein bisschen rumzuwühlen. Nein. Also wir haben einen Schraubenzieher, das ist schon mal etwas. Okay, aber ich, der Silberblick verrät mir nichts. Sorry Leute, wir müssen das Areal doch absuchen, weil ich glaube, es sind ein paar Sachen, die vielleicht doch wichtig sind. Ne, hier ist nichts. Aber komm, wir werden fit. Ein bisschen joggen. Silent Hill Flashbacks. Ja, wirklich nur den Film gesehen, ihr habt das Spiel nie gespielt. Total bescheuert, oder? Eigentlich müsste man das andersrum machen. Hier ist auch nichts. Natürlich, ich habe vollkommen recht, Silent Hill, natürlich, da war das natürlich auch mit dieser Twilight World. Boah, das ist gut gemacht. Diese eine Schauspielerin, wie heißt sie, die hat in so vielen, wie soll ich sagen, die hat nie, oder nicht so richtig in Blockbuster Sachen mitgespielt, oder? Oder labere ich Bullshit? Ich habe sie immer nur in so anderen Produktionen gesehen, aber sie war nie eine Leading Role in irgendeinem Blockbuster. Aber Sean Bean hat damals mitgemacht. Und die Polizistin habe ich auch in keinem anderen Film wiedergesehen, aber ihr kennt euch vielleicht ein bisschen besser aus als ich. Natürlich geht die Haupttür nicht, deswegen muss ich Side Entry wetten. Radha Mitchell. Genau, Radha Mitchell war es. Gina White. Ihr Schmucks. Gina White. Was macht ihr heute eigentlich? Gina White, was macht ihr? War da was, Leute? Was ist das hier oben? Wer von euch hat es gesehen? Ja, du hast doch hier einen Schraubenzieher, das... Stell dich auf den Schraubenzieher, Mädchen. Ich. Sie streamt auf Twitch. Komm mal. Alle abgehalfterten Stars streamen auf Twitch. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Oh, seht ihr. Gut, habe ich Schraubenzieher, diese, mein Schatz. So began the great dumpster heist of 1999. Oh, ich liebe diese Stimme. Aber könntest du, ähm, den Schraubenzieher mitnehmen, Mädchen, oder hast du den jetzt da stecken lassen? Weil den könnten wir eventuell später mal gebrauchen. Wo ist hier das Menü? Nein. Ich werde den wirklich stecken lassen. Unverschämt. Trämmst du dich nicht? Schieben sie bitte. Die Tonne rüber. Die Tonne rüber. You better be worth it, mein Schatz. So, wir gucken aber noch mal ganz kurz im Trashraum. Kann ja sein, dass da irgendwas liegt, was wir gebrauchen können. Den Schraubenzieher oder so. Nein. Es ist natürlich auch convenient. Einfach ein Baumstamm davor, damit wir auch nicht irgendwie weiterlaufen. Gehen sie bitte. So gut, diese. Gehen sie bitte noch eine Schritt oben, bitte. Drücken sie. Katzin. Was kommt? Jumpscare. Was ist los? Pass auf, die Scherben. Das ist beweglich. Macht wohl Yoga. Ich werde, ich werde, ich hätte eine Bandscheibenvorfall bekommen bei so einer Übung. Was ist los? Warum gibt das eine Cutscene? Da muss ja jetzt irgendwas passieren, oder? Come on. Jumpscare. Nein. Einfach nur eine Katzin, wie ich über die vor mir aus. Was haben wir hier? Okay, der Schuh hat einen Glow. Ich nehme einfach nur die Schuhe mit. Was ist das für eine Marke? Oh, hier geht's weiter. Entschuldigung. Ich dachte, das wäre so ein Wellness-Resort. Und ich dachte, das wäre jetzt ein Einlauf gewesen. Leute, wer von euch hat schon mal einen Einlauf gemacht. Ich war mal tatsächlich bei so einem Ressort in Österreich und die wollten das dann machen. Und ich bin einfach gegangen. Ja, aber Herr Janus, den Preis inkludiert. Ich habe gesagt, ich inkludiere ihn gleich was. Nehmen Sie den fucking Schlauch da weg. Ja, aber das ist Teil des Programms. Fuck off. Ich bin einfach gegangen. Das ist ein geiles Ressort gewesen. Da gehen auch ganz viele Promis hin. Du zahlst Geld dafür, dass du nichts essen kannst. Wieso? Was ist mit der Tür da hinten? Habt ihr gesehen? Die leuchtet irgendwie grün. Die blinkt grün. Was ist da los? Hm. Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so. Hat man einen Einlauf bekommen. Heiz. Haben Sie stehen. Erstens, Onella Mutti. Polnische Version. Also, lesen. Nachrichtige Information. Praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quellen der Vorväter. Ein literarischer Bestseller von Joanna Chimilich. Zehn Nähtechniken für modische Röcke. Säcke habe ich verstanden. Woher kommt dieser Satz? Ich verkaufe modische Lederjacken. Wer das weiß, ist ungefähr in meinem Alter und hat dieses Spiel gespielt. Ich verkaufe modische Lederjacken. Indie. Kyle, 1986. That's right. LucasArts. Right? Gott, ich habe dieses Spiel gesuchtet. Wie doof, ey. Das war der Lacher, das am nächsten Schultag, wir haben das quasi mit Kumpels parallel gespielt. Jeder von uns hat dieses, da haben wir verglichen, wie weit ist der andere gekommen im Spiel? Wie weit bist du? Und dann sagte ich, ich verkaufe modisch Lederjacken. Haben wir uns so weggepisst. Und die anderen Schüler um uns herum. Fucking nerd. Polish Legends, die polnischen. Wieso ist, meint ihr, dass es wichtig hier? Warum fallen meine Zähne aus? Auf Seite 7 ist da ein Hacker mit so einer Faust. Deswegen, Pisa. Okay. Wieso fallen meine Zähne aus? Weil du scheiße aussiehst. Guck dich mal an. Ui. Endlich, jetzt haben wir das Ui hier, Leute. Okay, jetzt wissen wir, wo wir sind. Rechtsrum geht es nicht. Da war die Tür, die blinkt eine grüne Tür. Und jetzt gehen wir links durch ein paar Zellen hier oder sowas. Halt! Lobby, Reception, Elevators, Poole, Sauna und Dayroom. Das wird noch richtig gemütlich in diesem Spiel. Ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Monkey Island. Wenn, dann richtig. Nein. Kann sein, dass Monkey Island das später aufgegriffen hat. Monkey Island habe ich auch gespielt. Kann das sein? Entschuldigung. War Monkey Island der erste Teil? Waren da schon Lederjacken? Im Ernst? Sorry. Dann habe ich das wirklich verkackt. Dann hat das Indie später aufgegriffen? Weil ich habe das tatsächlich nur bei Indie. Ich kann mich nie erinnern, dass es bei Monkey Island war. Anni-Line, danke dir und den Kajoten, dass du mir Follower zukommen lassen hast beim Fassmo-Spielen. Ach du, das ist Anni-Line. Grüß dich. Wie geht's dir? Sehr gerne. Es waren viele Lucas-Spielen als Hommage. Ah, Monkey Island war es auch. Okay, sorry. Das hatte ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte es irgendwie noch bei Indie in Erinnerung. Ja, dann, Entschuldigung. Dann bin ich nur ein halber Boomer-Cringe-Nerd-Futzi. Will ich das Radio anschalten? Aber ich muss sagen, ich mag diese Atmosphäre. Einfach mal in so einem polnischen Gebäude 1969 noch ein bisschen rumzulaufen. Es ist irgendwie nice. Es ist noch ein unverbrauchtes Setting. Findet ihr nicht? Sin is be damned. Oh Gott, jetzt fangen wir mit Outlast wieder an, oder was? Kuczniks, Brutnan, Smok. Was? Schmok, Hedine. Okay, Hedine, Schmok. Achso. Kowalski, Brunon. Ja, tatsächlich. Schmok. Halina, Schmok. Viktoria Maurer und Boris Zelazzo. So. Where is Mike Ainslin? I feel so pathetic. For ten years. Was? Okay. Was steht hier noch? Vote for Pedro. Kick me, I'm... Was? Fuck me, I'm... Oh. Was steht hier? Fuck me, I'm bad. You know I'm bad. Stay in the lines. I'm... Was? I am cat and I king... I liking my balls. Very good English, this you. Mhm. Radar Mitchell hat auch bei Riddick mitgespielt. Genau, 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 genau. Aber als Riddick rauskam, war das nicht so wie bei Matrix, dass Riddick zuerst ein Post-Office-Flop war und dann später ein Cult-Following bekommen hat? Wenn ich mich richtig erinnere. Und bei Matrix war es ja genauso, ne? Ich weiß nicht, warum es Radar Mitchell nie so richtig den Durchbruch geschafft hat. Auch als Leading-Roll irgendwo. Hm. Schmock ist polnisch und heißt Drache. Oh, cool. Wir haben hier jemanden... Da haben ein paar Leute. Wird es denn Schmock ausgesprochen oder Smock? Smock und Smock. 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 Wurden in dem Buch YouTube-Kommentare notiert? Das stimmt. Das kann man sich tatsächlich fragen. Alright, Cutscene, baby. Jemand hat Licht angelassen? Strom geht noch? Zweite Aussprache. Also wie scharf es S und nicht S. Also Smock. Wie kriege ich die Taschenlampe? Hier in die Twilight Zone. Hallo? Thomas? Ich überquatsche bei auch jedem Jumpscare, oder? Okay, es wird langsam spooky. Easy, Marianne. Es ist nur ein guter, old-fashioned, hauntes Hotel. Klamm deinen Schein und antwortet die Bälle. Klamm deinen Schein. Klamm deinen Schein. Okay, was brauch ich denn hier? Ich hab nix. Ja, weil du den Schraubenzieher hast stecken lassen, du Vogel. Ding, ding, ding. Ich bin ja da. Haben sie hier gebucht? Haben sie schon reserviert? Okay. So ein bisschen Shining-Feeling, oder? Bisschen. Fünf Prozent. Okay, darauf hab ich gewartet. Oh, shit. Oh, shit. You're missing an arm. Schöne Musik im Hintergrund. Oh, shit. But, I don't remember what it was. Your friends. Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. Oh, but, but, they're all gone now. Along with my arm. Did something happen to them? Hmm. Uh, 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 I don't really want to talk about it. That, that's okay. So, do you live here? All by yourself? Mm-hmm. Ugh. You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been. Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Oh, always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? Uh, I remember. People stopped coming. Oh, only a few of them stayed. But, they became very sad. Very angry. So, they might hurt you. Thanks. But, I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Uh, would you play with me? Just for a little while. It, it, it's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But, I need your help first. Yes. Uh, yes! Uh, anything, Marianne! You looked really important for a man. Thomas. Do you know him? Uh, let me think. Uh, I've heard that name before. Uh, somewhere. Take your time. Uh, oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Oh, wait. I can't go that way. Aha, okay. In der materiellen Welt ist die Treppe... Das sind nämlich ein Maniac Mansion. All right. Wir gucken uns noch ein bisschen um jetzt, wo wir die Twilight World haben. Hier war nichts mehr, ne? Nee. Geh nochmal zurück. Vielleicht kommen wir in die Taschenlampe ran. Ich hab ja noch ein bisschen was, glaub ich, an Energie im Arm. Kann das sein? Ach, shit. Ich komm in der anderen Welt nicht ran. Okay, das müssen wir woanders machen. Da ist noch was. Drücken Sie X, mein Schatz. All right. Meine Liebsten, ich weiß, dass ich versprochen hab, dich zu besuchen. Aber rate mal, ich wurde befördert. Und zwar in die frische Luft. Nein. Wirklich. Ich bin der neue Stabschef. Das könnte es jetzt wirklich sein. Ein neuer Anfang. Eine Heimat. Für uns, meine ich. Du, ich, die Kinder. Wir haben doch Kinder, oder? Ich weiß, das klingt verrückt, aber... Denk drüber nach. Das sind immer Postkarten von der exakt selben Person, oder? Hat die verdammten Postkarten irgendwie nicht abgeschickt, oder? Wurde ich vorhin auch nicht. Was haben wir hier? Dieser Style damals. Ich glaube, das war wirklich der Style, ne? In den 60er Jahren. Tolle Zeit am See. Moment mal kurz. Habt ihr das ganz... Habt ihr das? Okay. Gibt ein bisschen trostlos aus, wenn man aus dem Fenster schaut. Nein, wir gehen noch... Nein, 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 wir gucken uns noch ein bisschen um. Das Nivea-Restaurant. Das Geschmack des Volk. Das Geschmack? Der Geschmack, oder? Sicher ist auch für die Kleinsten. Offensichtlich nicht. Okay, hier komm ich nicht hoch. Ness. Ness, 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 ness. Komm ich nicht hoch, mein Schatz. Wir suchen einen anderen Weg, mein Schatz. Hier war nichts... Okay, in der Geisterwelt ist hier nichts. Der Geschmack, richtig. Okay, das haben wir alles schon durchsucht und in der Geisterwelt gibt's uns keine Clues. Aha, stimmt. Hier waren wir, Leute. Genau, hier war doch irgendwas. Hä? Was ist hier, bitte? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Jetzt muss ich tatsächlich schauen, ob ich nicht irgendwas vergessen hab. Ähm... So, ich vergesse immer, dass man rennen kann. Halt! Raus kommen wir sowieso nicht. Wollen wir auch nicht. Oder muss ich nochmal raus? Man weiß es nicht. Ähm... Wir haben hier schon alles abgegrast, ne? Okay, ja natürlich, den Aufzug. Sorry, ich trottel. Einfach vergessen, dass der Aufzug da ist. Ah... So typisch. So! Wo gehen wir hin? Grasen wir alles in Ruhe ab, oder? Erstmal den ersten Stock. Alle Tasten drücken. Ist ne alternative Zeitlinie? Ne. Ist ne alternative Welt, die du unten siehst. Drück und halte B für ein außerkörperliches Ereignis. Oh, well. To get an out of body experience, all you have to do is press B on your penis. Aha! I get it! Jetzt hab ich die materielle Welt ausgeschaltet. Hab ich doch. Hab ich doch noch ein bisschen im linken Arm, oder? Wie war das nochmal? So, ne? Ach komm, ich hatte noch ein bisschen... Ne, hatte ich nicht mehr. Muss ja nicht alles gleich voller Blut sein. Nö, ich find das... Ich find das gut. Wisst ihr, bei Outlast 2 war das mir ein bisschen zu ekel auf den... ...toten Babys. Ich muss sagen, ich find das bis jetzt... ...ne schöne Atmosphäre. Nice world-building... Binding, genau. Binding-Bier. Jetzt hier die Treppe runterfallen, ne? Äh, ich find das World-Building gut. Ich find ja... An Out-of-Body-Experience. Yes. Jetzt gehst du wieder die Treppe runter. Stay under for too long and it just... ...pulls you in. Aha. Ich hab nicht sehr viel Zeit. Ah, da unten ist doch die... Wie komm ich denn da runter? Okay, okay, I get it. Okay. Aber ich hab... Ich glaub, ich muss wieder zurück, Leute. Dieses Energie-Ding war da, ähm... Aber wie kam ich denn von der Treppe runter? Warte mal kurz. So, geh nochmal hier. Beeil dich mal. Beeil dich, Schätzchen. Wie komm ich denn hier runter? Da vorne ist doch das Ding. Ach so, ich hätte das... Okay. Ich hab's verkackt. Jetzt machen wir das ganz schnell. Komm schon. Go, 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 go. Go, 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 go. Das muss genau hier sein. Ich hab's gesehen. Geh, 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 geh. Oh, yes, 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 yes. Schnell, 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 hol dir die Energie. Äh, ah, ah, ah. Aaaaah. Okay, Marian. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Come on. So. Go, diesel. erst mal den tesla aufladen das worlding und bilden was machen wir jetzt hier gibt es nichts mehr oder ja gut das ding ist aufgeladen und auch hier gibt es auch noch ganz ich habe die materielle welt noch nicht angeschaut ok wir sind exercise room was meeting room was haben wir hier hier kann ich runter oder was wieso zeigt es mir das hier weiß es nicht vielleicht kann ich später hier runter okay die art of inter internationally acclaimed painter richard tarkowski das ist doch mal ein bild hier gibt es fußspuren die hand ist hier die säule hoch war ein bisschen unartig okay darunter bringt ja nichts aha jetzt hält mich die die geisterwelt auf da hoch zu gehen man irgendwas ist immer am arsch okay verstehe wieso ist hier nichts das verstehe ich nicht warum schaue ich mir das an okay gucken wir mal unseren zweiten stock um halt da ist noch eine tür hier zurück kann man dahin was eine modische leder mit einer dreckst lederjag wir haben den zweiten stock also merkt euch wir können mit b out of body machen wenn ich mir irgendwo in der materiellen welt stocken und man muss echt auf zwei screens gucken dann muss man schauen ob unten was ist und oben was ist der pixar film mit sadness und joy das war echt ein geiler film oder der war richtig gut gemacht okay jetzt steht kopf inside out her das war echt ein guter pixar film all right body began oh schaut auf der rechten seite fuck okay okay jetzt wird es doch ein bisschen action reich okay okay aber du kannst ich kann das nur in special situations machen jetzt wenn ich noch mal mache geht es nicht was ist hier so ist aber convenient der schluss ist direkt um die ecke was willst du mehr motten aus minsk kommen dann gehen wir wieder zurück oder das ist wahrscheinlich der schlüssel vor der dor so come on come on come on come on Machen wir die Tür zu, die nerven die Viecher. Und jetzt musst du wirklich immer auf zwei Screens schauen. Das könnte doch vom alten Mann nicht verlangen. Okay, wir gehen gleich durch das Loch. Wir schauen uns mal ganz kurz hier in den Badezimmer um. Wieso gehe ich eigentlich durchs Loch, wenn man hier auch durch kann? Nee, kann man nicht. Nichts übersehen, ne? Alright. Das war auch ne schöne Stimme. Was willst du, Mädchen? Wieso? Müssen wir jetzt wirklich da runter? Hm, lass uns doch mal ein bisschen im Korridor umschauen, oder? Wir rennen mal ein bisschen schneller. Komm mal. Das ist ja gut, ihr Viecher. Mal gucken, was es noch hier so gibt. Ähm. Halt. Ich habe gesehen, ob man da rein kann, auf der rechten Seite. Nee. Was ist hier mit? Nee. Keine Chance. Weder in der Materiellen noch in der Twilight World. Hm. No Chance. Junge, Dame existiert in... Das haben wir im Trailer gesehen. Da brauchen... Ja, da müssen wir irgendwie was aufschneiden, ne? Das haben wir im Trailer gesehen, Leute. Okay. Also hier durch die Tür kann man doch auch. Sonst wäre hier nicht so ein Energiefuzzi. Hm. Ich kann aber nichts machen. Nee. Das ist eigentlich, wenn ich hier durchs Loch gesprungen wäre, dann wäre ich da einfach... Dann wäre ich doch in das Loch dahinter gefallen, richtig? Aber gut, dass wir es nicht gemacht haben. Gut. Dann machen wir diesen Weg hier. Aus der Tür hättest du den Schlüssel her. Was? Der Schlüssel war da? Ja, ich weiß, das... Ja, das weiß ich. Leute, das weiß ich. I know. Aber wenn ich durch dieses Loch, wo der Schlüssel war, durchgecrawlt wäre... Ich weiß gar nicht, ob es möglich gewesen wäre. Ich wäre ja direkt in dieses Loch gefallen, ohne hinabzusteigen. Das ist das, was ich meine. 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 Aha, hier haben wir was. Komm mal. Grief in Loneliness, mein Schatz. Ich habe nichts. Ja, was... Ach so, das ist einfach nur ein Energieding ins Kirchens? Ähm... Nee. Okay, in der Geisterwelt ist das einfach nothing. Gott, wo sind wir hier? Also langsam, äh... Lege ich den Überblick. Aha. Eine Batterie. Für die Kamera. Was ist das? Aha. Oh, vielleicht hätte ich zuerst den Brief lesen sollen, ne? Sorry. Definitiv nicht mit Ranjits Stimme. Wen nehmen wir denn jetzt hier? Ähm... Hör mal auf zu scrollen, bist du bescheuert? Hallo? Hey! Noch ein Bug. Guck mal, das Spiel will nicht, dass ich von vorne anfange. Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief immer runterscrolle. Das liegt nicht an mir, das liegt an diesem blöden Gamepad. Anstatt dich direkt anzuschreiben. Der Grund dafür ist schmerzlich einfach für dich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Flücht... ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will. Dieser blöde Gamepad legt mich am Arsch. Was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemanden das Herz zu brechen, der so empfindsam zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Ursula. Meine liebste Ursula, ich muss dich verlassen, weil du hast den beschissensten Namen, den ich... Diese letzten Monate war mein Herz mit Freude erfüllt, zu wissen, dass du für mich da bist. Zu fühlen... Mann! Dieses Spiel bringt mich... Entschuldige, Ursula, ich streiche das Mann durch. Es tut mir leid. Mann! Und doch kann es nicht mehr sein, als das... Und doch kann es nicht mehr sein, als das Freundschaft. Nah, rein, wahrhaftig, aber niemals mehr. Freundschaft plus, vielleicht, jeder, dem ich Bock hab. Bitte versuch zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemand so nahe, so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert. Auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich... Oh, ich liebe diesen Satz. Du verdienst jemanden anderen. Du verdienst jemanden, der dich in den Armen nimmt, der die Freude und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünsche, ich könnte diese Person sein, aber ich bin das nicht. Warte. Warte. Können mein Bedauern nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir, eine ewige Freundschaft. Aber ich hab doch gesagt, Ende, jetzt sag ich ewig... Ach, ich weiß auch nicht, leg mich auf. Nimm die Pillen, Ursula, lass mich in Ruhe. So, das war's. Ursulas Ruhlen. Es war ein Witz. Ich habe nichts gegen Ursula. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Ja, ist ja gut. Es ist ja gut. Es ist ja gut. Hier komm ich auch nicht durch. Halt! Auf der rechten Seite hab ich das... What is this? Creepy, oder? Dieser Kinderzeichnung. Oh, da gab's mal einen richtig guten Film. Mit Gerd Fröbe. Einer von euch Buhmann, bitte. Von Gerd Fröbe. Also nee, nicht von. Mit Gerd Fröbe und Heinz Rühmann. Oh, den hab ich geliebt. Den Film. Und aufgrund von Kinderzeichnung musste Heinz Rühmann auf den Killer Gerd Fröbe kommen. Es war noch ein Schwarz-Weiß-Film. Super Film. Was geht nicht? Wovon redet ihr? Es geschah am helllichten Tag. Mary Boe, 1968. Ist 68 dein Geburtstag? Es geschah am helllichten Tag. Ja, der war geil, der Film. Oh Gott, den muss ich... Den hab ich bestimmt seit... Ich hab den mal vor 35 Jahren gesehen oder so. Da gab's mal so eine Reihe damals in der ARD oder so. Wir hatten da damals nix, außer zwei, drei Fernsehprogramme. In meinem Fall war es ARD, ZDF und Hessen Fernsehen. Dr. Mabuse. Auch Schwarz-Weiß? Ja, ich geh ja schon, ihr Kackviecher. Ist da nicht irgendetwas, was ich aufpicken kann? Dieser rote Ball da? Schaut mal auf der linken Seite. Nee, ne? HALT! Haben sie stehen. Wahrscheinlich kennen alle den Film. Übrigens, du hast nicht Grüezi gesagt. Grüezi. Edgar Wallace war auch gut. Da kann ich mich aber nicht so erinnern. Doch, Edgar Wallace. Aber nicht so wie, ähm... Wie Mabuse-Sachen. Pippofizien und Buspiron. Alter Pippofizien. Kannst du dich ernst nehmen, oder? Meine Dame, ich verschreibe in Pippofizien. Hören Sie auf zu lachen, was soll das? Pippofizien. Ich warne Sie, nehmen Sie das ernst. Sie haben eine Depression, deswegen kriegen Sie... Oh, es scheint zu wirken. Das Beste gegen Depressionen ist Pippofizien. Alter, Behandlung mit Elektroschocks. Oh, oh. Einer flog übers Pippofizien. Was ist denn das in der Geisterwelt hier neben mir? Was hat sich denn da angeschlichen? Das war eben noch nicht da, oder? Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Solange es kein Zäpfchen ist. Also ein guter Spruch, Anfa. Vielleicht ist es das Geräusch. Vielleicht ist es das Geräusch, was es macht. Wenn du es dir in den Hintern schiebst. Pippofizien. So, Leute. Wir haben wieder volle Stunde und deswegen kurz Subs vorlesen. Schon ein Jahr, wie die Zeit vergeht. Vor allem, je älter du wirst, desto schneller vergeht die Scheiße hier. Kann ich euch sagen. Finde den Erinnerungspunkt. Oh Gott, wo sind wir jetzt gelandet? Das Spiel hat sehr, sehr viele Mechaniken. Was? Ja, ich drück doch. Achso, ich muss da drauf bleiben. Oh, jetzt habe ich es gedacht. Ah, Sunflower, wehry of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky. You shouldn't have. Please. It's the least I can do. Thank you, for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So, there is more to this place than just doom and gloom. Ah, es werden immer mehr Spielmechaniken. Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch im Tutorial. Was schenkt der eigentlich? Eine Pusteblume? Ah, immer noch A drücken? Wieso? Kann ich es mir nochmal anschauen? Ah, Sunflower, wehry of time. For my favorite... Oh, Mr. Tarkovsky. Okay. Shut up. I hurt you. So, kann ich hier eigentlich noch irgendwas reintun? Konzentrier dich auf... Erstmal A drücken. Ah, the sparks too weak to absorb. It's like it's missing something. Okay. Ich muss irgendwas in der materiellen Welt reintun. Damit... Ich in der... Geisterwelt... Energie ziehen kann. Äh... I don't have a clue. Was ist hier? Ich kann raus. Wahrscheinlich eine Blume oder irgendwas, ne? Hier kann ich hier... Alter! Da steht da, come at me, Ursula. Seht ihr das? Come at me, Ursula. Ja, ich weiß. Ich hab's im Trailer gesehen. Oh, Gott. Ich hasse das. Kann ich nicht? Ne, ne? Ich konnte nicht durch das Fenster durch. Come at me, Ursula. Let's have... Let's... Copulate. Gibt's das Wort? Oh, ich muss mich beeilen, oder? Was machen wir hier? Muss gleich wieder zu meinem Körper zurück. Hier ist was. Was ist das? Eine Badewanne voller Blut? All right, Leute. We're in the game. Ich hab mich das erste Mal richtig erschrocken. Fuck me. Oh, oh, oh. Ich so, was ist das? Blut? Ab in die Fresse. Jesus. Wer von euch hat sie erschrocken? Das war der erste Jump-Scare. Finally. This thing isn't a razor. It's guilt. Shame. Regret. Ich glaub, ich muss gleich zu meinem Körper zurück. Schnell noch, schnell den Raum checken. Ich verschwinde, Leute. Ich verschwinde. Oh, hier gibt's noch viel mehr. Gibt's hier noch mehr? Oh, ich kann bestimmt durch diesen Raum noch durch. Aber hier ist nichts. Schnell, 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 schnell. Mann, ich... Oh, ich ständig meinen Kopf. Ist hier noch was? Ich glaube, das war's, Leute. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Ich muss zurück in meinen Körper. Scheiße, ich hab zu lange gebraucht. Oh, ich bin tot. Das wusste ich nicht, dass du sterben kannst. Mhm. Ja, okay, ich hab's gerafft. So. Hab ich das Ding jetzt... Hab ich das Ding jetzt am Mann, beziehungsweise... Scheiße, ich muss wieder von vorne anfangen. Alright. Ich hab's verkackt, Leute. Ich wusste nicht... Ich weiß, es wurde mir gesagt, aber ich hab echt gedacht, ich slippe von alleine zurück. Also, wir haben ein... Wir haben einen Jumpscare und auch schon den ersten Tod. Insofern... In meiner Geisterwelt kann ich irgendwie nicht rennen, ne? Oh, Gott. I hate this. Möchte gerne schreiben, dass es mir aber nicht gut geht, kann ich das leider nicht. Bin aber im Lurk. Dann bleib im Lurk und ich hoffe, dir geht's besser. Was immer du hast. Ich hoffe, das kann dich hier so ein Ticken ablenken, was wir hier machen. Pass auf, Leute. Es kommt ein Jumpscare. So, Leute. Das Blut kommt und jetzt gibt's gleich drei, zwei... Und wieder erschreckt. Du oder ich? Geh, 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 geh. Schnell, 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 schnell. Ach, du hast dich nochmal eins erschreckt. So, Leute, wir müssen... Ich nutze nochmal ganz kurz meine... Hier war nichts mehr, oder? Ne, hier war nichts mehr. Ich wusste gar nicht, dass du... Dass du stirbst, wenn du zu lang... Wieso kann ich hier nichts machen? Okay, mir fehlt noch ein Gegenstand. Gehen wir zurück. Ich wollte gerade zurücklaufen, ich trottel. Achso, ich kann da hier reinschneiden. So, jetzt wird's ekelhaft, Leute. Wenn ihr das nicht aushalten könnt, bitte weggucken. Ich hab seit vorhin Dark Rauchweh und Schüttelfrost bekommen. Ich hoffe, du hast dieses blöde Messer behalten. Yes, sie behält endlich das Rasiermesser. So, jetzt können wir uns nochmal umgucken hier. Aber ich glaube, hier war nichts. Äh, vom Spiel hast du Schüttelfrost bekommen? Weil du dich erschrocken hast? Okay, Leute, ich muss... Ich hab irgendwas übersehen. Was war hier? Achso, ich muss das nochmal machen, ne? Weil ich gestorben bin. Ich muss das nochmal machen. Ja. Ich glaube, ich muss das alles mal ganz kurz nochmal machen. Oh, Mist. Shut up. Ich wollte hier drauf gehen. Eine alte Preskription. Ich weiß, diese Drücken sind alle zu... Ah, ich hab irgendwas übersehen, Leute. Wieso komme ich hier nicht weiter im Spiel, hä? Konzentrier dich auf die materielle Welt. Weil... Da fehlt irgendwas. Ja, aber was? Eine Blume. Ich weiß, dass ich eine Blume reinstecken muss. Die einzige Blume, die hier im Spiel aufgefallen ist, ist dieser Vogel mit der Pusteblume. Aber ich komme nicht an diese Pusteblume ran. Ah, Sunflower, weirr von Zeit. Hier zum Blumentopf aus der Geisterwelt. Oh. Aha, das meint ihr. Aber das ist ja eigentlich schon durchsucht. Achso, hier bin ich ja runtergegangen. Und hier war auch nichts, ne? Na, hier bin ich schon durch. Ihr meint im anderen Raum nochmal in diesen Blumentopf. Okay, let's try. Aber da war doch nichts. Warte, warte, warte. Warte. Hier. Ihr meint das hier. Oh Gott, ich trottel. Ich war nicht in der materiellen Welt. Natürlich war ich nicht in der materiellen Welt. Oh. Geh da rüber, du Schmuck. Ich war natürlich nur in der Geisterwelt hier. Deswegen war hier auch nichts. Und das habe ich auch nicht in der materiellen Welt mir angeschaut. Okay, okay, okay. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. Ursula. Ach, du Scheiße. Also er wollte sie verlassen und sie hat ihn irgendwie vergiftet und dann... Erinnert mich an einen Film mit Daniel Day-Lewis. Der Typ macht ja nur alle zehn Jahre einen Film. Kommt, der letzte. Der Schneider heißt er auf Deutsch oder auf Englisch? The fucking... Kommt, Leute, der letzte Film mit Daniel Day-Lewis. Tut mir wirklich leid, dass ich ihn vergessen habe. Wo die Frau ihn ständig vergiftet hat, damit er sich geliebt fühlt. Oder sie das Gefühl hatte, sie konnte ihn lieben. Irgendwas mit der Schneider oder sowas. Ich hab's vergessen. Sorry, I'm terrible at remembering things. Okay. Yes, baby. Nochmal. Los, lad dich volle Kanne auf. Bis unter die Haarspitzen. Der seid eine Faden. War das so? Ich hab's vergessen. Guter Schauspieler. Daniel Day-Lewis könnte, glaube ich... Äh... Achso, das war nicht das Geilste. Ach, Leute, ich... Wisst ihr, was ich nicht auf die Kette kriege? RB, RL, RC und... Ja, ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Es tut mir leid. Was hab ich jetzt gedrückt? RT, ne? RT heißt Ride Tit. Und RB heißt Ride Balls, oder was? Ich hab die Balls und die Tits verwechselt. For fuck's sake. Wenigstens... So, nochmal. Hier. Ride fucking Ball. Wohin ich hier irgendwo rein? Irgendeine Ahnung, wo ich hin muss. Trigger und Button. Ja, der Trigger triggert mich. Aber bei RT hatte ich auch irgendwas. Passend, ich hab irgendwie gedacht, das wär der... Okay, dann gehen wir die Treppe hoch, oder? Erinnert mich so ein bisschen an Mount Massive. Alright. What do we have here? Wieder zur Seite schieben, richtig? Gucken wir uns nochmal ein bisschen um. Hier guckt er auf dem rechten. Split Screen, nicht auf dem linken. Soll ich hier wieder raus? Mal gucken, was da oben ist. Nichts. Hat's ja gelohnt. An! Okay. Open the door. Ich find es super, dass Kaya noch so ins Gaming gekommen ist. Wie gekommen ist. In meinem zwölften Lebensjahr. Oder zehnten sogar. Also alles nur wegen der ESO-Taverne in Wiesbaden. Nee, ich hab auch davor gezockt. Aber du meinst, wegen der ESO-Taverne hab ich Gronken kennengelernt und bin auf Twitch gekommen. Da hast du recht. Ich dachte, die Fußspuren wären in die andere Richtung. Sadness? Sadness. Sadness. Achso, hier waren wir schon, oder Leute? Nee, doch. Wir waren hier schon. Ja, stimmt. Hier sind wir wieder. Alles klar, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Stimmt, hier war diese Vorhaut, die wir beschneiden müssen. So, Leute. Für alle, die mal wissen wollten, wie das aussieht, wenn einem die Vorhaut weggeschnüppelt wird. Die Männer jetzt so Soll jetzt wieder die richtige Taste drücken. Ist ja ein Wunder, dass ich noch Energie hab, oder? Bei seiner, wo ich überhaupt hin muss? Ach shit, ich hab nicht genug Energie. Ich sterbe! Ach, Mann. Worum geht es in dem Spiel? Äh, wir sind Chirurgen und müssen die Vorhäute von Männern wegschneiden. Cheers. Mann, das ist aber fies, ne? Ich meine, ich habe kein... Was? Go fuck yourself, Game. Alter, wie die mich zurückgeworfen hat. Ist das jetzt ein Witz, oder was? Ist das ein Wunder, dass ich nicht vor dieser bekloppten Anstalt wieder anfange? Kann man hier eigentlich zwischenspeichern, oder muss man hier mal auf diese bekloppten Speicherstände? Warte mal kurz, das muss ich mal ganz kurz rausfinden. Nee, man muss... You fucking... Der Rage-Level steigt mild. Ich finde, das ist so eine Verschwendung von Lebenszeit, wenn man den ganzen Schritt normal spielen muss. Das ist so eine bescheuerte Spielmechanik, die ich schon immer gehasst habe. In allen Spielen. Wo war das hier? In Dingenskirchen. Wie heißt dieses Vollidiotenspiel für Trottel? Komm, wie heißt das nochmal, Leute? Auf der PS5. Wo ich aufgehört habe, weil ich keinen Bock hatte, den ganzen Shit wieder von vorne zu spielen. Das ist so... Was ist denn das für ein Spieldesign? Wo du einfach sagst, ja, ich bestraf dich, indem du den ganzen Kack normal spielst. Wo du sagst, hä, was? Was ist denn das denn für eine Bestrafung? Demon's Souls oder sowas, oder? Oh, das ist ein schwieriges Spiel, Kai. Das gehört dazu. Was gehört dazu? Dass du einfach alles... Dass du repetitive Gaming machst. Ist das die Schwierigkeit? Seriously? Ja, das ist voll krass. Pack auf. So, Vorhaut erstmal wegmachen, ne? So, Leute. Männer, guckt weg. Ich kann selber nicht hingucken. Legenden sagen, je salziger der Streamer, je besser der Stream. So, jetzt muss ich mir irgendwo Energie holen, ne? Wo war das nochmal, Leute? Ja, aber ich brauche doch eine Energieanzeige. Woher soll ich denn wissen? Guck mal, mein Arm... Zadnis. Ach so, ihr meint, das ist die Energieanzeige? Die zwei Ringe, die ich habe? Und wenn die Energie voll ist, dann geht sie oben bis zur Schulter hin? Okay, wenn das so ist... Warum sagt mir das Spiel das nicht? Okay. Kann wahrscheinlich... Dann ist das so. Ich habe noch zwei Ringe... Am linken... Ärmchen. Gehen wir mal weiter. Ich habe nämlich vergessen... Wo... Die nächste Aufladestation war. Wisst ihr das noch? Boah, ich weiß es wirklich nicht mehr. Nee, hier geht es runter nur. Scheiße, scheiße. Wo war das nochmal? In der Lobby. Unten beim Aufzug. Probier mal durchlaufen. Durch die Motten. Nee, dann sterbe ich. Habe ich schon probiert, Leute. Wo war nochmal hier sich aufladen und so ein Shit? War das hier? Nee, ne? Muss ich wieder runter? Oh, come on, Leute. Muss ich wirklich runter? Gab es auf dieser... Wo gehst du denn? Mädchen. Hallo? Gab es auf dieser Ebene keine Aufladestation? Nichts mehr? Oh, Leute. Muss ich wirklich runter? Mit dem Schild und dann laufen? Mit dem Schild rennen? Bei der Blumen. Aber das heißt, ich muss nochmal einen Stockwerk runter, ne? Oh, hier komme ich nicht mehr runter. Aha. Was war denn hier mit diesem komischen Raum? War da irgendwas? Hier in der Geisterwelt? Wo war der denn? Hier. Hier war nichts, ne? Hier war nur der Schlüssel. Ein Badezimmer war... War das... Gibt es das Badezimmer überhaupt? Hier war auch nichts. Scheiße. Jetzt muss ich wieder runter rennen. Da war der Schlüssel. Ja, das weiß ich. Also wieder runter die ganze... Oh. Man gibt's... Warum ist das nicht so convenient? Habt ihr nicht euer Stromnetz ausgebaut wie Tesla? Müsst ihr den ganzen Mist wieder nach unten laufen? Wo ist die Pusteblume? Warum rennst du nicht? Renn! Ne, das geht nicht, Leute. Hier sind wieder die Motten. Ey, das kann doch nicht sein. Ich hab keine Aufladestation mehr. Noch eine runter, oder was? Ich kann nicht. Ich kann mich nirgendwo aufladen, merke ich gerade. Boah, sag mal, Leute. Wo ist denn die Aufladestation jetzt die nächste? Wenn ich jetzt mit dem Schild durchrenne, ich kann mich nirgendwo aufladen. Das geht nicht. Du musst schneller sein. Okay, anders geht's. Ich kann mich auch nicht aufladen. Ihr habt recht. Okay, ich renne jetzt. Mal gucken. Vielleicht geht das schneller. Oh, ihr habt recht gehabt. Applaus für den Chat. Da hat man einmal auf den Chat gehört. Und was man eigentlich nie machen sollte. Okay, ich hätte rennen müssen. Der Himmel steht in Flammen. Explosionen heilen in der... Achso, äh. Der Himmel steht in Flammen. Explosionen heilen in der Wild. Komm, das rappen wir, oder? Der Chat hat immer recht. Of course. Meistens, wenn ich auf den Chat höre, heißt das... Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Yeah, yeah, ein Stück Geschichte. Der Himmel steht in Flammen. Explosionen heilen in der Wildnis wieder. Funken regen auf die Ruinen von Fort Pulaski. Eine einst undurchstränglichen Festungen. Die während der Offensive gegen Hitler, Streitkräfte, 45 Schauplatz, der... Jedes... Die... Ich kann meine eigenen Schrift nicht lesen. Diesmal waren es jedoch nicht die Bomben, die Mörsefeuer, die den Nachthimmel erhellten. Sondern spektakuläre Feuer, wirklich groß. An der Veranstaltung nahmen auch die Leute der Partei teil, darunter Sekretär bei der Gold für die... Möge diese Orte siegreichen Kampfs gegen die Mischte, Böse, sieb Orte, Erholung, bedimmelnde Wohlstand reichen. Das ist im Januar 45 von der Heldenhäupte und der Mähe. Vielleicht wurde der Zettrenoviert, denn das für die breite Öffentlichkeit züglich gemacht wurde. Nie war er im Volksresort. Ende Pum. Noch ein bisschen off-Track, aber... Ich ruf mal Sida an, ob er mich produzieren kann. Kappa, no front. Was haben wir hier? Es geschah am helllichten Tagzeichnung. Loredana... Was? Loredana in männlich. Gruseliger als Jumpscare. Ich versuche hier ein bisschen Horror reinzubringen, das Spiel. Immerhin hatten wir ein Jumpscare. So was ist hier los? Was macht die? Ist das Ursula links? Die einen Trakowski traktiert? Oder what the fuck? I don't know, Leute. Ich weiss es nicht. Was ist hier? XXX. Drücken Sie X. Wen nehmen wir? Schweizer? Ist es beinahe fertig? Das Hauptgebäude ist besser gelungen als es erwartet. Jetzt geht es nur noch darum, die weniger sichtbaren Teile rätische Ressorts fertig zu stellen. Verdammt, dieser Ort ist einfach perfekt. Abgelegen, friedlich. Weitab von neugierigen Augen. Von aller Augen versteckt. Alter, das war der zweite Jumpscare. Im in real life. Es hat etwas Überzeugungsarbeit benötigt, damit wir bleiben durften. Zum Glück kann ich recht überzeugend sein, wenn es darauf ankommt. Oh ja, ich glaube, mir ist endlich etwas aufgefallen. Eingefallen. Ich werde es Nirvana nennen. Niva. Nivali. Drei. Olde. Invoices. Outdated documents. Wunder why someone put them out here. Schöne wie der Rekowitsch? Retschowitsch. Strabatiewitsch. Wer ist der Rekowitsch? Manager? Das war ganz schön. Thomas Reykjavich. What? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Reykjavich? Was he the manager here? I... I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old man, all look the same. All wrinkly and oh bleh. Hey, that's not very nice. Du siehst jetzt nicht besser aus. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. Okay, sadness. Oh, there's no one here. Sadness? Das ist so geil. Ich sollte aufhören Gamepad auf den Tisch zu legen und dann fängt es an zu vibrieren und direkt auf den Sack so. Bumm. Mann. Aber es war ein wenig erotisch. Würde schon sagen, fast ein bisschen erregend. Erregend. Ich glaube, nachher werde ich off stream noch ein bisschen rum vibrieren hier. Ne, da waren wir schon, ne? Dump scare next level. Aber wirklich, wer braucht virtual reality? Erregend. 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 Was ist going on? Come on. Ja, dankeschön. Wenn du den Schraubenzieher nicht hättest stecken lassen, du Vogel. Oho, was ist hier los? Das ist doch Jack, das ist doch dein Vater. Hier der Glatzkopf. Oh, schon wieder Power. Ich brauche schon wieder Power in meinem doofen Arm. Was ist denn eigentlich hier mit dem Power-Netz? Kann das hier ein bisschen aufgebaut werden? Da habe ich schon einen Tesla-Arm und dann habe ich nichts zum Tanken. Ja, unordentlich. Messy. Oh, das ist ja Taschenlampe. Kombinieren. Ja, mit dem Rasiermesser. So ein Rasiertaschenmesser-Lampen-Dingens. Der Schweizer Sockmesser basteln wir jetzt. Komm. Nein, lässt mich nicht. Und ein Schlüssel. Ja, wahrscheinlich die Grandfather-Glock. Du hast doch gerade die Grandfather-Glock gesehen und sagst, hm. Okay, hier hat der Dude angerufen, der Thomas. Von hier aus. Was machen wir hier? Ja, das ist so, wenn Geister da reintreten, dann weißt du, kannst du den... Oh, so erledigen. Drei Uhr ausstehen. Nicht die Wecke ausschalten. Medikamente. Waldweg überprüfen. Hotel Alte Zeitungen sortieren. Morgen kommen die Bündeli. Altpapier wird abgeholt. Nachforschung fortsetzen. Foto entwickeln. Oh, schon wieder entwickeln. Büro überprüfen. Buser nach 11. Wer ist denn L? Wer ist denn L? Wer ist denn L? So. Haben wir alles? Heiße Musik. Okay, wir gehen hier raus. Warte. 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 Hatten wir eigentlich die Geisterwelt vorhin auch? Hab ich gar nicht, merke, gar nicht drauf geachtet. Da geht es. Da geht es. was hier los das wollte von mir ach komm leute wirklich kann die zeit zurückdrehen there an imprint is that thomas yes it's muss ich hier stehen bleiben ja das ist dieses ding was du gefunden hast mit dem strom schmuckine ich bin aufgeladen ah jetzt siehst du jetzt seht ihr das leute am arm ich hatte vorhin nur zwei ringe und jetzt hat sie gut gut dass ich das selber ausgefunden haben das re hat bestimmte tiefe bedeutung im spiel jetzt muss er an der uhr drehen gut in wortspielen sollte mir überlegen so ein scheiß würde ich nie kommen anyway let's go power wir ab hier diese komische ding ins kirchens tak tak ach so ich muss ja vorher brauchen habe ich vergessen habe ich es gepowert jetzt habe ich es power up yourself ein prester green button was mache ich denn falsch ich brauche doch like a mother ich mache irgendwas falsch leute jetzt habe ich den arm jetzt hole ich mir noch mal energie ich musste doch nur davor stehen und die rechte titte bewegen oder das ist alles was ich machen musste da oben wie da oben irgendwas habe ich nicht auf die kette gekriegt also rechte titte drücken und dann wieso passiert hier nichts irgendwie zu doof dieses spiel ich probiere es gleich nochmal ich hole mir aber energie man weiß ja nicht ob ich nochmal zurückkomme uhr drehen wirklich ich muss nochmal zurück ok ich gucke mal schnell wartet leute ok ihr habt vielleicht recht heute höre ich aber ungewöhnlich oft auf den chat ist mir aufgefallen aber kann ich nicht an der stelle wo die tür auf ist ist es nicht ist sie jetzt auf warte mal kurz ist das nicht am einfachsten hier so easy oder doch nicht hätte ich gerade gedacht sorry gibt es denn eine andere stelle die irgendwie interessant ist ok ich muss ganz zum anfang zurück wollte mir hier noch was erzählen oder der dude hat mir nichts mehr zu erzählen ist ja dieselbe haltung hat der jetzt probieren wir es nochmal ok nochmal aufpowern versuch was anderes ich hole mir ein out of body experience irgendwie komme ich in dieser welt nicht rein habe ich das gefühl so kann ich nochmal a drücken hat er mir irgendwas zu sagen der vogel gott jetzt verstehe ich wie kann ich denn die wires wo sind denn hier 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 ist dieses blöde ding es geht nur hier ok leute now your business oh nein ich habe die energiequelle nicht mehr oder kommt ihr nochmal gut jetzt nochmal aufladen seit wann gibt es denn medium seit heute 18 uhr glaube ich nicht mehr ziemlich sicher weil ich habe das gesehen und gedacht schnell spielen bevor andere leute spielen ok we did it also ich muss wieder wieso ist denn jetzt in der materiellen welt ist immer noch gestoppt oh jetzt muss ich wieder die scheißuhr zurückdrehen wieso kann ich denn in der materiellen welt jetzt nicht rein das macht für mich überhaupt keinen sinn ich habe das ding doch geöffnet oder gefällt I don't get it ah jetzt ist sie auch ok whatever oh nein die geisteswelt ist weg Oh, ich werde das nie verwendet werden. Nein, das funktioniert nicht. Komm, du hast die Kraft. Ich habe die Kraft. Ich hoffe, er hat es nicht als Textbuch benutzt. Du siehst, Maleficum, Maleficum. Was stand da drauf? Suppressiv, oder? Ich bin nicht sicher, ob ich das Geräusch mag. Okay. In welchen Filmen findet man das Buch Simulacra and Simulation? Kleine Quizrunde mit euch. Come on. Hexenhammer. Nein, wie heißt der Film? Simulacra and Simulation. Das ist für die Nerds unter euch, für die Film-Buffs. Wissen wer von euch ein Fan ist von... Maleus Maleficarium ist das Buch der Inquisition bezüglich der Hexenjagd. Oh, wieder was gelernt. HD-Sonics. Matrix, sehr gut. Hier ist ein Applaus, HD-Sonics. Leute, ich habe mal eine Frage an euch. Eine ernst gemeinte Frage. Und zwar, wo unsere gemeinsame Zukunft hingeht. Nein, keine Angst. Nichts Schlimmes. Hört auf. Nein. Nicht so lange es euch noch gibt. Ah, in der Geisterwelt war das doch so ein... Hier. War das so ein ganz... Ich kann mich erinnern, das sah aus wie so ein Laberklumpen in der Geisterwelt. Es wird stärker. Ich spüre, wie es sich befreit, in meinen Geist eindringt. Es wird raus. Es kann nicht raus. Ich werde es nicht zulassen. Dass man es bedeutet. Nein. Ich werde ein Türke. Okay. Bisschen Schizophrenie zwischen Rancid und Hakern. So, ich wollte euch was fragen. Ich habe alles vergessen. Hättet ihr Bock? Hättet ihr Bock auf so ein Quiz, was wir zusammen machen können? Weil ich quiz euch die ganze Zeit. Ich habe mir wirklich überlegt, ob wir nicht mal zusammen quizzen können. Und wenn ihr gewinnt, dann gewinnt ihr Subs. Und wenn ich gewinne, dann gewinne ich Subs. Nein. Oh nein, jetzt müssen wir schon wieder Fotos machen. Ich werde bescheuert. Fuck. Ist doch cool. Ja, kann man machen. Ich hätte auch Bock. Einfach mal der Community so Quiz-Games zu quizzen. Weil ich... Weil ich... Ich... Fast in jedem Stream frage ich euch irgendwelche nutzlosen Sachen. Wo kommt das... In welchem Spiel kommt das so Nerdwissen, wisst ihr? Vergiss das Rotlicht nicht. Ich vergesse ich das Rotlicht nicht. Ich vergesse ich das Rotlicht nicht, weil ich gestern in Amstetten war da. War da. Super. Ich habe die Schaufenste angeguckt. Aber jetzt die Corona ist ein bisschen schwierig. Ich muss nicht in die Schweiz setzen die Bordelle noch auf. Fünf Sekunden bestrahlen und drei Sekunden nieder Ablage. Merkt euch das? Das klingt super. Wäre mal abwechslungsreich, gell? Finde ich mit Google ziemlich schwer. Ihr habt natürlich recht. Ihr könnt cheaten. Das ist das Problem. Okay, dann werden keine Subs verschenkt. Jetzt wirst du voll gehatet. Duke Wahlberg. Weil du hast es jetzt kaputt gemacht. Jetzt kommen alle... Also, vergiss das Rotlicht nicht. Fünf Sekunden bestrahlen und drei Sekunden in jeder Ablage. Alright? Merkt euch das? Ich habe es gleich wieder vergessen. Developer. Dadurch werden freigelegte Bereiche von Defoto Schwarz. Aber wenn man schon Sub hat, bekommt man fünf Euro von PayPal. Wenn ihr schon Sub habt und ihr gewinnt, dann kriegt ihr den Sub aberkannt. Dadurch werden freigelegte Bereiche Defoto Schwarz. Bereiche weniger Licht ausgesetzt. Farben Grau diese. Bereiche kein Licht. Gehalte Farbe. Bitte. Stopped Bad. Stopped Entwicklungsprozess. Effekte Entwickler. Fotopapier Scheiße. Entfernt Silberpapier. Macht beständig. Mein Schatz. Wir beide zusammen. Okay. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich brauche drei Liquids, um das Foto zu entwickeln. Ich habe schon wieder vergessen, welche. Scheiße. Ich hoffe, es ist ein Speicherpunkt. Da sind noch die Liquids. Äh, macht das Rotlicht wieder aus. Ich wollte an diese Liquids ran. Mann. Ja, ich habe nichts. Was ist das hier? Ja, ist ja gut. Hier ist das Foto. Sind... Die Liquids habe ich da noch gar nicht gefunden. Wo sind die fucking Liquids? Foto. Äh, dann auf was? Wo hat die... Light fünf Sekunden, Each Trade drei Sekunden. So wie am Anfang. Also hier geht es rein mit fünf Sekunden. Ja, aber es ist doch kein Liquid drin, oder? Nimm den Becher in den Fächer. Hehehehe. Sehr gut. Becher in den Fächer. Kelch in den Elch. Sag mal, hätte ich die vorher nehmen sollen? Da sind die drei fucking Liquids, oder? Die sind doch noch gar nicht da drin, die Liquids. Och Mann. Ich brauche wirklich... Mann, mich... Ständig gehe ich auf mein fucking Gabel drauf. Also ich nehme mal an... Oder ich gehe mal zurück. Ui. Ah, hier sind die Liquids. Was ist das hier? Alright, hier sind sie. Das ist eine. Zwei mehr zu gehen. Okay, okay. Ich hätte die Fotos einfach... Das ist doch auch ein Liquid. Take it! Genau, ich hätte sie einfach... In irgendwelchen Leeren... Hier geht's wieder zurück, ne? Was ist das hier? Was ist das hier? Take it! Och, schau... Ah, das ist super. Das ist unglaublich. Schauen Sie hier. Egal welches Spiel der Kaya spielt, überall hat der Papierbündel ein. Ist das super, oder? Super. Ah, hier waren wir schon bei Maleficus. Sag mal, diese Liquids waren eben noch nicht hier. Kann das sein? Come on, give me the Liquids. Hier ist noch ein Buch, interessiert mich nicht. Oh, so ein Zufall. Ich schwör's euch, die Liquids waren noch nicht hier. Okay, das sind alle von ihnen. Ja, das sind alle von ihnen. Okay, let's start the process. Ähm... Okay. Was steht da? Developer, Bath und Fixer. Dann fangen wir an von da nach da, ne? Hier machen wir den Developer rein. Und dann müssen wir hier rüber... Wo ist denn der... Ach, der Tray erstmal da... So. Developer... Was ist denn der Developer von denen? Ja, super. Das ist auf Deutsch. Entwickler, Stop, Bath, Fixiermittel. Ja, hätte ich auch selber. Wo ist denn der Entwickler? Ist Multigrade der Entwickler? Muss ja sein, ne? Multigrade ist der Entwickler? Kaya, schreib ins Buch. Shut up! Developer, Stop und Fixer. Ja gut, geht ja nur so. Also, dann ist das der Developer. Ähm... Was war das zweite? Stop. Und das ist das hier. So, you want to be a photographer. So, und dann war's äh... 5-3-3, ne? Okay, let's go. Seid ihr ready? Ich nicht. 5-3-3, richtig? Achso, ich muss ja... Hier, 3 Sekunden. Für die jetzt fehlen sie... Jetzt. Eins... Drei... Drei. Okay. Wir sind hier beim Fotosimulativ, falls ihr euch fragt. Ist das ein Psychohorror? Ja, ist es. Wenn ihr das Ding nämlich nicht richtig entwickelt... Eins... Zwei... Drei. Alright. Das ist Thomas Rakunski, oder wie der heißt. Eins... Zwei... Drei! Hallo? Katzin. Wer ist das? Zeig ihn mir! Ich hab die ganze Arbeit gemacht! Das bin ich. What the hell? Gleich ein Foto vom Rehe. Ihr seid bescheuert. Aber lustig. Ein Foto vom Rehe. Oh, jetzt wird Spooky. Jumpscare incoming, Leute. Haltet die Luft an. What... What the fuck is this? Wo ist mein Jumpscare? What? Das ist orkisch, oder? Schlund. Schlund, Mr. Schlund. In diesem nackten Poppes. Ich muss irgendwas drücken, oder bin ich tot? Wie hab ich das gemacht, Leute? Ich hab einfach rechte Clip gedrückt. Ich glaub ich muss da durchrennen. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich... Ich komm bei dem Monster. Habt ihr ne Ahnung, was ich hier machen muss? Oh Gott. Das ist aber ne sehr komische Perspektive. Don't leave me here. Äh... Alter! Rechts, links, man weiß es nicht. Oh Gott. What the fuck? No! Oh shit. Wo muss ich denn... Was muss ich drücken? Ah, noch gar nichts, oder? Du bist den Gefahren der Geisterwelt nicht zur Gänse ausgesetzt. Drücke RT. Rechte Titte. Du Kack... Arsch... Sorry, aber... Kannst du mir das nicht vorher sagen? Du Piskopat. Du willst mich erst mal scheitern sehen, he? Weil du das dann denkst, das Spiel wird dann interessanter. Man. Also merkt euch, rechte Titte drücken. Mensch, Kaya, was machst du denn? Wieso ich jetzt... Alter, jetzt krieg ich auf die Fresse von euch. Äh, kurz ein paar Subs vorlesen und dann machen wir weiter. Alles klar, wir gehen ins Game zurück. Okay. Äh, womit renne ich nochmal mit der linken Titte, ne? So. Und dann muss ich die rechte Maustaste drücken. Äh, die rechte... Ich hab das Gefühl, das werde ich ungefähr 100 Mal machen müssen, diesen Playthrough. Ich hab doch nur so'n Gefühl, Leute. Let me try you on. Das wird zwei Rosen dauern. Oh, Gott! No! Booo! Sorry, kapier's nicht. Also wer jetzt aufs Klo muss, der geht aufs Klo. und er kann in einer Stunde wiederkommen und ich werde exakt an dem selben Punkt sein. Der Typ kam von der anderen Seite. Wann soll ich denn RT drücken, hä? Das ist ziemlich frustrierend, die Stelle jetzt. Und ich finde sie total unnötig in diesem Spiel. Fuck off. Wir können ruhig aufs Klo gehen, Leute. Aber lasst den Stream an. Ich brauche die Viewers. Let me try you on. Oh Gott. No. Don't worry. You're a test. An der Stelle. Ich drücke... Alter. Ich hab R1 gedrückt. Ich drücke R1. Äh, äh, RT. Ich drücke R1. 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 Wer jetzt auf dem Klo ist, der tut mir leid. Not a fan of light, huh? So eine ganze Menge Leute sind jetzt kacken und sagen, Shit. Ich bin jetzt durchgekommen. Ich weiß nicht, was RT gebracht hat. Was mach ich hier überhaupt? Kann mir das einer sagen? Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich? Hallo? Ja, ohne Scheiß, Leute. Wo bin ich? Äh. Wo kommst du denn her, du Vogel? Ich war Speedkacken. Alles gut. Was war passiert? Ich bin auf... Ich war auf dem Klo. Ich hab's geschafft. Aber ich hab das Gefühl, das ist nur eine Zwischenstation. So, wenn ich jetzt... Okay. Anscheinend hilft mir das. Ach so, ich muss loslassen. Okay. Das soll ein bisschen helfen anzeigen. Ich glaub, es geht noch weiter, Leute. Ich hab's noch nicht geschafft. Ich find's nur ein bisschen komisch, dass eben gerade die Kamera... Also in die Richtung gehen wir nicht mehr. Und in der ist halt... Ich hab keine Ahnung, wo ich da durchgekommen bin. Aber ich glaube, es geht gleich... Fuckin' knew it. Brücke... Was? Die... Aber... Was ist das für ein Pfeil auf meinem Kopf? Sagt es mir die Richtung an, oder was heißt das? Okay. Okay, ich glaub, ich hab's verkackt. Er macht jetzt einfach alles kaputt, oder? Muss ich hier lang? Nee, muss ich nicht. No! If you kill me, you fuckin' wanker, dann kann ich nicht deine Freundin sein. Oh shit, der dreht sich gleich um. Was ist denn, hast du Mundgeruch? Nee, ich muss nach rechts. Nach wo? Ach so! Ich hab'... Jetzt kommen diese Kackviecher schon wieder. Jetzt kommt ein Jumpscare. 100 Pro. Wo ist denn der Vogel? Oh, 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 Leute! Wenn ihr das Ding kaputt macht... Das Mal... Läuft der auf High Heels, oder was? Ich muss... Du... Wo muss denn ich jetzt lang? Hier, go! Okay, eher rechts, ich links, oder? Oh, ich wusste das. Geht der jetzt links rum? Geht der links rum? Ja, fucking hell, er geht links rum. Boah, ich laufe wie so eine Oma. Was ist jetzt mit dem Vogel? Entscheide dich, du Schmock. Scheiße, geht der links oder rechts rum? Nee, du machst das Ding kaputt. Ohne einmal Energieverbrauch zu haben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt gleich. Meint ihr, der läuft hinter mir her? Ich laufe hier so ganz entspannt durch die Gegend. Was war das? Es war dein Vater. Du hast ihn nie lieb. Du hast ihn nie öffnet. Du hast ihn nur versucht, ihn lieb. Marianne. Oh, drücken Sie A bitte. So, sorry, wer auf dem Klo war. Ich habe euch leider umsonst aufs Klo geschickt. Rechts war eine Tür. Ähm... Da waren eine ganze Menge Türen. War eine auf? Seriously? Das ist aber fies, Mann. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich bin schon wieder tot. Nee, doch nicht. Okay, wir sind relativ weit gekommen, muss ich sagen. Ohne einmal nicht zu sterben. Ich habe mein ganzes Leben über die Ecke unserer Realität verfolgt. Even as a child. I saw things that would break a grown man. Eventually, I grew into it. It became my normal. But... That thing... It was anything but normal. Spricht Sie zu jemandem? War da gerade jemand... Ihr Therapeut? Wahrscheinlich sitzt hier Paul Panzer gegenüber. Jo, erchen Sie mal. Ich kam zu Neva, zu suchen, für Antworten. Und all I got was more questions. What was that monster? Who was Thomas? And what did he want from me? Kennt ihr die Zigarettenmarke Sabbat? Sabbat? Ich war auf der Toilette. Ich war auf der Toilette. Rangenscheibenvorfall. I woke up with icy water in my veins. I wanted nothing but to get out of there. To just get up and run until my legs give out. You gotta get out of this place. Ja, aber Sadness hat nichts hier von diesem Vogel da erzählt. Und, huh? Sadness, where were you? Huh? Welcome to the Hotel Neva. You can check out, but you can never leave. There's someone there. Grazie. Oh, das ist aber nice gemacht. Hallo? Sag was in die Box! Richard? No, Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Who's Richard? Okay, Leute. Wir sind hier noch nicht durch. Diese grüne Lampe. Diese grüne Lampe habe ich in so vielen Spielfilmen gesehen. Ich weiß nicht warum, aber auch durch sämtliche Epochen, ne? Ob es jetzt ein Western-Film ist, diese grüne Lampe. Ob es zeitgenössischer Film, diese grüne Lampe. Achtet mal drauf. In Filmen immer diese grüne Lampe. Ist nur so ein Random-Notiz. So, Leute. Könnt ihr noch? Sollen wir noch den Day-Room noch schnell finden? Sollen wir noch da? Oder seid ihr immer noch auf dem Klo? Ich hab nix. Wie, du hast nix. Wo ist denn deine Zeit? Du hast alles verloren. Wo ist denn deine hier Beschneidungswerkzeug? Ich hab' diese Lampe auch. 70er. Gibt's die nicht auch in... Bin am Zähneputzen. Ja, da bin... Schau mal, Leute. Daran erkennst du einen guten Entertainer. Wenn du das so gut entertainst, dass die Leute nebenher Zähneputzen. Na, ich mach mich bettfertig. Es springt der Typ noch, oder was? Unverschämt. Wieder Aufzug fahren, oder was? Nein, der Aufzug funktioniert nicht mehr. So, wahrscheinlich ist da hinten die grüne blinkende Tür. Ich glaube, da könnte es zum... Ah, wie sag' man auf Deutsch? Tages... Wie, was? Tagesstätte? Hat sich hier irgendwas verändert? Daycare-Room? Nein, ne? Zähneputzen gerade auch. Leute, da hat sich, glaube ich, nichts verändert. Nein. Da ist wieder Onella Mutti. Oder Teresa Orlov... Os... Wie hieß die nochmal? Orlovski? Oder Oslovski? Vergessen, wie die hieß. Oh, das ist aber ein Zufall. Teresa Koslovski hieß die, ne? Also eine berühmte Schauspielerin in den B-Movies. Ich dachte, ich wäre wieder festgepackt. Der Day-Room, da ist direkt vor meiner Fresse und ich frage, wo das Ding ist. Meine Mutter würde jetzt wieder sagen, Mama, ich finde das Salz nicht. Direkt vor deinen Fresse. Okay, hier ist nichts. Orlovski. Orlovski, wer kennt sie nicht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Zeit mit Familie. Urlaub auf dem Land. Sie werden nur nicht überleben. Komm, gehen wir in den Day-Care-Room. Oder Day-Room. Zähneputzen ab ins Bett ist auch ein nettes Lied. Habe ich euch die Geschichte erzählt, ne? Meine Frau hat als Kind immer Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen bekommen. Wisst ihr, was meine Eltern gemacht haben? Licht aus Schlaf jetzt. Das war meine Gute-Nacht-Geschichte. Und ich war noch mit so offenen Augen, guckte ich noch so in die Dunkelheit. Hellwach. Ach Mann, ich hab nix. Ich hab keine Ahnung. Du hast doch Power, du hast doch Kräfte, du Vogel. Habe ich irgendwas schon wieder übersehen, oder? Aha. Kurze Geschichte, aber wirkungsvoll. Ja, Leute. Licht aus Schlaf jetzt. Das war meine Gute-Nacht-Geschichte. Ich geb dir eine Gute-Nacht-Geschichte. So in etwa. Mir wurde immer gesagt, mich fressen sonst die Schatten nachts. Uh, das ist ja übel. Was denn das für eine Erziehung? Hast du deswegen einen an der Waffe? Ich lese meine Tochter täglich vor. Ich find das super, Leute. Gute-Nacht-Geschichten ist genau richtig. Ich komm, wir kommen aus Rumänien. Bei uns war es genauso. Licht aus und tschüss. Oh Gott. Man kann so viele Traumata verhindern, indem man einfach das Kind ordentlich behandelt. Hab ja erzählt, meine Frau guckt dieses Mein-Kind-Dein-Kind, oder wie heißt das? Kindertausch? Ich hab vergessen, wie das heißt. Ey, das ist ja absolute Horrorgeschichten. Ich weiß nicht, ob die das absichtlich machen, ob das bezahlte Schauspieler sind. Man kann ja im Fernsehen nichts glauben. Aber da gibt's Leute, die ihre Kinder behandeln, wo du sagst... Boah. Gruselig. Ich bin dafür, dass jeder mit dem 18. Lebensjahr eine Therapie machen muss. Scheißegal, welche. Damit der, wenn der irgendwann Kinder kriegen sollte, so halbwegs therapiert ist. Da draußen laufen so viele Deppen rum. Ich sag's euch. Ihr könnt mich zitieren. 2021. Da draußen laufen so viele Deppen rum. Und dann so... Ich seh'n ständig in meinen Träumen den anderen Ort. Staub und Tod, soweit das Auge reicht. Das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomm keine Luft. Der Staub brennt mir in der Lunge. Ich fleh', dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann. Aber das muss er wohl sagen, nicht wahr? So. Wo ist denn jetzt... Ich brauch'n Schlüssel oder irgendwas. Komm'n, Leute. Ich muss weiterkommen in diesem Spiel. Keiner fühlt sich angesprochen. Ich hab' selten jemanden erlebt, der nicht einen Knall hatte, Leute. Oh, hier geht's weiter. Hab' ich gar nicht gesehen. Hab' ihr das gesehen? Oh, ich wusste... I didn't... I didn't... First Thomas, then Richard. I wasn't here before. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. Was I here before? At least Sadness was still with me. In a way. Sadness? Where is Joy? Where is Joy? Was mach' ich hier? Okay. Hier ist nichts, oder? Die Frau im tadellosen Zustand. Ist das ein Only-PC-Game? Das weiß ich nicht. Also, ich spiel's auf dem PC, Leute. Ich hab's über Game Pass. An dem Bild hättest du was machen können. Ja, nur anschauen, Leute. Bild anschauen reicht mir nicht. Sollen wir jetzt zum Plattformer mutieren, dieses Spiel? Ups, was haben wir hier? Naja, wenn du Outlast kennst, dann bist du abgestumpft. Aber so viel Blut, dass du irgendwann das gar nicht mehr gesehen hast. Äh, ich würde jetzt nicht in das Becken springen. Wer von euch hatte Schiss vom Zehner zu springen? So, bis du zehn Jahre alt warst. Also, Fünfer war so das... Ich glaube, ich hab in meinem Leben... Bin ich zwei- oder dreimal vom Zehner gesprungen. Aber nur so Kerzen, gerade so. Noch nicht mal die Nase festgehalten. Einfach so. Und dann einfach... Du hast zuerst... Du hast zuerst mich gesehen... Und dann zwei Zentimeter hinter mir... So eine braune Soße. Puh. Nein. Maximal Dreier. Ich glaube, ich hab den Zehner zweimal gemacht. In meinem ganzen Leben. Vom Zehner noch nie. Ich hatte immer Angst, ich treff das Becken nicht von oben. Also, einer war ja wohl easy. Einen Dreier hatte ich übrigens gar nicht. Ich hatte eins, fünf und zehn. Mein Opa macht gefühlt immer Backflips vom Zehner und ich schiebe alleine Panik. Alter. Backflips vom Zehner. What the fuck? Hat's gerade gelaggt, das Spiel? Doch, was hackt? Wer laggt denn hier rum? Oh, fast bin ich runtergefahren. Ich glaube, ich muss runter. Das Spiel erinnert mich sehr stark an Maniac Mansion. Oh, ich glaube, ich muss runter. Unten ist irgendwo so ein Kackviech. Vom Zehner habe ich heute noch Schiss. Du hattest keinen Dreier? Nee, ich hatte nur Einer, Fünfer und Zehner. Oder vielleicht war da Einer der Dreier. Man weiß es nicht. Scheiße, ich muss hier runter. Ich wusste es. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um, bevor ich runtergehe, oder? Oh, oh. Ich glaube, unten gibt es so eine Bathroom-Fight-Scene. War immer in der Schule so. Die anderen immer welche Games gemacht und ich im Nichtschwimmerbecken am Mann. Tut mir leid. Die anderen waren die coolen, ne? Aber bis... Okay, was ist hier? Ich bin zweimal vom 16 Meter gesprungen. Beim zweiten Mal meinen Steiß geprellt. 15 Meter. Ist auch krass. Sieben halb Meter waren noch kein Problem. Zehn Meter braucht ein bisschen Überwindung. Ich bin vom Einer und vom Dreier gesprungen. Sonst nur vom Einer. Da hinten war eine Tür, ne? Ich habe es gesehen, Leute. Ich habe es gesehen. Keine Angst. Ich gehe da noch nicht runter. Noch nicht. Ihr habt das Gefühl, da wartet irgendwie so ein Kackviech auf mich. Dass man jetzt nicht sieht, aber das ist wahrscheinlich spawnd, wenn ich runtergehe. Seht ihr das? Leute, schaut mal in den... Seht ihr irgendwas im Becken? Irgendwas, was da sein könnte? Ich gehe später. Ich hole ein bisschen mehr Equipment. Ich glaube, ich muss zuerst ins Becken, weil ich glaube, hier geht es... Ist ja ein fairly straightforwardes Spiel. Also, let's go. Ich hoffe, ich komme hier wieder hoch, ne? Also, ich muss da wieder zurückrennen, wenn so ein Kackviech auf mich zurennt. Ich komme hier an. Wo ist das Viech? Oh, hier kann ich hoch, ne? Das mach ich mal gleich. Komm, ich mach's jetzt. Schnell mal hier was gucken. Komm mal, Leute, hier muss doch irgendwas sein. Wieso kann man hier hoch? Hey, das hat überhaupt keinen Sinn. Weiß ich nicht, warum. Ich kann nicht mal die Klamotten wechseln hier. So wie bei The Forest. Einfach mal wechseln. Nichts. Übersehe ich was? Oder wieso? Wenn der Spiele-Designer sich doch hier was überlegt, dass man hier hochgehen kann, dann muss doch irgendwas passieren. Na gut, vielleicht später. Verstehe ich manchmal die Perspektive nicht. Warum schaue ich jetzt hier rein? Hm. Mit dem Silberblick sehe ich auch nichts. Ah, jetzt verstehe ich. Pass auf, Leute. Ich muss ins tiefe Becken. Das war das Planschbecken, was der Dude vorhin erzählt hat. Jetzt machen wir das, was die Big Boys machen. Ah, nee, ich komme nicht runter, ne? Hm, wieso komme ich nicht runter? Irgendwas übersehen? Vielleicht später. Ich verstehe die Story nicht. Oh, das ist jetzt schwer zu erzählen, die Story. Ich komme hier nicht runter, ne? Ich muss vom Zehner springen. Das ist doch... Hm. Wieso gehe ich in die Hocke? Wieso gehe ich in die Hocke? Handlung im Spiel verkörpert ihr Mariana, die ein Medium ist und mit Geistern kommunizieren kann. Sie wird von der Vision eines grausamen Kindermordes heimgesucht und reist in ein verlassenes Ressort, welches auf vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie war. Hier will die junge Frau Antworten finden. Bitteschön. Vielen Dank an Style-Technik. Hm. Irgendwie unbefriedigend hier, oder? Naja, vielleicht kommt später noch irgendwas. Oh, Hype Train, Leute. Dankeschön. 1, 2 Bier. Willkommen im Club der Kajoten. Paco Freak. Willkommen im Club der Kajoten. Amazing Keksi. Wurde gegiftet von Snoozy. Bert Fuchs. 179 Bits. The Full Hux. Willkommen im Club. Dämonen Fuchs für die 100 Bits. Decoy. 22.03. Danke für die 100 Bits. Nidhi Lobster. Willkommen im Club. 1, 2 Bier. Haben wir schon vorgelesen, ne? Kitty Zicke. Kitty Zicke. Willkommen im Club der Kajoten. Nachfi Bafi für den dritten Monat. Vieh 86 Reh für den zweiten Monat. Snooze für die 100 Bits. Zetsuro für den neunten Monat. Snooze. Willkommen im Club der Kajoten. Duzido. Wagen für den dritten Monat. Lo Wehna. Willkommen im Club der Kajoten. Nidhi Lobster. Willkommen im Club. Okay, was ich nicht verstehe ist, ich komme hier durch. Und was bringt mir dieses Ding hier durch die Gegend zu schieben? Bringt mir das irgendwas? Ah. Tut es. Nee, tut es nicht. Was war jetzt der Sinn und Zweck? Was habe ich da gemacht, Leute? Kannst du auch nicht mehr zurückschieben, ne? Okay, habe ich nicht kapiert. Ich kann es auch nicht zurückschieben. Hm, habe ich jetzt nicht verstanden. Jetzt kann ich was machen. Achso, ich kann da drauf, ne? Ich trottel. Nee, kann ich nicht. Hä, wieso habe ich das jetzt zurück zur Seite geschoben? Und hier in den Duschen ist auch nichts. Komisch, hier sind ganz viele Sachen, die noch nicht so richtig viel Sinn ergeben. Was habt ihr gesagt? Schiebt mal was zurück. Nee, habe ich doch. Das kann man nicht zurückschieben, Leute. Kann man nicht. Ich weiß nicht, warum ich hingeschoben habe. Keine Ahnung. Ich dachte, da würde jetzt irgendwas passieren. Aber das kann man nicht. Nee. Geht nicht. Ähm. Alter. Der ist gehört. Mensch, Marianne, benimm dich. Kaufe deinen Nuss. Versuch nicht, dass wir ihn ansehen. Je schneller wir sind, desto schneller wir aus diesem Ort kommen. Ah. Du hast ja auch einen fahren lassen. Deswegen mussten sie ihren Nosen covern. Oh, ein Spind. Ich verstecke mich nicht. Ah, was geht hier ab? Was? So ungefähr, Leute, sah der Swinger Club aus. Wo ich mein Stand-up gemacht habe. Ihr wisst, ne? Auf Instagram ist die Story kurz erklärt. Meine Liebsten, ich wünsche es schwer soweit. Der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Es erscheint so einfach. Nur in den Postkasten werfen. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages. Ach. Die hat das nie be... Oh. Strict Ninja 79. Danke für den zweiten Monat. Auch viele weitere Monate. Danke fürs Versuchen meines Geburtstages. Strict Ninja 79. Happy Birthday to you. Wer bist du geworden? Strict Ninja. Happy Birthday to you. Wieso eigentlich Strict Ninja? Ist das so ein Ninja mit so... Mit so Stricknadeln? Der so eine Stricknadel werft. No. Es ist... Strick Ninja. So aus den Haaren. Oh. Oder... Oder du holst die Stricknadeln raus. Und strickst jemanden ein. Oh nein, es ist Strick Ninja. Was hat er ja... Hier für dich. Ich habe eine Kappe gestrickt. Vielen Dank, Strick Ninja. Ja, doch. Bitteschön. Mir ist kein besserer Name eingefallen. Komplex Unit. Danke für deinen Gift. Sag an Pascal. Pascal ist im Chat. Wie geht's dir? Striker IBS. Danke für den zweiten Monat. Ein Alien wurde gegiftet. Auch von Komplex Unit. Danke Komplex Unit. Snooze. Danke für nur 100 Bits. Lovena. Willkommen Club und Nidilobster. Dankeschön, Leute. Vielen Dank. So, Strick Ninja. Hast du gesagt, warum... Du Strick Ninja heißt? Jerome, schreib auf. Ich glaube, ich mache ein Stand-Up draus. Kannst du bitte aufschreiben, obwohl du lazy auf der Couch rumhockst mit deinem Tablet. Anstatt am PC zu sein und Sachen aufzuschreiben, wenn der Chef das sagt. Du bist entlassen. Aber schreib erst mal auf und dann entlass dich selbst. Das ist so unbefriedigend unten mit diesem Swimmingpool, dass da nichts passiert ist, oder? Wir hatten schon lang kein Jumpscare mehr. Geh mal zurück zum Becken und schau, ob du eine Entage höher kannst. Komplex Unit. Danke nochmal für deinen Giftsab. Striker Rips für den zweiten Monat. Oh Mann, noch mehr zu lesen. Ich werde bescheuert. Guck mal, Leute, ich berühre das... Hör doch mal auf! Ich werde bescheuert. Ähm, welche Stimme sollen wir nehmen? Wo haben wir gerade? Beim Chinesen, ne? Oh, Francis. Was soll ich nur mit dir machen? Weil ich nie was dies gemacht habe, hast du mich angefleert, dich zu behalten. Du sagst, er hat erst Zeit, aber der Angelegen hatte Kummer. Dass du nützlich sein konntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur auf Vorwand benutzt hast, du Arschloch. Genau wie diese blöden Briefe, die du schreibst. Ich warte, dass du nie nur eine davon abgeschickt hast mit deiner blöden Postkarte, weil du zu geizig bist. Und warum ist der blöde Text bleib nicht stehe? Bleib stehe. Die Familie geht gut. Ist der Pipo Grecovich. Pipo? Wie komme ich jetzt darauf? Ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause, spätestens im Sommer. Ich gehe nach Hause und mache eine deutsche Spezialität lokal auf. Wem willst du was vormachen, Frank? Verdammt, solange du hier bekann ich nie wenigstens Auge behalte. Oh, das ist die Geschichte von Ursula, oder? Darauf sound, dass du Disney besäufst und an der Schneewehe bewusstlos wirst. Das ist die Geschichte von Ursula, oder? Ja, ich wollte mindestens was ich tun kann. Du guter alter Frank. So viel Angst um zu leben, zu stürt und zu sterben. Manchmal habe ich das letzte Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass du bist ein Asslock. Okay, Leute. Wir werden so ein paar Geschichten erzählt von irgendwelchen fucking Inmates. Das sind keine Inmates, das ist ja so ein Reha-Club. Ich habe das Gefühl, beim Swimmingpool habe ich irgendwas verpasst. Irgendwie ist das unbefriedigend beim Swimmingpool. Was ist hier los? Sorry, Chat musste raus. Was ist los? Komplex Unit ist schon wieder steil gegangen. Alter, wie viel hast du rausgehauen? Also bei dir müsste ich ja Alter Lee sagen, ne? Alter Lee. Zwölf Subs. Danke, Regie. Hier ist dein komplexer Applaus. Komplex Unit. Dankeschön. Guter Mann. Hat Pascal jemals geantwortet? Kennst du Müslum Supervitamin aus der Schweiz? Natürlich kenne ich ihn. Sogar persönlich schon mal getroffen. Sogar als er mal eine Show hatte im Schweizer Fernsehen. Okay. Muss ich jetzt gleich wieder rennen. Habe ich mal einen Gastauftritt gemacht? Camillo-Auftritt? Guter Musiker. Sehr guter Musiker. Welche auf iTunes habe ich was gekauft von ihm? Apokalypse? Apokalypt oder so heißt es, glaube ich. Da sind echt gute Lieder drauf. Natürlich lockt. Was denn sonst? Ich finde ihn sehr, sehr talentiert. Hey, Marianne. You look like shit. Was passiert im Hintergrund, was? Achtet auf den Hintergrund, Leute. Achtet auf den Hintergrund. Kai, ich wollte dir danken, dass du uns die Quarantäne versüßt. Er beruht auf Gegenseitigkeit, Leute. Kann ich euch echt nur sagen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Künstler, die nicht ausrastet und auf irgendwelche Demos geht. Weil, äh, das hilft mir hier auch durch die Corona-Zeit. So, okay. Ich finde es so geil, dass im Spiel du den Missing, was? Wollte gerade sagen, dass du den Gegenstand direkt um die Ecke findest, aber stimmt. Ah, jetzt muss ich in den Pool zurück. Right? I know it. Ich muss in den Pool zurück. Ich hab's gespürt. Ich wusste, da ist irgendwie was. Ah, shit, Leute. I know it. Okay, komm, wir rennen. What? Excuse me? Ich hab's übersehen. Layers of fear. Oh, da hinten ist wieder jeder. Ich wusste doch, dass der Schmock im Pool ist. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Hab ich gerade ihm gesagt? Habt ihr ihn gesehen? Dieser Mann schrecklich mit auf hohen Schuhen. Okay. Hab ich Energie? Nein, hab ich nicht. Ich hab noch nicht mal die Twilight World. Am Pool stand ne Leiter. Ja, aber die konnte man nicht runter. Die konnte man nicht runter. Ich bin ja da extra hingelaufen. Okay, Leute, zurück. Kommando zurück. Und was war dieses Verschieben? Ups. Was war dieses Verschieben von diesem komischen... Äh. Bin ich hier lang gelaufen? Hab's vergessen. Bin wieder mal lost. Ah, hier, ne? Ja, genau. Ähm. Hier in diesem Raum. Wieso hab ich dieses Ding verschoben? Weiß niemand. Hier ist immer noch nichts. Ja, komisch, komisch. Man hat so das Gefühl, irgendwas ist nicht fertig. Okay, Leute. Jetzt geht's rund. Ähm. Ich bin mir sicher, der Dude kommt gleich. Kannst du im Spiegel die Seiten wechseln. Was meint ihr damit? Hier, die Geschichte, meine ich. Wieso komme ich hier nicht weiter? Hier bin ich nicht weitergekommen. Äh, Terror-Krümelow. Danke für den zweiten Monat. Und Jens, 84, danke für 100 Bits. Motzloben. Oh, hab ich noch nicht gemacht. Motzloben an der Stelle. Motzloben. Meint ihr, ich kann mit dem den Bolzenschneider hab ich noch gar nicht. Ich würd den Rettungsring mitnehmen. Mann. Ich guck. Also hier, die Leiter, die kann man nicht runter links. Von rechts gab's keine. Ich hab, irgendwas hab ich irgendwas hab ich hier übersehen. Meint ihr, ich hätte in den Spiegel gehen müssen? Ich muss von oben runter durch die Tür. Ah, fuck. Ich hab doch da drauf gedrückt wie ein Vollhonk. Durch den Spiegel nochmal durch. Oh Gott. I'm losing the plot hier. Ich glaube, im Spiegel wär's weitergegangen. Wieso glaubt, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Das Spiel ist erst seit heute 18 Uhr spielbar. Ist das eine reine Intuition oder habt ihr das Spiel angetestet oder wieso sagt ihr das? Es, es nimmt mich Wunder, wie der Schweizer sagt. Kein Scherz. Er sagt nicht, es wundert mich, sondern es nimmt mich Wunder. Was eigentlich eine nette Formulierung ist für es wundert mich. Okay, komm. So. Meint ihr, ich kann da durch? Nichts passiert. Da war doch eine Tür. Verstehe nicht. Am Spiegel, ich kann nicht durchlaufen. Hi, LB. Ich drück die ganze Zeit LB. Linke Brust. Beim Spiegel stand was von interagieren. Ich weiß nicht, was ich noch drücken soll. Ich drücke jetzt mal alle Tasten gleichzeitig. Verbot. Alter, war die Tür eben hier? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ihr habt mich zwar aus dem falschen Grund zurückgeschickt, aber danke. Thanks, but no thanks. Aber ich schwöre es euch, die Tür habe ich nicht gesehen. Habt ihr sie gesehen? Jetzt bin ich wieder hier. Ja, Jerome, ich weiß genau, dass du lachst und da so ein Braw. Das hier wird nachher im Edit landen. Braw. Wow, das war jetzt richtig geil, oder? Vor allem komme ich nicht mehr hoch. Ich soll ja weniger fluchen, ne? Come on, Leute, das ist doch ein Witz. Mann. Am Sprungturm ist ein Event. Wo leuchtet? Wo? Wo leuchtet? Wo leuchtet wo? Gegenüber war noch eine Tür. Ja, so ist das in Spielen, Leute. Also hier kann ich übrigens nicht runter, ne? Laufsimulation. Du bist zwei Kilometer... Achso, ihr seht den nicht, diesen Alert, ja? Game Pass schickt mir ständig irgendwelche Errungenschaften. Ich komme nicht hoch, wo ist Licht? Leute, ich komme nicht hoch, Licht, wo ist... Nothing. Nix. Okay, jetzt haben wir das auch schon mal gemacht. Also ich sehe, ihr habt das Spiel auch nicht gespielt und ihr wisst auch nichts. Ich bin da einäugig unter den Blinden, ist das klar? Und ich bin der Einzige mit einer Kontaktlinse unter den Kurzsichtigen. So. Gut, haben wir das gemacht. Und hier, das ist auch komisch hier mit dieser komischen... Komm, wir reden dann so lange über eine Gute-Nacht-Geschichte, oder? Also man kann Kinder schon misshandeln, das muss man sagen, ne? Hier, die Tür ist zu. War hier eine Tür? Immer ganz kurz. Ne, hier war einfach nur noch... Mein Vater hat immer zu mir gesagt, egal was ich angefasst habe, wenn du das kaputt machst, mache ich dich kaputt. Wie kann man das einem Kind sagen? Das Kind weiß ja gar nicht, was es noch anfassen darf. Ich meine, als ich zwölf war, hatte ich meinen Lümmel in der Hand und habe meinen Vater gehört. Sorry für die Bilder. Also nicht durch diese Tür gehen. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Durch die Türen geht's nicht. Kann hier nichts machen, Leute. Aus dem Spiegel kommt eine Spur. Du musst folgen. Ach, ich muss RB gedrückt halten. Wer ist das? Wer hat das mir gesagt? Call of Duty 1942. Guter Mann oder Frau. Aber das geht doch nur runter. Nein, es geht in die andere Richtung, du Schmuck. Vielen Dank, Call of Duty. War das Backseat Gaming? Ich nenne es Frontseat Ranking. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dankeschön, Call of Duty. Das war aber eine schwere Geburt, oder? Das war's. Das war's. Ja, aber das bringt mich immer noch nicht zum Bolzenschneider. Wenn ich jetzt hier wieder runtergehe, dann rast... Moment. Moment, wo geht denn die Spur hin? Okay, Leute, ich... Es geht wieder nur runter. Das kann doch nicht sein, oder? Ich geh da jetzt nicht nochmal runter. Da bin ich hier... Vor der Mauer war noch eine Tür. Noch zur anderen Tür. Wat? Wat? Wovon redet ihr? Vor der Mauer? What? What? Ich hab doch alle Türen abgefrüßt. Wovon redet ihr, Leute? Die Tür war zu. Die Tür ist zu. Vor der Mauer? Vor welcher Mauer? Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Tür. Auf der Mauer... Hier bin ich rausgekommen. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt... Wo der Bolzenschneider ist. Leute, wenn da noch eine Tür aufgeht, dann fresse ich... ähm... einen Snickers. Das ist doch kein Besen. Welche Tür? Die hier? Die geht doch auch nicht auf, weil ich keinen Bolzenschneider hab. Come on, Leute. Wake up. Stay with me. Don't fuck around now. Ich komm nicht ran. Also ich bin officially lost. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Ich glaub, ich muss nur wieder runter. Er liest einfach nur den Müll und nicht das Wichtige. Tequila-Sans, schreib mir bitte! Keier Folge einfach der Spur, auch wenn es runtergeht. Also schon wieder runter. Oh, ein Snickers. Das will ich sehen. Also ich muss wieder runter, Leute. Es bringt nichts. Die Spur geht da runter. Hello? Oh. Jetzt wo ist es getriggert. Wieso warst du hohle Nuss nicht vorher da? Ich meine, kein Wunder, dass du Sadness heißt. Du machst mich sad. Achtung, jetzt kommt das Monster, wetten. Moment, die Spur. Ey, das war vorher nur nicht da. Dieses Spiel ist schon ein bisschen heimtückisch, ne? Come on. Wo ist denn der Trigger? Die ganze Zeit LB-Gedrücker. Da. Ready or not. Here I come. You can't hide. Gonna find you. Das ist eine der geilsten fucking Bands ever. Fujis. So schade, dass die sich aufgelöst haben. Mann. Ich fand die so geil, dass ich sogar die Solo-Projekte von Wyclef und Praswell habe ich mir auch noch angehört. Ich meine, das ist nicht so verzweifelt, so, wie kann man sich das anhören. Nein, ich meine wirklich gut. Ich fand die richtig gut. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum ich dieses Ding zur Seite geschoben habe. Wo sind eigentlich die Schmetterlinge hin? Habt ihr die gesehen? Die sind weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wieder zurücklaufen soll oder was ich machen soll. Wie komme ich denn zum verdammten Bolzenschneider? Schaut doch mal in den Tiefenpool. Okay. Ja, ihr habt recht. Ich schaue in den Tiefenpool zum hundertsten Mal. Bin mir sicher, dass Monster kommt. Style-Technik wieder mit seinem Handlungs-Spam. Vielen Dank, Style-Technik an dieser Stelle. Ha! Hier ist die Spur wieder. Aber sie geht auch nur wieder... What? Soll ich wieder zurück? Alter. Was? Was? Nein. Es ist gut. Ich bin sicher, dass sie hier sind. Nein. Renard nicht tun würde. Er ist gut. Er ist wieder zu sprechen. Was für ein Geist. Was für ein Geist. Hey, don't talk about her like that. Gleich kotzt der Teddy so. So, wo gehst du jetzt schon wieder hin, Schmetterling? Mann, das ist aber eine Schnitzeljagd hier, oder? Ich geh mal oben rum, mal gucken, ob da irgendwas ist. Hier ist nichts. Das haben wir schon alles untersucht. Okay, jetzt geht's endlich hier. What? Aha. Deswegen haben wir es weggeschoben. Klopapier, Ranjit? Klopapier? Was ist mit euch los? Klopapier? Was ist denn hier los? Was ist mit Klopapier, Ranjit? What? What do you want from me? I'm not just a toilet paper. I'm not a heavy gamer, I'm a pro gamer. I can't just do toilet paper. Warte, was geht denn hier ab? Klopapier, Klopapier. Stop harassing me. This is not... This is discriminating what you do. I don't have any toilet paper. Sido-Army. What? Oh. Ah, jetzt! Sido! Hallo, mein Bester! Hallo, 396. Ey, sorry. Das wurde mir jetzt erst angezeigt. Zuerst kam das Klopapier und dann kam die Raid-Anzeige. Hallo, mein Gutster. Wie geht's dir? Ich wusste gar nicht, dass du heute online warst, auf Twitch. Was habt ihr denn getrieben? Kupapier, Ranjit. Stop telling me. This is not... This is rude. What is it? You wanna show me something? Er war nur für fünf Minuten online. Was? Er war fünf Minuten online und hat 4000 Viewer gehabt und hat einfach gesagt, ich hab keinen Bock mehr? Aber cool, dass du wieder zurück auf Twitch bist, übrigens. Es steht ja noch ein bisschen was aus, ne? Wir zwei. Wir zwei oder beziehungsweise. What the hell? Was war das? Among Us wollten wir spielen, oder? Das hat mein Blick erwidert. Interessant. Ich spiele ein Psycho-Horrorspiel, falls du dich fragst, was macht der Vogel da? Heute mal kein Gras sammeln. Klopapier-Tourbahn. Was ist er im Chat? Du sollst dir einen Klopapier-Tourbahn machen. Ja, das mach ich erst mit Zap-Goal. Wie du sagst, du musst ein Ranjit-Tummer machen. So, was ist hier überhaupt los? Ich soll doch in den Spiegel gucken. Leute, ich kann doch nicht Ranjit machen, wenn ich ein Psycho-Horrorspiel spiele. In the future purpose. Ich glaub, ich muss wieder zurück, oder? Oder meint ihr, ich muss in den Spiegel gucken? Ist sie denn im... Ist sie denn im Chat, oder was ist hier los? Okay, Leute, hier war ich. Ich glaube, das mit dieser Spur, das hört hier auf. Kann das sein? Wieso schreibt ihr mir eigentlich keine WhatsApp, hä? Er hat mein Handy, er hat alles. Anyway. Danke, mein Lieber, für den Raid. Und, äh... Wie nennt man eigentlich euch? Wie nennt man die Community von Sido? Sido... Sido... Sidis? Sidirana? Wie nennt man euch? Sido Army. Okay, okay, sorry, sorry. Habt ihr gleich am Anfang gesagt. Sido Army. Ich spiele das Spiel The Medium. Das ist heute um 18 Uhr erst rausgekommen. Zimmer 420. Ja, da bin ich gerade gewesen im Zimmer. Ich glaube, ich muss wieder in den Spiegel gucken. 420er Bande. Ach so, verstehe. Sido Army und 420er Bande. Wir sind die Kajoten. Ich komme ja wohl nicht dran an diesen... Sidonauten. 420er heißen die Jungs und Mädels. Aha. Die Doofen. Was? Hör auf. Siduli. Sidoisten. Sidoranten. Sidolin. Also irgendwas verkacke ich gerade wieder in dem Spiel. Ey, Leute. Ich kapiere das nicht. Die Spur ist übrigens weg, falls ihr euch fragt. Aber erzählt mir mal ganz kurz, Sido Army oder 420er oder Sidolins. Ist Sido heute das erste Mal wieder zurück auf Twitch gekommen? Und hat einfach nur ein bisschen gequatscht mit euch. Und worüber habt ihr geredet? Über seine Pläne auf Twitch oder was hat er vor? Unten im Schrank war noch was. Wo denn? Nicht tricky hier, du. In welchem Schrank? In dem hier? Nee. Das habe ich mitgenommen, Leute. Ich habe alles mitgenommen. Ach, da! Scheiße, Leute, ihr habt recht. Dankeschön. Warum ist das so familiar? Ich habe eine weiße Katzenfigur. Danke für den Tipp. Wer immer den Tipp gegeben hat in diesem verrückten Chat, der so schnell geht. Dankeschön. Ich habe es wirklich vergessen. Aber das kann man verstehen, wenn man plötzlich von einer Armee überfallen wird. Die ganze Zeit Klopapier ruft. Ich habe kein Turban aus Klopapier, Leute. Ich habe noch nicht mal Klopapier hier. Das habe ich doch schon gemacht, oder? Oh, ich muss wieder... Oh, sieh doch. Oh, oh. Bist du auf Discord, oder was? Warte mal kurz. Wo bist du denn du auf Discord jetzt? Seh dich nicht. Ja, ohne Scheiß. Meine Maus spinnt auch. Was ist denn hier los? Ich kriege meine Maus nicht kontrolliert. What the f... Hey, was ist hier los? Ohne Scheiß. Zuerst spinnt mein Controller. Ohne Scheiß. Meine Maus. Irgendjemand hat mich gehackt. Kann das sein? Ich komme nicht. Kann nichts machen. Ich habe irgendein Problem mit der Maus. Ja, aber wenn ich den anrufe, dann hört ihr den nicht. Ich wollte ihn ja extra auf Discord anrufen. Hey, Charob, ohne Scheiß. Meine Maus ist gerade wie mein Controller. Jetzt geht's. So, wo ist er? Da ist er. Warte, ich rufe dich jetzt an. Geh mal ran. Ey, Großer. Ah, da bist du. Du hörst du mich, tu es mich hören. Jetzt höre ich dich. Wie geht's? Gut, Mann. Ey, die Leute, die hier gerade alle gekommen sind, die wollen, die haben mich dazu überredet, mit dir zu sagen, du sollst bitte eine kleine Ranjit-Nummer machen. Und weil wir davon ausgegangen sind, dass du keinen Turban da hast, sind wir auf Klopapier gekommen. Also wenn du dir kurz aus Klopapier so einen kleinen Turban binden könntest und uns eine Ranjit-Nummer gibst, werden wir alle voll glücklich machen. Ja, aber ich darf ja Ranjit nicht mehr machen, das ist ja politisch nicht mehr korrekt. Das ist ja Brownfacing. Naja, du machst ja ohne Brownfacing, du machst nur Turban hin. Aber dann ist das gar nicht Ranjit. Ja, doch, 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 Mann. Ja, wo finde ich... Dann nenn ihn anders. Dann nenn ihn anders. Ja, aber das braucht jetzt, jetzt muss ich Klopapier holen, das braucht Papier. Ja, Mann, aber die Leute, die warten, ne? Also, die Leute, das Publikum wartet, mein Lieber, das Publikum wartet, Mann. Wie seid ihr denn auf die Nummer gekommen? Ja, keine Ahnung. Alkohol? Okay, das klingt überzeugend. Danke dir, bis gleich. Tschüssi. Ja, aber da müsst ihr euch irgendwas angucken in der Zwischenzeit. Warte mal ganz kurz. Okay, pass auf. Ich gehe jetzt Klopapier holen. Mann, was ich nicht alles für meine Kumpels mache, ja? Sieh du, da musst du aber auch irgendwas für mich machen. Ihr guckt euch so lange. Wisst ihr, wie teuer Klopapier in den jetzigen Zeiten ist? Was guckt ihr euch denn an? Also, besser habe ich das nicht hingekriegt. So, bist du zufrieden, Sido? Sorry, ich habe keinen Klebstoff, ich habe keinen Tesafilm, ich habe gar nichts. Und ja, ich musste die Kappe aufbehalten, sonst wäre überhaupt nichts. Ich habe es auch zuerst ohne Kappe probiert, aber es bleibt nichts kleben, okay? Ich hoffe, du bist happy. Du schuldest mir was. Ich weiß, dass du lachst, weil du eigentlich zu Hause so rumläufst, stimmt's? Achso, ja, ich soll Ranjit. Hallo? Achso, ich darf ja nicht Ranjit sein. Hallo, mein Name ist Sanjit. Ich bin der Bruder von Ranjit. Hallo? Hallo? Hi, grüß dich. Es ist perfekt, Mann. Ist das, was du dir vorgestellt hast in deiner Krankenvorstellung? Es ist perfekt, Mann. Ich liebe dich. Ich auch. Mach ich auch nur für dich. Nein, aber du machst das für die Leute, Mann. Okay. For the people, for the audience. Aber das nächste Mal im Stream, wann streamst du das nächste Mal? Na, das sage ich dir nicht, weil du mir sonst auch sowas mal anhängen möchtest. Ich überlege mir was für dich. Ja, okay. Aber ich werde es auch immer tun. For the peoples, Mann. Okay, aber es ist nicht für obenrum, es ist für untenrum. Das weißt du. Das ist egal, Mann. Das ist egal. Hauptsache, es widerspricht nicht den Twitch-Richtlinien. Nein. Das ist alles okay, Mann. Würde ich niemals machen. Das ist alles okay. So, bitte. Bühne frei. Aber jetzt ganz im Ernst, wann streamst du das nächste Mal? Weißt du noch nicht? Nee, weiß ich nicht. Aber ich habe das jetzt hier irgendwie zu Hause. Ich kann zwischendurch einfach mal anmachen, das Ding. Soll ich dir vorher Bescheid sagen? Werde ich nicht tun, weil du wirst mir in einen reinwirken. Ich würg dir keinen rein. Versprochen. Kappa. Okay, dann sage ich dir Bescheid, Cousin. Danke. Dann werde ich dir vorher Bescheid sagen, Cousin. Achso, und Among Us müssen wir auch noch organisieren und so, ne? Stimmt. Mit Paule, ne? Paule, Knaussi, wen auch immer du willst. Ja, okay, machen wir. Ja, lass das machen. Lass doch mal einfach mal telefonieren. Wir haben noch voll viel Zeit wegen Corona. Wir haben noch nichts zu tun, Mann. Wir wickeln uns aus Langeweile schon Klopapier um den Kopf, Mann. Wäre ich nicht. Ich weiß nicht, was du siehst, aber ich weiß nicht. Der ist ein Torban. Bei dir ist das ein Torban, ein klassischer. Den hast du mitgebracht aus dem Namen Ostenurlaub. Aber du weißt, wie teuer meine Kopfbedeckung in heutigen Zeiten ist, ne? Klopapier, Corona. You know what I'm talking about? Natürlich, alles teuer, Mann. Das ist sehr gut. Gut, wir sind gespannt, ja? Alles klar, mein Lieber. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, großer. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn Sido einen immer überfällt, ne? Da passiert immer was Lustiges. So, Leute. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Army of... Sidos Army. Wir waren ziemlich weit gekommen. Und ich muss mindestens bis zum nächsten Speicherpunkt. Wieso ist das so laut? Meint ihr, ich kann das jetzt abnehmen? Oder? Ich glaube, die Sido Army ist zufrieden, oder? Könnt ihr euch überlegen, was ich mir für Sido überlegen könnte? Bitte? Ich kann das Game jetzt gar nicht mehr ernst nehmen. Okay, dann... Okay, dann... Soll ich das so lassen? Wie? Ich sehe besser aus als vorher. Ich glaube, es hackt. Als Frau verkleiden? Nee, das ist viel zu aufwendig. Vielleicht kann er ja mal eine Maske aufsetzen, oder so. Leute, ich komme in dem Spiel nicht weiter. Bitte helft mir. Weil ich habe noch keinen Speicherpunkt. Sonst muss ich den ganzen Shit wieder von vorne machen. Man könnte Sido ein pinkes Tutu zukommen lassen. Ich glaube, das hat er zu Hause im Schrank. Ey, wir waren doch... Ich komme hier nicht weiter. Ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Komm, Leute. Mindestens bis zum nächsten Speicherpunkt, oder? Hier, das habe ich auch schon untersucht. Ihr könntet Weed Farmer Simulator zocken. Sido soll einen Track... Nee, nicht rappen. Ja, komm, das macht das Sido doch aus. Das muss ja eine Challenge sein. Da kann doch nicht einfach was rappen. Deinen Bart abfackeln. So, ich glaube, ihr seid alle happy, oder? Können wir wieder... Ey, wisst ihr was? Versucht das mal zu Hause. Versucht mal. Versucht mal. Ey, es ist so eine Verschwendung. Ich nehme das... Ich nehme das mit. Ohne Scheiß. Das sind ungefähr drei Euro, die ich gerade in der Hand habe. Drei Euro, Leute. Also, Leute. Ich habe hier eine Katze. Was steht da drauf? Sue Snowdrop. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich bin noch in die Notizen gegangen. Kombinieren. Mit was denn? Mit der Lampe? Finde den Weg in die Tagesstätte. Hol dir einen Bolzenschneider. Folge der Geisterspur. Ich bin der Geisterspur gefolgt. Und ich weiß wirklich nicht, was ich hier machen soll. Und diesen Panzer habe ich auch schon abgehört. Zum hundertsten Mal. Klopapier-Tourbahn-Selfie-Challenge in einem Discord. Kannst du die Katze kaputt machen? Nee, Leute. Ich kann gar nichts machen mit der Katze. Komm, lass uns wenigstens bis zum nächsten Speicherpunkt. Weißt du, Dido sagt jetzt, oh, ich glaube, der ist wirklich ein Gaming-Nerd. Ja, ich muss wenigstens bis zum Speicherpunkt, weil ich sonst muss den ganzen Schrott wieder von vorne spielen. Ich will das nicht. Also, die Geisterspur geht nur von hier bis zum Panzer. Und das war's. Dido soll zehn Minuten Handstand machen in seinem Stream. Okay. Irgendwas Sportliches oder 100 Sit-Ups oder sowas. Katze und Spiegelbett hier gesagt. Meint ihr? Oh. Ihr habt recht. Okay, dankeschön, Leute. Challenge für Sido. Sido soll dir ein personalisiertes Intro für Twitch rappen. Ich kann es so fühlen. Nee. Okay, jetzt kriegen wir endlich mal eine neue Katze hier. Alle meine Entchen Sido-Rap. Jumpscare incoming. Nein, doch nicht. Ah, ich bin wieder in der Geisterwelt. Ich weiß, Kaya wird es nicht lesen, aber true story. Als ich Kaya das erste Mal live sehen konnte, Bernd Kursal, wollte ich ein Geschenk kaufen. So wie die Thermosflasche. Katzen-Yoghurtasse und so weiter. Ich glaube, das Monster kommt gleich wieder. Ich bin jetzt ganz auf der anderen Seite. Sido soll den Bart blond färben. Das kannst du doch nicht mit Klopapier vergleichen, Leute. Das ist ja ein heftiger Eingriff. Sido darf einen Tag lang nichts rauchen. Okay, das ist eine Challenge. Was ist das? So Leute, es ist wirklich wie Darkseed. Wir sind jetzt tatsächlich in der Parallelwelt. Also nicht gleichzeitig wie in der materiellen Welt, sondern es ist wirklich wie Darkseed. Das ist geil. Ihr habt das Spiel gelebt damals. Dido soll drei Minuten Freestyle und mindestens fünfmal deinen Namen nennen. Okay. Also am Sonntag, Leute. Gucke ich im Stream rein bei ihm. Sido soll eine halbe Stunde künstliche Brüste... Was ist passiert? Nein! Nein, bitte, Mama! Ne, eine halbe Stunde künstliche Brüste mit Nippeln. Dann wisst ihr, dass er gestrikt wird. Dann war das ein kurzes Comeback von ihm. Sido könnte dir ein Gute-Nacht-Märchen vortragen, damit du gut schlafen kannst. Bitte lies das. Ich glaube, das ist genial. Ich glaube, das ist genial, Clemse. Da hast du vollkommen recht. Weil die jetzt sich fragen, hey, was hat das jetzt... Ich habe vorhin im Stream erzählt, dass meine Eltern mir nie eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt haben. Ja? Sie haben immer gesagt, Licht aus Schlaf jetzt. Genau. Sido muss mir eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen. There we go. Oh, ist das sick. Was ist mit ihm passiert? Oh, wir haben wieder das Rasiermesser zurück. Oh, Ricky, wie grüßt dich? Meine Gute-Nacht-Geschichte waren die besten. Maul, du gehst zur Schule. Maul, du gehst zur Schule, egal wie du so sehr du heulst. Die waren super. Ja, Leute, deswegen haben wir alle eine der Waffe. Die Eltern sind schuld. Folge der Geisterspur. Schicke Bernard's Seele fort. So hier oder wo? Okay. Wann soll das denn sein? Am Sonntag? Ich würde sagen, ihr followt alle Sido. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich mache das auch gleich. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn er streamt. Ach Leute, es hört sich schon wieder an der Verfolgungsjagd an. Oh Mann. Ich höre das Viech. Shit. Also hier ist ein weißer Punkt. What the fuck? Wer ist der denn auf Twitch? Äh, Sido, soweit ich weiß. Also der Raid, Kampf und Sido. Also die Blutspuren führen nach rechts. Und geradeaus kann ich sowieso nicht, oder? Okay. Leute, ich muss wieder in diesen Kackraum mit diesem Kackmonster. Warte, warte, warte. Bevor ich da reingehe. So Leute, bitte Männer nicht hingucken. Das ist tatsächlich eine Beschneidung, die wir jetzt machen. Ich weiß, es tut weh. Okay, Leute, die Forte ist gleich ab. Ich glaube, ich muss mich aufladen, oder? Okay, Bernard ist links. Wir gucken mal trotzdem rechts rein. Ui! How convenient. Okay, ich bin aufgeladen. That cat figurine was the key. I can't pass through without it. Mhm. Ist auch logisch, ne? Eine Katze in der Hand haben und dann kommst du. Obwohl, wer der Konstantin gesehen hat mit Keanu Reeves. Er hat in einem Film gesagt, die Katzen sind das Portal in die andere Welt, ne? Okay. In welche Richtung laufe ich jetzt überhaupt? Okay, jetzt muss ich wieder zurück, ne? Zum kleinen Jungen. Okay, und auch wieder aufladen, übrigens. Konstantin, ja. Katzen sind halb jenseits, halb diesseits. Genau, irgendwas in der Richtung war es. Oh, Leute, wir haben 20 nach 11. Komm, ich mach jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann setz ich mir einen Turban auf. Geiler Film. Ja, habt ihr die Comics gesehen? Ich bin sorry, du musst all das durchführen. Es ist Zeit, für dich zu finden, Frieden. Bernard. Danke. Äh, wo kann ich... Oh, nicht ein Figurin. Oh, es ist nicht so, es ist, wie ich benutze, um, durchführen. Es fühlt sich an, wie es ist. Ist er weg? Oh, er ist weg. Ich wollte ihm gerade so eine Lichtbombe um die Ecke hauen. Okay, erstmal den Bolzenschneider holen, oder? Kann ich das überhaupt von hier? Nee, ne? Also ich muss in die andere Welt zurück. War hier noch... Jetzt ist die Tür zu. Okay, ich glaube, da gab es nur... Da gab es nichts. Dann gehen wir wieder zurück. In unsere Welt. Jesus. Da kann man nicht loslassen. Ja, ihr habt ja recht. Wo bin ich überhaupt? So, ich glaube, das ist ein Speicherpunkt, oder? Hat es gespeichert? Ich hoffe, es hat gespeichert. Ist er wirklich? Mann, ich kann sowieso nicht zurück. Alter, der ist hinter diesem Loch. Okay. Kommt der denn durch? Kommt der durch die Tür? Drücke und halte... Komm ich hier durch? Scheiße. Ich weiß nicht so recht, was ich hier machen soll, Leute. Oh shit, der ist schon im Raum. What the fuck? Mal die Tür aufgemacht. Das ist convenient. Alter, ich hab... Jetzt ist gespeichert. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. Ich kann es nicht glauben. Das Ding, das könnte zwischen den Weltern reisen. Es gab keine Erinnerung. Machen wir ein anderes Mal weiter, oder? Schreibt in das Buch. Licht aus. Hä? Stimmt, ich hab das Licht... So, wir haben gespeichert. Ja, genau. An dieser Stelle waren wir. Right? Achso, ich soll mich ein bisschen kleiner machen, wetten. Oder? Oder ich schiebe mich zumindest ein bisschen zur Seite. So, ne? So. Ich glaube, das müsste so passen. Ich hab einfach breite Schultern. Was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Ähm... Was ist das für ein Spiel? Schreib ins Buch. Genau. So, Leute. Ich hab wieder alles vergessen. Das ist mein Silberblick, ne? Ja. Ich glaube, hier ist das Monster rüber. Okay. Wir finden das Monster gerade nicht. Ich hab die immer noch nicht eingesammelt. Das kann doch nicht sein, oder? So, jetzt ist dieses Monster nur mal... Ist Style-Technik übrigens an Bord. Kann jemand nochmal erzählen, was bis jetzt passiert ist? Für alle, die jetzt erst reingekommen sind und gestern den Stream verpasst haben. Kann es irgendjemand besser zusammenfassen als ich? Das wär echt nett. Style-Technik hat das gestern gemacht. Lass mir das mal übersetzen. Untersuchungstum. Also, für die, die gestern eingeschaltet haben... Es ist ein Plot-Twist passiert. Dieses Monster, was immer in der Twilight-World war, ist jetzt in die reale Welt rübergekommen. Also, das ist noch ziemlich... Also, das war so für mich so ein kleiner Plot-Twist. Weiß nicht, wie es für euch war, aber... Great. Another mirror. Ah, Style-Technik ist im Chat. Sehr gut. Warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz in den Chat zurück. Handlung. Im Spiel verkörpert ihr Mariana, die ein Medium ist und mit Geistern kommunizieren kann. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Sie wird von der Vision eines grausamen Kindermordes heimgesucht und reist in ein verlassenes Ressort. In dem bin ich jetzt gerade. Welches vor vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie war. Massaker? Massenmord? Hier will die junge Frau Antworten finden. So. Gut. Kai hat ein Messer und macht Beschneidung. Das stimmt auch. Okay. So, und ich bin ein Medium, was außer... Außer... Außerordentliche... So, jetzt habe ich nicht zugehört, ne? Können wir nochmal? Wir haben noch einen Spiegel hier. Gucken wir uns erstmal nochmal den... Wieso ducke ich mich eigentlich? Das Monster ist gar nicht in der Nähe, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Ah, hier ist nichts. Gucken wir uns mal ganz kurz den Spiegel an. Sollen wir hier bleiben oder sollen wir uns nochmal die Real World anschauen? Komm, wenn wir schon mal hier sind. Noch eine Zeichnung. Schlechtes Schwesterlein heißt die Zeichnung, okay. Achso, stimmt. Das ist die Krankenschwester, von der wir gestern... ...die das anscheinend alles gemacht haben soll. Okay, kann ich mir jetzt den Bolzenschneider vielleicht holen? Ey, wenn jetzt das Viech schon wieder kommt... ... aber es zwischengespeichert ist nicht gut. Zwischengespeichert bedeutet, ich kriege auf die Fresse gleich. Da ist irgendwas. Ich habe wieder das Rasiermesser. Habe ich es mitgenommen? Ja, ne? Ja. Da ist doch irgendwas dahinter. Seht ihr das? Was ist das hier für ein Viech? Hm, ich glaube, ich muss die beiden befreien. Was habe ich jetzt gemacht? Okay, wenn das Monster kommt, dann hier rein. Nee, das war's, Leute. Doch, hier. Sag mal, diese Twilight World wird immer gruseliger. Finde ich nicht, die verändert sich. No! What are you... Stop! Also, die Welt hat sich verändert, die Twilight World. Die war am Anfang noch nicht ganz so abgefuckt. Aber sie wird immer abgefuckt. Das ist es. Das ist, wo er sterb. Schicke die Seelen der anderen Opfer fort. Wo die sind Opfer. Aber wir brauchen noch seinen Namen. Wenn ich nur den anderen Seite dieses Ort sehen könnte. Ey, wenn diese Hände nach mir greifen, raste ich aus, ne? Warte mal, bevor wir da hingehen. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich rausgejagt von diesem Viech. Haben wir dem Viech schon eigentlich einen Namen gegeben, Chad? Das war ja so ein High-Heels-Typ, oder? Wollen wir sagen, High-Heels? Ihr habt das Gefühl, der kommt gleich. Jede Sekunde. Okay, ich weiß ja, wie ich in die Hocke gehe. Ich bin ja nicht lost, wie... Wie gehe ich in die Hocke? Oh, convenient. Jetzt bereue ich, dass ich die andere Tür nicht aufgemacht habe. Ich dachte, das kommt später. L'Oreal, London. Bruce. Sieh du. Ich würde ihn High-Heels nennen. Aha. What do we have here? Ja. Ich muss gehen. Die Vögel ist jetzt zu beginnen. Du weißt, was sie sagen. Wenn du früh bist, bist du auf der Zeit. Nein, ich meine jetzt. I can hear them gathering across the hallway. Yeah. Yeah. I'll let you know, how it went. That voice. That's the guy. Der mich angerufen hat, ne? Ich nenne ihn Topmodel. Ist das die andere Seite vom fucking Bolzenschneider? Ne, ich bin jetzt... Ich hab hier schon alles durch, oder? Ich weiß, ich bin ein bisschen lost, ey. Ich brauch eine Karte oder irgendwas. Wenn ich am Ende des Spiels rausfinde, dass es eine Karte gab, dann raste ich aus. Ich weiß, dass es eine Karte gab, dann raste ich hier auf dieser Seite. Aber welcher ist es? Das ist doch Alina Schmuck schon wieder. Alina Schmuck, Danuta Snüddloh, Christina Varga, Arthur Widloch, Boris Celazzo, Jan Kukarski, Waldemar Bericcia, Antoni Lutek. Okay, wieso... Wieso, rieso... Ich geh hier rum. Ach, jetzt raffe ich's. Ich soll mir die Dings... Ah, nochmal zurück. Könnt ihr euch bitte mal die, ähm... Moment. Auf... Aha, das sind die, ähm... Ne, das können sie nicht. Ich hab gedacht, das sind die... Ah, ne. Okay. Bullshit, was ich grad erzählt hab. Aber es hat doch irgendwas mit diesen... Doch! Ist egal. Ist scheißegal, wie die Leute heißen. Ich muss nur etwas finden, was die, ähm... Den Dude identifiziert. Und ich hör schon wieder die Whispers. Das heißt, irgendwas passiert gleich. Was hat er gesagt? Oh, jetzt ist das so ein Knobelspiel. Oh Gott, jetzt muss ich gucken, wer auf welchem Platz gesessen hat. Jetzt fängt das an, oder wie? Oh, shit. Oh, nein. Ich hasse sowas. Wieso sind die Stühle auch durcheinander? Kann mir das mal einer... Oh, jetzt muss ich mir das aufschreiben. Also. Jetzt muss ich mir aufschreiben. Zwo. Eins. Vier. Oh Mann, ich hab keinen Zettel. Ich hab... Ich hasse solche Spiele. Äh... Zwo, eins, vier. Dankeschön, Jerome. Das ist auf der rechten Seite, ne? Und auf der linken Seite. Schreib mal auf. Ich sitze im Büro und hab keinen Stift. Wie bescheuert ist das denn? Schreib mal auf. Auf der linken Seite wäre... Sieben. Fünf. Neun. Sieben, fünf, neun und zwei, eins, vier. Okay. Und der eine sitzt gegenüber von Boris. So, Boris saß auf neun. Das ist gegenüber der vier. Also war das Nikolaus Ofczarek. Richtig? Hab ich das richtig gesehen, Leute? Weil die neun ist gegenüber der vier. Okay. Also wir reden über Nikolaus Ofczarek. Also das war der Dude hier, ähm... Auf dem Aschenbecher. Aber... Ist das die Antwort? Nikolaus Ofczarek? Wahrscheinlich. Ich kann nicht glauben, dass sie mich von Boris satten. Ja. Ja. Ich weiß nicht, welches Bein er ist. Er ist nur ein sexistischer Pug, für alles, was ich will. Und wie immer. Gut. Wir wissen also, dass Nikolaus Ofczarek auf der... Was hab ich gesagt? Ich hab wieder alles vergessen. Auf der vier saß, ne? Mal gucken, ob es noch mehr Clues gibt. Aber wo die anderen saßen, weiß man nicht. Äh, natürlich weiß man. Das stand auf der Liste. Es geht ja nicht darum, wer wo saß, sondern es geht darum, wie die Dudes heißen, die ich mit der Maske befreien kann. Right? Okay. Und dann rennen wir jetzt mal eine kleine Runde. Irgendwann kommt das Monster. Ich weiß es. Mal gucken, ob das richtig war, alles, Leute. Warte. Komm. Jetzt müsste ich doch wissen, wie der Dude... Oder ist es... Ah, ich hab die Maske noch gar nicht gefunden, ne? Na, ich schmuck. Aber doch, ich hab ne Maske gefunden. Wieso kann ich die nicht? Okay. Geh da rein. Okay, hier haben wir schon alles durch. Was ist das? Was ist das? Warum ist das hier... Am rumflattern? Oh, das war... Ah, das war eben noch nicht da. Da war ich schon. Bitte joggen Sie ein bisschen, mein Schatz. Noch... Schon wieder ein Spiegel? Alter, das sind aber viele Spiegel hier. Jetzt verfolgen wir erst mal... Okay, ich komm hier nicht weiter. Ich muss in den Spiegel. Einer der Komponisten hat auch die Musik für Silent Hill gemacht. Er ist meistgenutzter Satz in Medium. Das war aber eben noch nicht da. Das kann gut sein. Das werde ich aber anfechten. Ist hier noch, wo wir sind? Ich hab komplett den Überblick verloren. Ich hab gar keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß, dass wir im Ressort sind. Das ist alles, was ich weiß. Um was geht es im Spiel? Äh, Style-Technik wird es gleich spammen. Dann ziehen wir sechs Karten. Ist auch ein geiler Bruch von Uno hin zu Medium, oder? Okay. Das haben wir schon mal hingekriegt. Okay, es wird gespeichert. Das ist ja gut. Das heißt, ich kann in Ruhe sterben. Das ist der... Ich hab keine Angst. Ich wollte nur mal gucken, ob der auf der anderen Seite auch noch ist. Wisst ihr, was so fies ist, dass der in der materiellen Welt kaum zu sehen ist? Ich meine, ich hab den nur gehört. Aber der war eigentlich unsichtbar. Oh, wenn der jetzt kommt. Oh, Mann. Der kommt nicht, oder? Warum ist der jetzt in der materiellen Welt? Verdammte Axt. Boah, ich sehe ihn nicht. Seht ihr den? Egal, es war ein Speicherpunkt, Leute. Ich glaub, der kommt nicht aus dem Zimmer raus. Ich glaub, der kommt nicht aus dem Zimmer raus. Jetzt komm ich hier nicht durch. Das heißt, ich muss durch den anderen Raum. Scheiße. Kann ich das Licht ausmachen? Das müsst ihr doch sehen, oder? Moment. Schaltet das Ding aus. Schaltet das Ding aus. Fuck, ich hab keine Ahnung, wie man das Ding ausschaltet. Ich glaub, das ist ja mal an. Strummte, letzte Worte. Aber warum kann ich das Licht nicht ausschalten? Das ist doch total dämlich. Das ist doch total dämlich. Was meint er, wenn ich einfach einen Run mach? Hä, wie komm ich denn hier weiter? Ach so, ich muss mich dücken. Duck, duck, duck. Wie? Wie? Wie gehe ich in die Hocke? Es ist noch nicht erledigt, Leute. Der kommt gleich und zerstört alles. I fucking knew it. I knew it. Okay. Ich wusste es. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, warum muss ich denn lang? Let me eat you up. It won't hurt. Falsche Richtung. I'll eat you up. Just like the others. Das ist ja hier wie bei Outlast, oder? Jetzt musst du mich hier durchzwängen. Er will ja nur essen. Ja, aber nicht mich. Ja, du, ein Herzattack. Boah. Sie war eine Ballerina? Sie war eine Ballerina? Diese Runde hat einen Mann, die sich auf dem Kopf geschrieben hat. In großen, schloppen Lettern. Scheiße, als hätte Kai den Horror gefunden. Ich finde es nicht Horror, das Spiel. Ein tolles Karten. Ich finde es nicht Horror, Leute. Ich finde, das ist eine sehr nice Geschichte. Schöne Grafik und eine coole Atmosphäre. Aber ich finde es jetzt nicht Horror. Okay, letzte Mal. Ich kann gar nicht meine Brüste fühlen. Ich will nicht mehr. Ich will nur zu Bett gehen. Ich muss alleine sein. Hier ist wieder ein Spiegel. Ja, Vivienne. Ja. Ich hätte mich auch Vivienne nennen sollen. Kann man sich eher merken als Kariana. Jetzt kommt ein Jumpscare von unten. Jumpscare bei Wish bestellt. Ja. Ja, ist ja gut. Shut up. Dann gehen wir wieder in den Spiegel, Leute. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat meine Nachricht gelöscht? Was habe ich denn gemacht? Ich habe keine Ahnung, wer deine Nachricht gelöscht hat und was du gesagt hast. Wahrscheinlich hast du nach Paul Panzer gefragt oder er hat gesagt, spiegle was anderes. Dann kann das mal passieren. Schau wieder in Spiegelin. Also, aber ich bin doch, in dieser Welt bin ich gerade safe, ne? Weil der Dude, High Heels, das Topmodel ist in der anderen Welt. Das ist, wo es passiert. In all die Pläne. Du? Was bist du? Nein! Geh raus! Was meint du jetzt? Nein, nicht so schön. Nicht so schön. War das die Maske? Nee, die. Wieso kann ich die nicht? Hä? Du musst wieder durch den Spiegel durch. Okay. Kaya, es stört mich, wenn du lachst. Ja, da bist du hier genau richtig. Dann guck doch weiter zu und lass dich weiter stören. Ich habe nichts. Hä? Wieso ist das... Okay, ich kann nichts machen. Kann nichts machen. Kaya, es stört mich, wenn du keinen Turban an hast. Was ist jetzt los mit euch? Ist jetzt die Zeit, der... Ich fühle mich gestört, Leute, oder was? Guck mal. Kaum sind die anderen weg und ihr habt mich alleine, werdet ihr wieder toxisch. Ah, jetzt wichtig. Ne, bei den anderen habt ihr euch benommen. Und jetzt, ah, Kaya ist wieder alleine. Die anderen sind weg. Ah! Komm, wir geben sie. Hau auf zu lachen. Wo ist dein Turban? Was sind das für Klamotten? So. Jetzt kommen wir ins Wasser. Ein paar Nummern, wie jemand sagen würde. Aber ich habe sensed, dass es viel mehr gibt. Aber das ist doch jetzt wirklich bescheuert. Man... Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja... Ich gehe zwei Meter weiter, hole mir einen Zettel und babs da dran. Das ist so... Aber gut. Die Rätsel waren jetzt noch nicht... ...lesen. Hallo? Oh, hey. Sind sie schlafen? Es ist okay. I know you're busy. I'm busy too. Yeah, it's tomorrow. The big day. The big day? Yep. Die Premiere wahrscheinlich. Yes. I'll see you home. Kiss them for me, okay? Not exactly a hotbed of passion. Yes. Yes, Mother, I know. I'm doing my best. What? No, I... Well, what about my hard work? It's not always about you. Don't call me Victoria. You know I hate that. Victoria. That was her given name. But not the real one. Not to her. Nein. No, no. We cannot make it, I'll see you. Ja, was auch immer. Ich schreibe sie mir jetzt nicht auf. Jerome, kannst du einfach einen Screenshot machen, irgendwas? Man weiß es nicht. Niva-Restort, keine Ahnung, ob ich die anrufen muss. Ich meine, ich bin ja im Niva-Restort. Vielleicht muss ich die Mutter von Vivian anrufen. Obwohl, wir reden jetzt, das war vor 30 Jahren, oder? Ich glaube, die Nummern sind nicht mehr aktuell. Aber die Safe-Nummer unten, die ist wichtig. Also, wir haben jetzt rufen. Hallo? Ja, das ist Vivian. Zimmer, drei, vier, vier, sieben. Ich will eine Begründung machen. Es war ein Mann hier. Ja, aus dem Hotelstaff. Frankly, ich denke, ich habe Vodka auf seinem Brot. Er... Was? Das war der Chef des Staffs? Du weißt, was? Keine Ahnung, danke. Well, es ist ein stressvoller Job, ich glaube. Es ist ein stressvoller Job. Okay, was ist das für eine Nummer? Das ist die mysteriöse Nummer, Leute. Oh mein Gott, Ellie. Ellie. Ich dachte, du warst... Nein, nein, ich bin... Ich bin wirklich glücklich, zu hören von dir. Warum hast du nicht früher geholfen? Du hast es? Von Ufa Kai, ihr habt es wirklich geklippt. Schreib ins Buch! Eugen, du bist ein schlusser Sonn of a Bitch. Ellie. Sie war sehr speziell zu ihr. Du musst es nicht ein Medium sein, um es zu sehen. Okay, ich habe es nicht gecheckt. Sorry, Leute. Ich habe in den Chat geguckt. Oh Gott, Ellie. Ich dachte, du warst... Nein, nein. Ich bin wirklich glücklich, zu hören von dir. Ich dachte, du warst single. Warum hast du nicht früher geholfen? Du hast es? Aber... Eugene. Eugen, das schlusser Sonn of a Bitch. Ellie. Okay. Ganz kapiert habe ich nicht, worum es hier geht, aber... Also, wir haben Vivienne, wir haben Eugene und Ellie. Dreiecksbeziehung, man weiß es nicht. Vielleicht wollte Eugene Vivienne für sich alleine haben. Und Vivienne war in Ellie verknallt. Ups. Du hast die andere Person, Ellie, als du auf dem Telefon sprachst. Also... Ein Hundeheitsband. Wer jetzt? Nee. Habt ihr das gecheckt? Sie heißt jetzt nicht Vivienne, sie heißt Tori. Aber wurde vorher was von der Mutter Victoria genannt? What the fuck is going on here? Wie viele Namen? Das ist ja schlimmer als Jimmy the Cutter-Business-Dingens-Leak-Lauch-Dingens-Furz. Okay, ich glaube, wir müssen wieder in den... ...Spiegel zurück. Buch mitnehmen. Was? Na. Natürlich geht es ja nicht weiter. Okay. Tori ist ein Spitzname für Victoria. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. Ich habe mich gerade von meinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Alter. Jetzt gehen wir wieder zurück, oder? Sehe ich das richtig? Ich glaube... Und wo ist hier wieder das Topmodel? In seinen High Heels? Ist hier eigentlich was? Oh, wir haben hier gar nicht geguckt, Leute. Aha! Ach, schon wieder eine Postkarte. Liebling, ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es hier lieben. Das Wetter ist toll. Die Sonne scheint. Die Leute sind total bekloppt. Der See ist ganz wunderbar und die Menschen sind nett. Nett und tot. Alle von ihnen. Alter, was ist das für eine Karte? Nett und tot. Solange wir nicht mehr in den Pool zurück müssen, bin ich happy. Oh, ich bleib ständig irgendwo hängen, du. Jetzt schon wieder. Das wird was Geiles für den Edit, Jerome. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hängen bleib, machst du so ein... Darunter so ein... Ich glaube, ich muss wieder in den Spiegel. Ja, muss ich. So, jetzt finden wir aber... War das hier? Ja, einen haben wir. Da, bitteschön. Du kannst jetzt frei sein, Tori. Danke. Danke. Die Rechnung kommt später. Okay. One down, one to go. Ist das nicht dieser Viktor Orlowski? Hat jetzt gar nichts gebracht, diese Stuhlgeschichte da hinten, ne? Was ist eigentlich da hinten los? Ich verstehe das nicht. Achso, ich muss den erst befreien, dann kriege ich den Gegenstand dahinter. Habe ich verstanden. Okay, Leute, ich bin jetzt officially ein bisschen lost. Weil ich habe das nicht gerafft, was ich da in dem Raum machte, mit diesen... Ja, das habe ich natürlich übersehen. Rechtes Schwesterlein, dunkel, what? Alter Mann. Befreit man alle mit Masken? Ja, aber den Dude, der fehlt mir noch. Ich habe irgendwas... Irgendwas habe ich nicht richtig hingekriegt hier oben, oder? Weil ich glaube, hier ging es doch um den Mann, oder? In diesem Konferenzraum. Ich habe da irgendwas nicht hingekriegt anscheinend. Ich hätte mit dem Namen zurückkommen müssen, weil die Maske habe ich ja schon. Irgendwas habe ich verkackt hier. Irgendwas habe ich hier verkackt. Wie lange gespielt habe ich das Medium? Wir haben gestern vier Stunden gespielt. Mal gucken, wie lange wir heute spielen. Irgendwas habe ich verkackt. Ich hätte hier den Namen finden müssen. Sonst wäre das hier total sinnlos gewesen, die Nummer. Ich verstehe das nicht. Die Stühle haben wir gecheckt. Die Stuhlreihenfolge haben wir gecheckt. Aschenbecher haben wir gecheckt. Stühle haben wir gecheckt. Was, was, wo ist... Ich kapiere das nicht. Was soll denn dieser Raum? Der ist doch total sinnlos, oder? Der Name steht auf der Rückseite von Perso. Pass mal auf, Junge. Ich mache die Gags hier, ja? Okay, aber slightly amusing. Ich verstehe diesen Abschnitt nicht. Warum wurde dieses Spiel hier designt, wenn ich hier nichts machen kann, außer Stühle rücken? Und, äh... Habe ich da einen Raum übersehen? Ich habe hier irgendwas... Irgendwas habe ich nicht gecheckt. Das kapiere ich nicht. Wieso finde ich den Namen von dem Dude nicht? Halt. Was war das hier? Das habe ich schon abgehört. Gingern an einen Tipp? Backseat Gaming und Frontseat Wanking ist jetzt erlaubt. Der Raum war schon richtig. Der Raum war schon richtig. Es kann unmöglich sein, dass einer von mir dieses Spiel zu Ende gespielt hat. Ich war einer der Ersten. Sogar der Erste. Auf Twitch. Woher wollt ihr das denn wissen? Ihr labert wieder nur, oder? Hier ist nichts, Leute. Nichts. Nichts. Ihr erzählt wieder nur... Mist. Nichts. Nichts. Ach man, ich war doch schon bei vier. Nichts. Nichts. Bullshit. Auf dem Zettel, die neun. Was meinst du? Ich weiß, dass das die neun, Leute. Ich weiß da... Aber warum hat sie den Namen denn immer noch nicht, wenn ich vor dem Dude stehe mit der Maske? Ich weiß, dass Boris gegenüber von Nikolaus Ofcharek saß. Das habe ich vom Aschenbecher erfahren. Aber dann musste ich doch den Namen haben. Einen von den beiden Namen gehört doch zur Maske. Zu dieser Maske hier. Da. Ne, wo ist die Maske hin? Hey! Ich hatte doch gerade zwei Masken. Hey, ich checke überhaupt nichts mehr. Ach so, wahrscheinlich nur in der Geisterwelt, ne? Ach so, ja. Nicht übersetzen. Was? Ihr labert doch nur. Okay, das ist das letzte Mal, dass ich auf euch höre. Und dann spielt das Spiel. Ach. Nicht übersetzen, wer hat das gesagt? Ivla Hofmann. Wie scha... Also, erstmal vielen Dank. Da hier ist ein Applaus. Aber wie asozial ist dieses Spiel, wenn du auf Übersetzen gehst? Fuck. Das ist doch ein Witz. Das hätten wir schon links gemacht. Boris. Das ist der Typ, der über die gesprochen war. Ja. Seat Nummer 9. Ja. Ja! Boah, ich schreib den... Wie heißen die Red Barrels? Wie heißen die Vögel hier? Nein, das ist nicht es. Ich schreib den E-Mail. Was war noch mal? Wo? Wo? 1, 4? Auf der anderen Seite, ne? Ne, links. 7, 5, 9. Oh, wie asozial. Nur weil ich auf Übersetzen gegangen bin, konnte ich das nicht weitermachen. Was hat sie gesagt? Das hat mich voll aufgeregt. Ja, das wusste ich schon seit einer Stunde. Kaya entwickelt sich zu dem durchschnittlichen League of Legends Spieler. Warum? Weil die alle so lustig sind. So, ich hab jetzt den Namen, ne? Ich hab den verkackt. Oh. Ich muss da noch mal drauf gehen. Ja, das wusste ich schon, ohne dass mir das Spiel das gesagt hat. Okay, es wurde gespeichert. Das bedeutet, ich werde gehuntet. 100 Pro kommt ja gleich um die Ecke. I fucking knew it. Und wisst ihr was? Die Kameraeinstellung ist voll assi. Weil ich weiß nicht, wo der Dude ist. Ich seh jetzt die Kamera. Wie soll ich denn jetzt wissen, wo der ist? Wo ist denn der? Ja, da. Direkt vor meiner Fresse. Das war geil. Er kommt nicht hier durch. Okay, er kommt hier durch. Gut, dass wir gerade einen Speicherpunkt hatten. Gut, dass wir gerade einen Speicherpunkt hatten, Leute. Wo muss ich denn hin? Hier, ne? Alter, alter, alter. Schnell, 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 schnell. Ah, Glück gehabt. Hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe, hä? Ist auch nicht. So, wie sind denn die League of Legends-Spieler? Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Kann das was? Wieso? Nein, ich back schon. Ne, ich dachte, der ist gebuckt. Die Kameraeinstellung ist lost. Ja, in dem Moment war das schon ein bisschen heftig. So, jetzt befreien wir Number Two. Dann hört er dich nicht, wenn du die Luft anhältst. Nee, ist voll der Rotz. Die sind immer überall salty. League of Legends, warum sind die salty? Ups. Weil das Spiel einen triggert, oder was? So, mach die Maske drauf. Mach die Maske drauf. Sido, mach die Maske drauf. Das ist die größte Toxic-Community. Also, dann spielen wir League of Legends das nächste Mal, oder? To a better place. Das stimmt. Hier muss man ordentlich durchgefegt werden. Ich mein, guck dir das nochmal an. So ein bisschen gelb werde ich schlecht. Grün, blau. Okay, this is new. Alter, das Ding, das... Das kann doch nicht sein, dass das Spiel mich so teast, oder? Wieso? Ich muss jetzt quasi in die andere Welt wieder zurück. Wo der andere wieder auf mich wartet, ne? Das Game heißt The Medium. Ja, ja. Kein League of Legends. Äh, warum nicht? Ihr sagt, ich wäre schlimmer... Was habt ihr gesagt? Ich passe langsam zu League of Legends. Dann spiele ich das Spiel. Ihr habt damit angefangen. Mr. Rekovic ist unvernünftig, um es milder auszudrücken. Ich bin krankenschwester... Ach, nee. Mr. Rekovic ist unvernünftig, um es milder auszudrücken. Ich bin krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst, aber ich hab so schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich alle meine anderen Pflichten vernachlässige, ist da immer noch der arme Mr. Tarkovic, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem, mein Bestes zu geben. Zumindest ist das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren imaginären Freunden, aber das ist für jemanden im Alter wohl ganz normal. Erstmal höre ich, wie sie ganze Gespräche für sich hören. Entschuldigung, ich bin kurz weggenickt. Als würde sich zwei Menschen unterhalten, sie ist wirklich begabt. Schizophren... Okay. Müssen wir gleich wieder irgendwelche Fotos entwickeln. Fotoentwicklungssimulator. Kaya, dafür braucht man keinen Stimmbruch. Ja, ich wollte mal ein bisschen Variety hier rein... Oh, was liegt hier? Sind das die Bolzen? Ich fasse es nicht! Alter! Wir haben es geschafft. Kann ich ein Halleluja haben? Wo ist denn der Dayroom? Oh, es wird gespeichert. High Heels kommt gleich wieder vorbei. High Heels kommt gleich wieder vorbei. Oder soll ich hier durch? Olivia Jones. Das ist fies. Alter, was macht die Tante? Also, das ist Ursula. Und der wird gespeichert. Moment, das ist eine falsche Übersetzung. Oder? Hat sie gesagt, it got to her oder I got to her first? Warte, das müssen wir uns ganz kurz nochmal anhören. Hello, my love. It's your face. Are you in there? Everything. The nurse. It got to her first. It got to her first. It. Why? Nicht I. Was? Wer hat das hier besitzt? Ich will die deutsche Synchronisation machen. Also, diese Krankenschwester wurde... Das ist ein fataler Übersetzungsfehler, Leute. Also, die Krankenschwester wurde von etwas besessen, ja? Right? Mein armer, armer Mr. Tarkowski. Was ist nur mit Ihnen geschehen? Die Testergebnisse sind da und es gibt keine Anzeichen von Hirntaumau oder Demenz. Und trotzdem, wenn ich in dein leeren, traurigen Augen schaue, dann habe ich dieses furchtbare Gefühl, als würde niemand den Blick revidern. Keine Sorge, mein Lieber. Ich kümmere mich um dich, egal was geschieht. Ich sorge dafür, dass du so glücklich wie möglich bist. 450 Milligramm, wenn... Wenn wir mal sagen, warum Medikamente immer so scheiß kompliziert... Die sind komplizierter als die Gamertags, die ich manchmal vorlese hier im Sub. Wenn... 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 Dann geht es dir gleich besser. Das finde ich auch bei Krankenheiten so geil. Ja, sie haben... Du gehst zum Arzt, du verstehst kein Wort, das ist Absicht. Du fühlst dich wie so ein Vollidiot, der seinen eigenen Körper nicht versteht. Ich habe was? Ja, sie haben... Structophyllactus bacterius kokus. Was habe ich? Sie haben Structophyllactus bacterius kokus. Fuck knows, was das ist. Ich kann kein Altgriechisch, das Latein. Ja, what? Nö. Was ist das? Das sind ihre... Das sind die Pickel auf ihrem Kopf. Dann sag doch, es ist die Pickel auf dem Kopf Krankheit. Warum machst du daraus ein Stratophyllactus kokus? Sorry. Gehör ich wieder zu League of Legends jetzt? Habe ich jetzt Ärzte getriggert im Chat? Ich hatte neun Jahre Latein, Herr Jana. Ich habe nicht umsonst Latein gelernt, damit ich das Ding nenne Pickel auf dem Kopf. Wir sind doch jetzt in der realen Welt, oder? Ich werde bestimmt gleich gemeuchelt. Ein Arzneistoff, der in der Behandlung von Depressionen und Angsterkrankungen verwendet wird. Ach, das gibt es wirklich? Ich dachte, das wäre jetzt einfach... Das Spiel hätte sich das ausgedacht. Chemisch handelt es sich um ein... Moment. Alter, das wird nicht besser. Phenylethylamin. Wer denkt sich... War das ein Typ, der hieß Josef Phenylethylamin? Und der dann sagt, geil, ich habe das synthetisiert und deswegen nenne ich dieses Derivat Phenylatilifikilidin? Fuck. Weil es jeder Arzt und jeder Prof will sich mit einem Kacknamen verewigen in so einem Medikament. Jerome, schreib auf. Ein Rant über Krankheiten, medizinische Begriffe und so. Warte, warte, ich muss weiterlesen. Halt! Nicht so schnell mit dem Chat hier. Warte, warte, warte. Chemisch handelt es sich um... Derivat. Das als selektiver Serotonin... Ihr könnt mich mal... Serotonin... Noradrenalin... Wiederaufnahmehämmer. Seine Wirkung im Zentral... Ja, lass mich in Ruhe. Also es macht high. Phenyl... Irgendeinen Dude hieß Dr. Josef. Phenyl... Ich finde das Medikament nicht, Herr Doktor. Ja, Phenyl... Ich finde das Medikament nicht! Was ist nochmal RT und LB? Ich hab's vergessen. Ah, jetzt. Drück einfach alle Tasten, Kaja. Ich hab wirklich... Bestimmt zwei Stunden gebraucht, um diesen Bolzenschneider zu finden, oder? Wir werden gleich wieder gehuntet. Wo muss ich überhaupt hin? Die Treppe runter wahrscheinlich. Latein ist schön. Funiculus spermaticus. Was könnte das wohl sein? Funiculus... Leute, ich hatte... Neun Jahre Latein. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Nichts. Außer an Funiculus spektakelus. Was? Spermaticus. Neun Jahre Latein, weil meine Eltern glaubten, ich könnte das irgendwann gebrauchen. Wie fies war das eigentlich von meinen Eltern? Weißt du? Wenn meine Eltern gesagt hätten, pass auf, ich hab Latein gelernt. Es hat mir im Leben geholfen, deswegen lernst du auch Latein. Dann hätte ich das fair gefunden. Aber die beiden hatten von Latein überhaupt keine Ahnung. Du lernst Latein. Warum? Ja, das ist besser so. Warum? Ja, diese... Ich hab entschieden. Ich bin dein Vater. Na, guck mal hier. Nochmal Boltzschneider. Äh, hier die. Kaste. Der Witz war jetzt noch nicht mal annähernd. Der war... Ich mach mal ein bisschen lauter, oder? Sie hatten sehr leise Stimme. Wirken reden doch Latein, oder? Ich glaub... Warte, da war doch irgendwas. War da was? Nee. Jetzt seh ich schon gespenst. Jetzt seh ich schon gespenst. Moment, da ist doch was, wenn ich hier durchgehe. Pass mal auf, Leute. Das ist nicht auf derselben Ebene. Seht ihr das? Rechts vom Mülleimer. Ich dachte, das liegt da vor mir. Aber das ist, glaub ich, ne Etage. Seht ihr das? Ich glaub, das kommt noch. Oder ist es ne Etage tiefer? Man weiß es nicht. Na, da kommt wieder ein Spiegel. Glaub ich, guck mal, was hier so geht. Bevor ich in den Spiegel geh. Komm, renn mal ein bisschen schneller, Schatz. Wahrscheinlich ein Dead End. Aha! Ach, natürlich. Tja, ja, was braucht man für Latein? Ähm, ich glaube, wenn du Medizin... Medizin, genau. Sorry, ich hab Phenyl-Alelin-Derivat genommen, deswegen bin ich ein bisschen high. Ich glaube, wenn du Latein studierst, bräuchst... Ähm... ...deligente Mann, der studiert später Medizin. Hab ich aber nie gemacht. Also meine Latein-Kennnisse, die schenke ich irgendjemandem. Hier ist auch nichts, ne? Oh! Wir können wieder Bolt cutten. Ich mach immer die falschen Tasten. RT, BT, LT. Okay, jetzt sind wir wieder im Poolraum. Wenn man Geschichte studiert, braucht man Latein wegen der historischen Sprache. Ja, das hat mein Lateinlehrer zu mir gesagt. Ich hab ihm wirklich gefallen. Herr Lehrer, warum lernen wir Latein? So eine tote Sprache, niemand spricht Latein, sagte der Kaya. Latein ist die Grundlage für alle romanischen Sprachen. Wie gesagt, warum lernen wir nicht gleich alle romanischen Sprachen? Okay, Moment. Nicht, dass ich irgendwas verpasst hab. Immer wenn die Story weitergeht. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. In der Pflege lernen wir auch Latein. Medizinisches Latein. Ey, du hast Latein mit L-A-T-A-I-N geschrieben. Latein. Aber es wird L-A-T-I-N geschrieben. Latein. Also ich nehm an, du sprichst kein Latein. Niemand spricht mehr Latein. Die Römer sind ausgestorben. Ich glaub, ich geh doch mal durch den Spiegel, oder? Leute, ich glaub nicht, dass man hier groß was machen kann. Da hinten war noch ein Spiegel. Chipigel. Gehen Sie bitte zurück, Herr Janard. Das heißt, gehen Sie zurück auf Lateinisch? Geus, Zirkus, Spermaticulus, Furniculus. Boah, diese Kamera hier. Hallo, Spiegel. Ach, man kann gar nicht durchgehen. Na gut, dann. Oder? Das war der einzige Spiegel hier. Ich hab gedacht, man kann durch diesen Spiegel durch. Ne, kann man nicht. Für Theologie brauchst du auch Latein. Ich hab als Tierarzt-Helferin auch sehr viel Latein. Okay. Jetzt kommen wieder die Regex. Umdrehen. Warum Karpfen die im Angler-Latein? Gott. Wieso kann ich den noch nicht? So, Leute, was machen wir jetzt hier? Wo ist Frau hier? Wie heißt die Sadness? Sadness. Ich glaub, wir werden gleich wieder gehuntet. Nein, Leute, das Plakat guck ich mir nicht zum hundertsten mal an. Achso, ich muss zum Daycare-Room, ne? Der war doch hier. Ja, genau. Komm, speichern. Bevor ich gehuntet werde. 100 Pro kommt jetzt in Hand. Solange nichts passiert. Ja. Oder ne Cutscene. Oh nein, schon wieder Split. Verbisst du, Sadness. Mariette? Da bist du. Danke Gott. Du bist alles gut. Ich bin so glücklich. Du bist schlimmer als Vater Martin in Outlast. Ja. Das Ding hat mich fast getroffen. Was ist das? Ich kenne mich aus mit Rage. Was ist denn das? Achso, das ist der Ball. Es sah aus wie so ein gefaulter Apfel. Hier. Guten. Ich bin so glücklich. Das ist wahrscheinlich das Topmodel. Man, die Sadness gibt mir auch einen Sack. Die haut immer ab. Eine Vorhaut. Eine Riesenvorhaut, Leute. Ja, die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Okay, ich glaube, wir kommen dem Endgegner näher. Und der Endgegner, das wissen wir genau, der macht folgendes. Mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm. Okay, Leute, ihr guckt oben in der materiellen Welt. Ich gucke unten. In der Geisterwelt. Unten sieht es ein bisschen aus wie in der Matrix, oder? Mit diesem grünen Stich. Okay, ich höre jetzt auch schon bei Matrix-Referenzen. Habe ich denn überhaupt ein, äh... ...Beschneidungsmesser dabei? Oh, ich habe es dabei. Gott sei Dank. Okay, Männer weggucken. Tut mir leid. Noch eine Beschneidung. Ah. Neeein. Ich mag doch meine Vorhaut. Geil, wie sie umgedreht hat. Sie können selber nicht hingucken. Richard? Are you there? Richard is high heels. Wetten? Richard is the top model. Ja, Schneide. Was haben wir hier für Leute im Chat? Ah, geil. Ich habe mich schon dreimal beschneiden lassen. Das ist der Hammer. 100 Pro kommt der jetzt gleich. Und zwar werde ich oben gehuntet in der materiellen Welt. Und muss dann mit einem halben Screen klarkommen. Und muss dann gucken, dass... Äh, wen nehmen wir? Chinese? Oh, Thomas. Ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft. Fasziniert von der surreale Traumlandschaft, die sein Geist webt. Was so viel heißt wie bekloppt. Die Art, wie er sie beschrieben hatte, klein der Detail war, als hätte er tatsächlich alle miterlebt. Aber ob etwa jemand als Laie beiseite zog, ihm ein Blick über den Rand der Herber der Kodose. Ein Engel, ein Dämon gibt wirklich Unterschied? Äh, ja. Also ich wäre lieber mit einem Engel zusammen als einem Dämon. Ich meine, das ist doch ein Riesenunterschied, oder? Zwischen... Hallo, ich bin's. Ja, und ich bin de... Engelschens. Sorry, Leute. Ich habe keine bessere Engelsstimme gerade bereit. Ja, was, jetzt meine Engelsstimme hast du ein Problem, oder was, du Idiot? Nein, ich wollte nur sagen, du hast keine typische Engelsche... Ich bin Engel, du Arsch. Sorry. Ja, sorry. Hör dir doch mal den Dämon an. Ja, ich bin der Dämon. Und ich bin das Englische. Englische? Bist du ein hessischer? Ja, auch Hessen können Engel sein. Du bist so ein Arsch, weißt du das? Jetzt hast du plötzlich auf Berliner... Ja, lass mich in Ruhe, ich bin Engel. Arsch. Gibt es wirklich einen Unterschied? Für mich spielte keine Rolle. Seine Vision wurde auf meiner Leinwand lebendig. Manche würde sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine zwindende Kreativität anzuregen. Was? Du hast einen Jungen... Was ist das für ein Spiel? Aber wie hätte ich das nicht können? Die einzigartige Perspektive, diese unendliche Quelle Inspiration ungenutzt lassen... Alter, was ist das? Jetzt wird's langsam krank, oder? Jetzt kommen wir in Outlaws 2 hier. Krass, wie gut das funktioniert, wenn man die Augen schließt. Okay, da ist eine Tür. Da gehen wir noch nicht durch, oder? Der ist sowieso verschlossen. Ich sehe es doch unten an einem Energiekegel da. Ja, I know. Nimm doch den Bolzenschneider. Oder nimm das Notenblatt. Ein guter Detektiv würde jetzt mit dem Notenblatt dieses Schloss öffnen können. Ja, wenn jetzt dieses Viech kommt... Was ist das? Hä, was ist jetzt los? Ach, Erinnerungspunkt. Ich glaube, der Richard ist der Typ, der uns verfolgt. Oder? Was meint der? Der wurde irgendwie in diese Kreatur gefoltert, oder was auch immer? Aber es ist ein bisschen wie bei Outlaws, ne? Die Varianten... Varianten... Die Varianten hat auch keiner gesucht. Erinnert ihr euch? Subs sind dran. Und das Momentas, por favor. Leute, vielen Dank für den Hype-Train. Stufe 3 haben wir abgeschlossen. Let's go, oder? Wo ist meine Maus? Hier. Also ich tippe mal drauf, dass der Richard... Oder Richard Trakowski, oder wie der heißt. Der stellsten Mann ist. Wen neben mir? Hackern, oder? Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal getroffen habe. Ein einfacher Fabrikarbeiter, noch mehr junger als Mann. Mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt. Wie ein fängstigtes Tier. Seine Eltern sind in Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hat, wollte er nicht sprechen. Ich habe ihn auch nie gedrängt. Aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Ich glaube, es geht immer noch um Richard. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen wollte. Ich wusste sofort, dass du so ein Diss... Ne, es geht um die Jungen. Alter, ich bin ein bisschen verwirrt. Wer ist wer hier? Okay, hier bin ich reingekommen, ne? Ja. Boah, Alter, wo bin ich? Ne, hier bin ich nicht. Ne, ich bin. Nein, bin ich nicht. Hier geht es nicht durch. Ne, hier waren wir noch nicht. Wieso laufe ich noch langsamer als sonst? Ohne Scheiß. Ja, geh doch drauf. Ja, mach. Ja, mach. Ja, mach. Ja, mach. Ja, mach. Ja, mach. Ja, ich möchte dich treffen, Lillianne. Sie werden mit unseren Klassischen 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 Klassischen. Hm, warum kann ich mit meinen Freundinnen, Uncle Richard spielen? Ihr Freund? Oh, Lillianne, ich... Ich versuchte dir, dass du dein Vater, dass du ein bisschen Zeit mit den anderen Klassischen Klassischen Klassischen. gott complex unit danke für den gifts ab max noch mal für die 100 bits kann ja wieder neu holen ein ist gut du hast jetzt genug tokyo für die 100 bits abanana anna banana willkommen club kraft 068 vielen dank für den gifts ab heike 808 908 wieder ein bits zerstört das ab vorlesen die horroratmosphäre nein oder so wieso laufe ich so langsam hier bin ich rausgekommen okay haben wir alles durchsucht mal hier die du würd sich freuen oder er wird das alles weg rauchen hier geil gestern als ich mit sie du geredet haben gesagt ja wenn du meinen stream kommst dann aus wieder nur scheiße habe ich sagt nein mache ich nicht kappa und er hat das kappa irgendwie nicht gehört warte mal kurz ich gehe hier gleich rechts raus ich will nur gucken ob ich durch diese tür kommen halt das haben wir schon angeguckt ne haben wir nicht alter wie habe ich das übersehen ich gerade halt geschrieben haben wie so ein wie so ein grenz wie so ein grenzbeamte ja wieso kann ich das nicht anklicken ja jetzt boah man was haben wir jetzt wir haben randget wir haben den schweizer hatten heute noch nicht ne da lag noch was neben der zeichnung what es wurde zu einer gewohnheit von uns versetzten uns mit dem skizzen buch hin und anschloss er die augen begann zu reden er beschrieb all die dinge die er vor seinem geistigen augen sah von grauen und der schönheit der welt jenseits unserer eigenen was als unschuldige fantasie übung begann wurde zu einer bodenlosen gemein ge quelle der inspiration meiner hand könnte nicht ruhen ich zeigte wie besessen sie besäsch besäsch während er schon beschreiblich beschrieb eine zeit lang fragte ich mich warum er so drauf versessen war seine vision mit mir zu teilen sie schienen ihn zu belasten eine quelle starken schmerzen grosser verzweiflung zu sein aber schlüsse verstand schlüsse er wollte sie mit jemandem teilen der sie als eine quelle der schönheit verstand und nicht als wahnsinn okay was habt ihr gesagt da war noch was neben der zeichnung kai du kannst die notenblätter kombinieren neben dem bild lag brief diese was los mit euch warum kennt ihr das spiel ich verstehe das nicht habt ihr schon durchgezockt neben dem pferdebild oder was das war hier oder meint ihr hier äh nee das bild habe ich mitgenommen oder hat wo bin ich hier ist hier meint ihr kajoten in der haus dank für den halbkern leute dankeschön totti 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 für die tausend bits dankeschön so alter ist das ein riesen text komm ich mache ich lese einfach schnell durch oder ich habe ein paar jahre damit verbrachten irgendwas stimmt hier nicht mit der fängt wieder an mich runter zu drücken in die richtige richtung zu lenken versucht nachzubringen sein potenzial zu erkennen aber jetzt immer wieder behauptet dass er kein maler sein dass er unsere kleinen trifft die als das künstliche ausdruck betrachtet irgendwann hatte ich ihn dann so weiter will ich kann sich bei der universität einzuschreiber unter der bedingung dass ich hoffe ihr habt das gelesen ich werde nachher fragen stellen was standen da drauf hier ist was der globus gib mir dein globus ich geb dir meinen konzentrier dich auf die geisterwelt ja dann muss ich das machen leise ihre stimme ist leiser geworden kann das sein ok ich muss irgendwas da rein stopfen wieso ist ihre stimme leiser geworden ist verstehe ich nicht ok ich mache musik ein bisschen runter was kino sitzen wir im kino ja wir sitzen im kino stevors danke mein gutster und die ist auch langsamer und leiser geworden hier in dem spiel oh scheiße diese kackviecher sind schon wieder da die waren eben noch nicht da oder also gut wir müssen wieder wie war das wie war dieses schutzschild dingens moment mal auch mein arm ist gar nicht aufgeladen ich komme gar nicht durch ich habe kein ich habe keine energie scheiße das verstehe ich jetzt nicht ok mir fehlt noch eine seite hier komme ich auch nicht durch ich habe ja keinen schlüssel im bolzenschneider komme ich da nicht durch ok irgendwas habe ich schon wieder übersehen leute sie wird echt immer langsamer und leiser die frau ich brauche entweder notenblatt oder irgendwas anderes habt ihr irgendwas gesehen was ich übersehen habe halt da hinten liegt was da liegt doch was seht ihr das es ist doch in einem anderen raum moment ich habe es übersehen sekunde sekunde gehen wir nochmal hier zum globus dingsbums hier hä da lag doch was ach wahrscheinlich war das nur die der globus ok ich bin jetzt schon wieder lost das gibt es doch gar nicht ich komme hier nicht durch Leute ich habe keine energie für mein schutzschild hier diese kackviecher oder meint ihr das macht nichts aus weil nein 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 die töten mich das bringt nichts ist sehr gut ist sehr gut ist sehr gut scheiße ach so ich kann wieder out of body machen nee aber das bringt leute ja aber das bringt ja nichts ich habe ja keine energiequelle ach ihr meint durch diese tür danke leute man ich vergesse immer out of body und so ein shit ich vergesse alles so das kann ich in den globus stoppen ne oder gibt es hier noch was zum looten danke für den tipp ich habe das total vergessen dass ich out of body machen kann mal wieder so ich glaube ich muss kurz zurück und nochmal von vorne anfangen was ist denn hier nichts what's the point wahrscheinlich muss ich später wieder zurückkommen mhm das sieht aber lecker aus hier hinten eine ganze wand voller gedärme okay danke für den tipp ich habe es total vergessen dass ich out of body machen kann so konzentrieren sich bitte auf die geisterwelt nehmen sie den gegnerstand äquator diese was navigieren was lass mich in ruhe okay 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 ach so jetzt verstehe ich nase mund und den ganzen schmuck so nee nase geh nach okay geht nicht dann nimm doch mal hier die augen so ist gut so ist gut nein nach unten du arsch sag mal was ist denn das für eine steuerung ach es geht nur nach oben jetzt verstehe ich ich wollte den gerade nach unten machen dann geht jetzt mhm lecker kann ich da vorne durch schon ist das was der oder muss ich wieder eine out of body machen halt da ist ja was noch eine zeichnung es wird immer ekelhafter es geschah am helllichten tag das spiel ist gut ja mir gefällt das auch gerade das 10 stunden outlast video von dir auf youtube zu ende geschaut man war das ende unbefriedigend so gucken wir mal was da hinten abgeht oder komm ich nicht da durch hä ich dachte ich hätte na ich komm ah das war nix okay dann war es das wahrscheinlich dann gucken wir was es noch für das sah doch so aus als ob ich da durch könnte oder da kann ich aber jetzt durch oh auch in the real world ja ist sehr gut ich gehe da rein danke leute wofür oh wollen wir ein bisschen klavier spielen ah hier ist meine energiequelle sehr gut gib mir meinen tesla wahrscheinlich muss ich mozart spielen holzenschneider ach so das notenblatt ja gut das ist noch nicht fertig ich meine ich kann es vielleicht schon mal einsetzen nee ich bastel das erstmal zusammen ich brauche noch ein notenblatt könnte sein dass es hier das notenblatt ist nein ist es nicht was ist das das macht mich wahnsinnig wieso finde ich denn diesen kackpunkt nicht jetzt das war der g-punkt die Ist das Sadness? Würdest du empfehlen, das Spiel zu kaufen? Kommt drauf an, wie lange es geht. Ich würde sagen, bis jetzt ja. Aber das Problem ist ja, wenn du jetzt zuschaust, dann ist es ja doof. Dann spoiler ich dir das ganze Spiel. Es ist ja nicht so, dass du es auf eine andere Art und Weise spielen kannst. Also natürlich, du kannst es nicht ganz so lustig wie ich spielen, aber... You know what I mean, Bean? Wieso ist in der materiellen Welt da oben noch irgendetwas? Wieso ist das auf dem Tisch? Okay, das ist wahrscheinlich nur der Triggerpunkt gewesen. Halt! Aha! Ja. Und die Zeichnung auch noch. Gehen wir die Zeichnung? Okay, ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Das Spiel gibt es ja auch im Game Pass. Ach, richtig, Leute. Game Pass, coole Sache. Ich habe das nicht gekauft, das Spiel. Ich habe es gesponsert bekommen. Ich kriege eine Menge Kohle. Nein, ich habe es nur mit dem Game Pass geholt. Oh, wir können wir hier beschneiden. Männer, weggucken. Tut mir leid. Ah, es wird beschnitten. Ah, ist das... Ah, das tut weh. Ohne Betäufigung, ihr Schweine. Ah, ich wurde schon viermal beschnitten von diesem Spiel. Jetzt geht es hier aber nicht durch. Okay. Äh, das letzte Notenblatt. Wieso finden wir das nicht? Jetzt sind wir wieder genau in diesem Raum. Okay, wir müssen den Raum nochmal komplett absuchen, weil ihr wisst ja, dass wenn man ein paar... Ah, nee! Ich weiß, wo das letzte Notenblatt... Ich weiß, wo der letzte Lude ist. Hier. So. Ja. Papa hat sich erinnert. Mach die Tür auf. Das letzte Notenblatt. Wo ist es? Das letzte Notenblatt. 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 Das ist meine Energiequelle für heute. Oh, gibt es hier viel zu lesen. In den dicken Augen. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe. Stark unrein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich ihm die Fäden. Die alle Fäden. Um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. So, mir fallen langsam keine Stimmen mehr ein. So viel gibt es hier zu lesen. So, das ist wie ihr findetet? Ja. Er war nur da. Er... Er... Mr. Recker? Es verdichtet sich die Geschichte. So, das haben wir alles hier ausgesucht. Ich hab mich aufgeladen. Hab ich mich aufgeladen? Nee. Nein. Ich muss ja noch das Notenblatt einsetzen. So, rennen Sie bitte ein bisschen. Und lassen Sie uns das Notenblatt aufladen. Nee, falscher Raum, du Schmuck. Hier rein. Right? Bitteschön. Alright. Ich bin voll aufgeladen. Na ja. Mann, ich renne gegen alles in diesem Spiel, weil stelle ich die Kameraperspektive. Das musst du so editieren, Jerome. Einfach so... Ähm, Leute, ganz kurz. In welche Richtung soll ich überhaupt laufen? Kann mir das mal einer sagen? Nicht nach rechts, oder? Das finde ich so fies vorm Spiel. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung es weitergeht. Ich geh mal nach links. Ja. War die richtige Wahl. Wo sind wir wieder im Pool? Nee, wir sind woanders. Kaya könnte mal als Muezzin vorlesen. Oh, seht ihr das da hinten? In der unteren Welt? What the fuck is that? Erinnert mich komplett an Resident Evil. Da war doch auch zum Schluss. Da war doch diese Oma-Monster. Alter. Was ist das für ein Viech? Vielleicht ist das der Endgegner. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Oh, schon wieder lesen. Ich lese ja... Oh, 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 oh. Was ist hier los? Was ist mit dem Spiel los? Gerade ein bisschen rumgebackt. Mir fällt nichts mehr ein. Was nehmen wir für eine Stimme? Ich hab keine Ahnung. Ich war am Ende. Sie mussten mich gelassen, mich Richard Tarkovski. Meine Arbeit war auf dem ganzen Kontinent angesehen. Sie sagten, meine Vorstellungskraft kennt keine Grenzen. Mein Name allein steht für den. Oh, ohne Mann steht mir... ... Seid still. Ich könnte auch rappen. Zählenlosen Bürokraten nicht, für sie war ich eine Belastung erschlechtert, ein Quell gefällig liberaler Ideen. Ich fühlte mich so betrogen, ausgelaugt, ich musste raus. Fort von der leeren Abartigkeit der Stadt, aber das Wichtigste, ich brauchte einen Freund und so machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich wusste, dass seine Frau vor ein paar Monaten verstorben war, damals hielt ich für das Beste mich nicht in seine Trauer einzumischen. Jetzt hatte ich Angst, dass er es mir übernehmen würde, dass ich nicht da gewesen bin, als er mich am dringendsten gebraucht hat. Stattdessen bot er mir ein Zuhause. Okay. Das nächste Mal wird gerappt. Guck mal, nein, bitte. Alles, nur nicht gerappt. Wer das Fisch auf der leeren, wo sind denn die Hände? Und die Hände zum Himmel. So, Leute. Jetzt wird was... Ey. Leia Sophia. Geist. Und die Hände zum Himmel. Der Freund. Der Freund. Lili. Die Frau. Sie hat mich etwas geblieben. Eine Frau, die ich wusste, als ich sehr jung war. Sie liebte sie? Ja, mit einem jungen, innoßen liebem, frei von der... ... ferozity von adultlichen Leben. Richard? Ich habe ihn ein weirdes Gefühl. Es gibt... Schmerz, Schmerz... ... und... etwas anderes. Okay, folgen sie der Spur. Wir haben schon lange nicht mehr das Monster gesehen. Es wird bestimmt bald kommen. Machen wir mal, drehen wir ganz kurz eine extra Runde. Nein. Halt! Ey, das war doch eben noch nicht da, oder? Mann! Das macht mich wahnsinnig. Die Position verändert sich auch ständig. Hier. Ich habe es besonders für dich gekauft. Oh, ein Ribbon? Es ist wunderschön. Danke, Herr Richard. Hier, lass mich... Ähm... Auf der anderen Seite... ... warum nicht du es dir selbst machst? Ah! Was war das? Es ist wie, dass etwas... ... in mich entzündet ist. Mhm. Something's going on, Leute. Ich muss nicht wieder rauf, oder? Kann man hier raus? Ach, Moment. Ich kann wieder in das... Moment, ich probiere das mal kurz. Ne. Es ist blockiert von einem riesigen... Was ist das? Ist das sein Darm von einem Viech da hinten? Wahrscheinlich ist ein Penis. Vermisst seine Vorhaut. Okay, sorry. Tut mir leid. Der war... ...schlecht. Aber um die Uhrzeit gibt es keine besseren Gags. So, was haben wir noch? Zack. Es ist Storytime. Es ist Storytime. Was hast du getan? Was hast du getan? Spiel back grad ein bisschen, ne? Ich glaub, jetzt wird's aufgelöst. Was mit... ... ihm passiert ist. Alright. Huh? Was? Was ist das? Was ist das? Gott, verdammt! Ich dachte, ich könnte sie schützen. Idiot! Was würdest du mir denken? Ich habe Sie verloren. Ich habe uns verloren. Ich habe sie verloren. Es ist alles weg. Was? Ja, ich weiß. Nein, ich muss sicher sein. Natürlich. Es muss hier etwas sein. Du willst was? Fuck! Fuck! Sorry, ich habe gerade in den Chat geguckt. Plot Twist, er war das Reh. Warum muss ich gerade diesen Kommentar lesen? Schau! Schau, wer hat endlich entschieden, mich aus meinem Stall zu lassen. Und nur, wenn du meine Hilfe brauchst. Überraschung! Überraschung! Weißt du was? Ich bin nicht in der Lage. Just tell me what you see. Komm, komm! Ja, ich kann es fühlen. Okay. Ist auch ein Medium. Ist auch ein Medium. Oh, ich bin wirklich wirklich spezifisch. Hey, ich versuche hier zu helfen. Du weißt, manchmal habe ich mich gefragt. Es macht es nicht leichter, wenn du mich in der Nacht so lange hältst. Danke für das, übrigens. Ein helles Weg, um deinen Seelen zu behandeln. Gott. Goddammit! There's nothing here! There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. Where? What? You're building tension? What? You're building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? What? Oh, okay. Huh? Okay. No. No, no, no. Page. After page. It's like he's obsessed. What has he... What have I done? We couldn't have known. I let him into my home. You know, it was like a father to me. How could he do this to her? Fucking bastard. Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back, I'll just... Whoa, 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 whoa. Easy, Tiger. Remember what's at stake here. Just let me do what I do. You better do it fast. Because if you don't... I will... kill him. Geil. Ein Gamepad hat schon wieder vibriert. Was die längste Cutscene ever, oder? Thomas. I... wasn't expecting you. Is... everything all right? My friend? Did you do it? Friend? Did I... let me just make my Gamepad in the hand? What? Yeah, my daughter. My 13-year-old daughter. I entrusted her to you. Thomas. No, was macht er jetzt mit dem? Did you do it? Wer ist das Topmodel? I... I don't... I found a sketchbook. Forced myself to look through it. Cover to cover. Every single fucking page. Tell me you didn't hurt her, Richard. Thomas, please. Tell me I'm wrong, Richard. Tell me, and I'll let you go. I... It wasn't me. Thomas. You have to understand. There's a sting inside of me. Shut up. You... You have to believe me. I wanted to die. I'll make it quick. Thomas. I'm so sorry. She's my daughter. I never wanted any of this. I... I should never have come here. But you did. No one should hear. Knowing what she means to me. Thomas, I swear I'll go away. You'll never... Wait. But you... No. Let me out. Let me out. Let me in. Oh, wer hat jetzt wen besessen? What the fuck is going on, Leute? Also, Thomas ist jetzt in Richard. What the fuck? This cancer is spread far enough. Time to cut it out. Jetzt spiel ich den Dude wahrscheinlich. Thomas ist in Richard. Der in Thomas ist, der eigentlich Homie ist. Alter. Alter. Wenn das Peter sieht. Thomas ist Richard. Homie ist übrigens die Antwort für alles. Das wisst ihr, ne? Alright, Richard. This is your world. Show me what you're hiding. Okay, ich bin jetzt wie... Oh, kennt ihr den Film... The Cell. Einer der geilsten Filme, die ich kenne. Total underrated. So, ihr werdet jetzt lachen, wer da alles mitspielt. Jennifer Lopez hat da mitgespielt. Und die hat gar nicht mal so schlecht gespielt. Und der andere Schauspieler, ich hab seinen Namen vergessen, der eigentlich in sehr vielen Komödien mitgespielt hat. Und der war auch mit Jennifer Anderson zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. The Cell. War richtig gut. Und ich hab das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen The Cell hier, oder? Wie habt ihr den Film gesehen? The Cell ist geil, ne? J-Lo, ja. Nicht Schwarzenegger. Windchorn, danke schön. Brad Pitt war auch mit. Okay, was ist hier los? Drück und halte RB, um meinen Angriff zu parieren. Was ist das RB? Ja, ne? Ich frag mich, wie viel Energie... Wie viel Energie hab ich davon? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein Arm ist nicht aufgeladen. Don Ofrorio, genau. Don... Vincent Don Ofrorio war da irre. Hat den auch sehr geil gespielt. Ah, The Cell. Warum es da nicht mehr von gibt? Ganz im Ernst. The Cell ist so ein geiles Prinzip, dass du quasi... Oh, da muss man zur Maniküre hier. Siehst du das hier links? Ähm... Ich finde, daraus könnte man eine Serie basteln. Von so einem Dude, der einfach wieder in das Unterbewusstsein von irgendwelchen Schmocks und Schmockien reingeht. Und da... Ich fand... Ich bin jetzt auf der Spur. Nur von diesem... Von diesem Viech, was von Richard Besitz ergriffen hat. Vincent Don Ofrorio, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. It changed Richard forever. No! What the hell? Leave her alone! And... Der sollte mal Frühjahrsputz in seinem Innersten machen. Oh, ja, da kenne ich einige. Shadowwork nennen das, glaube ich, die Psychologen, oder? Schattenarbeit, oder wie nennt man das auf Deutsch? Wenn du dich deinen Dämonen stellst. Okay, ich glaube, hier gibt es noch mehr Beschneidung gleich. Einlauf nennt man das. Ach, komm, wieder so viele Räume. Halt! Ich war noch nicht fertig! Ich war noch gar nicht... Boah, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ohne Scheiß. Mal Läser 4, oder? Was habt ihr vorhin geschrieben? Gnur hat mit dem Spiel schon wieder aufgehört? Ganz im Ernst? Warum? Spielt sie das nicht mehr? Spielt du das erste Mal? Ja, das Spiel ist doch erst 24 Stunden alt, oder so. Er ist aber echt Läser 4 jetzt gerade gewesen. Das ist mein Bluff. Aber manchmal, was wir wollen, ist nicht das, was wichtig ist. Verstehst du das? Ich... Na, endlich bleibt die Tür mal stehen. Tja, das geht noch ewig so weiter. Hallöchen! So, jemand hat Pizza bestellt. Guckst du hier, du warst das. Da oben. Okay. Vater war im Militär. Du bist wirklich ein bisschen Layers hier. Da ist doch was hier. Ich sehe das doch. Wie komme ich da hin? Muss ich wieder für später machen. Was da rechts? Nichts. Da ist doch was im Feuer hier. Gib mir das da. Ist egal. Schon wieder diese grüne verkackte Lampe, Mann. Haben wir gestern drüber gesprochen, oder? Aha. Komm mal. Ich finde auch er eine sehr angenehme Stimme. Was ist da gerade kaputt gegangen? Guten Abend. Schön zu sehen, dass sie gesund geblieben sind. Oh, das ist nett. Meinst du, spielst du auf Corona an oder auf mein Alter? Irgendwas... Ich habe gerade auch... Aha. Ich wusste es doch. Oh, Vater... Was? Gar nicht gecheckt, was ich gerade gemacht habe. Habt ihr das gecheckt? Als Regierungsvertreter der Republik Polen möchte ich mein tiefes Mitgefühl für mein Bedauern hinsicht des Ablebens von Leutnant 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 Radeusz Tarkowski zum Ausdruck bringen. Das ist der Vater, ne? Er bedauert den Stab unter den ehrbarsten Umständen. Sein Land wird für ihn, wird das Opfer dankbar sein, dass er zum Schutz unserer Freiheit... So. Kann ich das Messer wieder haben? Gib mir das Messer! Ich brauche das Messer! Ich will noch ein paar Vorhaute beschneiden. Vor... Vorhäute, ne? Vorhaut. Vorhäute. Heute. Oh. Ich glaube, das wird ein Bossfight jetzt. Leute, ich habe das Gefühl, das wird jetzt ein Bossfight. Ich bin... Oh, Leute, jetzt gibt es auf die Fresse. Rück- und Halt-RT. Nein. Nichts Bossfight, diese. Okay, dann. Bin ich in einem Irrgarten? Oh, shit. Ich bin in einem Irrgarten. Okay, sehe ich irgendwelche Spuren? Ne, ne? Oh, Mann, das kann ich ja da an. Komm schon, Richard. Meine Arme sind jetzt schon getrennt. Ich bin fast fertig. kann sich ein bisschen schneller joggen come on thomas geist thomas ein bisschen schneller hier joggt echt wie so ein opa findet ihr nicht merkt euch ich bin nach links gegangen nicht der einzige der sich fragt was das re mit all dem zu tun hat das stimmt vor dem nie war es so war ein totes reh und keine sau weiß warum das vollkommen recht bis es wird okay ich glaube das geht nur zurück aber da war ich vorhin hier bin ich links gegangen alles klar ich weiß bescheid jetzt keine riesen irrgarten meine güte zum schluss wird es noch so ein open world game so okay es geht nur die treppe runter wie wäre es mit dem jumpscare just for fun come on das re ist der endboss die story ist gut finde ich auch bin ich wirklich auch die atmosphäre ist nice okay ich gehe nach und nein falsch falsch abgebogen wusste gar nicht dass ich da das brot konntest du nehmen nee konnte ich nicht wenn ich jetzt umsonst zurück laufe dann bin ich dich zu paul panzer nein das konnte ich nicht nehmen das hätte er automatisch eingesteckt das stimmt nicht 100 pro nicht das einstecken machte automatisch leute hört auf mich zu verarschen der joggt schon langsam genug wo bin ich jetzt schon wieder so jetzt müsste hier diese brot kacke da kommen never ever konnte ich das brot mitnehmen paul panzer abflug ja ich weiß es stimmt gerade nicht aber du musst jetzt rüber du gehst jetzt in seinen chat bei paul panzer underscore gaming und wartest da bis er wieder online geht und verschämtheit und ich renne auch noch zurück hier lang ich wusste dass ich recht hatte und gehe trotzdem zurück es ist also ob du deine haustür abschließt du weißt du hast ja abgeschlossen läufst drei vier fünf meter gehst du mal zurück und sagst habe ich dir abgeschlossen und dann checkst du noch mal ob du sie abgeschlossen hast jetzt schreibt karl paula soll nie wieder online kommen nein ich vermisse paula ein bisschen paula heißt was hast du denn was hast du denn jetzt rausgefunden was hast du jetzt denn rausgefunden in diesem bescheiden irrgarten oh jetzt ist ein aha das ding schon vorher da dieser sag ich höre doch schon wieder irgendwas fieses oder hatte dieses schmatzen im hintergrund nicht so komme ich nicht raus was übersehen ich habe irgendwas übersehen leute was ist denn da komme ich hier nicht weiter geht doch mal raus nein es ist kein bug aber es ist nicht sehr okay so komme ich hier nicht mehr raus ja man es ist auch sehr schwer den ausgang zu finden wenn er nicht zu sehen ist so was passiert jetzt ein nettes bild habe das gesehen schon mal auf der linken seite ach so das ist nur verschwommen ich dachte dem will sein auge raus ok nein es ist nämlich wirklich an darkseed was machen wir jetzt es geht die treppe hier hoch bringt nichts ok also es ist ein stieffaser gekommen für richard und der hatte wahrscheinlich das war wahrscheinlich kein neister tut hey ja wir haben hört sich nicht so nice an der stiefvater i need you to bring that thing you know which one real specific buch das war's buch wahrscheinlich latein das war's vorlesen was haben wir hier da ist doch irgendwas wieso sehe ich da was und kann nichts damit anfangen gib mir ein x gib mir ein a gib mir irgendwas wieso komme ich da nicht ran das spiel ist manchmal echt weird weißt du dass es dann dinge erst freischaltet obwohl du sie schon sehen kannst ich hab das buch ach so ich soll das buch einfach auf hier nimmt das buch jetzt wird es erst freigeschaltet jetzt verstehe ich aha ok ok hier das foto da drauf das will auch nicht haben wetten dann werden erst die anderen sachen freigeschaltet ich habe gerade selber gesagt moment mal arschloch hat er gar nicht gesagt übersetzung ist so ein bisschen wie soll ich sagen alkoholproblem there we go hier hast du was zu saufen du Schmock ach so jetzt verstehe ich ich bleib da stehen wie so ein vollidiot hab's nicht gecheckt ähm ja komm dann werden die anderen sachen freigeschaltet hier komm schon hier ist doch noch was warte 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 was ist das hier denn ok I don't get it äh anscheinend hab ich hat er sich gerade mit ne Katze angehört sorry um was geht es beim Spiel kannst du es in einem Satz erklären äh Style Technik Style Technik noch an Bord kannst du diesen Wikipedia Eintrag nochmal raushauen wobei der erklärt momentan auch nichts mehr also ich spiel grad ähm ja seht ihr diesen weißen Punkt links unten das ist doch wieso komm fuck also irgendwie ok ich bin ich hab wieder nichts gecheckt vielleicht muss er 50 mal auf mich draufhauen ne ich hab hier nichts ok ich bin schon wieder lost Leute seht ihr diese zwei Sachen da mit dieser Umrandung ist das ein Bug wieso komm ich denn da nicht hin das oder muss ich sterben angreifen ich hab keine Schockwelle Leute ich hab nur ich hab keine Schockwelle das ist alles was ich machen kann die ahh aha das ist das ist oder ich hab dich wieder nicht die 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 gleich der die Also, ähm. Okay, jetzt geht das schon wieder raus. Oh, nein! Mami! Hold on, Mami! Let's go of me! Let's go of me! Oh, shit, den hab ich nicht gesehen. Please, no! Die Kameraführung hat manchmal so seine... Okay, was macht der Stiefvater mit meiner Mama? Ah! 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 Schon ne krasse Geschichte, Leute! Ah! 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 Äh! Ah! 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 der richard würde ich sagen oder also klein richard und klein richards mami werden vom stiefpapier misshandelt und klein richard wird zu groß richard und misshandelt seine nichte ja ich glaube das kann man in einem satz zu stehen das ist eine interessante art des storytelling Richard! Richard, komm raus! Ich werde dich sicher halten. Ich werde dich sicher halten. Das ist nicht lustig. Richard! Wenn die Kamera sich ändert, der Blickwinkel, aber du rennst noch in einem anderen Blickwinkel, in einem alten, weiter, dann dotze ich ständig gegen irgendwelches Zeug. Ah, schon wieder hier. Ich würde vermuten, dass das Reh die Nichte ist. Hahaha! Oh! Ich weiß nicht. Wir wollten unbedingt, dass das Reh wiederkommt. Wenn etwas passiert, kannst du mir sagen. Aber lass mich... Geh weg von mir! Geh ins Licht, haben sie gesagt. Geh ins Licht! Hey, Richard! Ich verstehe das Bild. Es verändert sich nichts. Na, was haben wir denn hier Schönes? Da ist doch wieder was! Ich sehe das doch von hier! Anscheinend nicht. Okay, ich glaube wir sind hier fertig, oder? Ja. Nee, hier kann ich nicht durch. Boah, jetzt muss mal wirklich jemand hier. Eine Putzfrau oder so irgendwas. Oder ein Putzmann. Eine Putzkolonne. Mami? Was ist passiert? Sch, hör auf mich, Richard. Hör auf meine jede Worte. Einige Männer kommen heute Abend. Aber warum? Was wollen sie? Sch, es ist okay. Ich habe ihnen gesagt, sie kommen. Richard ist schon ein armes Schwein, oder? Sein Vater stirbt im Krieg. Was ist das denn? Sein Stiefvater misshandelt ihn. Nein! Bleib weg von mir! Bleib zurück! Bleib weg von mir, ihr Bastard! Nein! Nein! Lass mich weg! Nein, bitte nicht! Nein! Es ist schon ein geil gemachtes Spiel. Die Atmosphäre ist echt cool. Halt! Halt! Bleiben Sie stehen! Untersuchen Sie das! Any Son of Poland, welche kollaboriert mit dem Oppressor... Ah, haaaaaaaaaaaaaaaa! die von den Beinen genutzt oder sonst agiert gegen seine Kompatriaten. Also die zwingen ihn zu einem Geständnis, ja? Hier geht's. Gib mir Energie. Achso, ich muss die Dingsbums hier. Mann. Ich wollte genau dasselbe sagen. Ich hoffe, ich habe genug Energie. Oh, guck mal hier. Nein, 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 nein. Wird doch nicht mal getroffen, der Depp. Halt! Bleiben Sie stehen und versuchen Sie das. Nein, 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 nein. Please, wake up! What's going on? Wake up! I don't have a clue, Mann. Okay, Rose ist verwelkt. Was hat er gemacht? Was hast du gemacht? Sag bloß, ich muss wieder zurück. Komm schon, Mann. Scheiße. Du musst wirklich zurück, oder? Kai und die Pilze. Ja, hier. Sie ist weg! Sie ist weg! Musik von. Ich guck mich. Ich guck mich. Sie ist weg. Willst du dich? Sie haben sie von mir verbracht! Alter, wo muss ich lagen? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich da lang. Stimmt, da waren wir nicht, ne? Okay. Was machen wir hier? Muss ich da irgendwas draufsetzen? Oh Mann. Jetzt geht schon wieder die Sucherei los. Aha! Da, Leute. There we go. Okay, wir kommen dem Endgegner näher. Genießt die Aussicht, bevor ich ihn zerstöre. Na, du schmuck. Vier Arme und kann ich ein... Sechs Arme. Um mal durchzuputzen. So guck ich die ganze Zeit. Quatsch. Wurde letzte Worte. My precious little flower. Hi. Lily? Cutscene, Leute. Cutscene. Oder? Ach so, ich bin dran. Ich darf seine Karte ziehen. Ich warte hier, dass es weitergeht. So, mein Herr. Wir haben eine kleine Abrechnung mit Ihnen vor. Wir haben ihre Miete nicht bezahlt. Boah, ich bräuchte jetzt irgendwie so... Boah, alter, der hat Mundgeruch. So gibt's hier irgendwelche taktischen Vorteile, die ich haben kann. So wie in Demons Holes, sich hinter der Säule verstecken und mit der Säule sterben. Ihr erinnert euch. Let's get this over with. Let's get this over with. Ich komme mir vor wie Konstantin. Hellblazer. Übrigens auch ein sehr geiler Comic. Wer den Comic noch nicht gelesen hat... Ihr wisst, ich bin ein riesen... Ihr wisst, ich bin ein riesen Comic-Fan. Okay, Leute. Ich glaube, da vorne ist eine Energiequelle. Und dann muss ich mich wohl aufladen, bevor irgendwas passiert. Oder auch nicht. So, was mit dir, du... Jumper the Hut. Wahrscheinlich muss ich dich zerstören, oder? Was meint ihr? Oh, das war einfach. Das ist ein kleiner Richard. Oh, das wird gut. What does this... Monster look like? Sir, there's no time! Hurry, we have to get out of here! It's okay, Richard. Why don't you take a moment to catch your breath? Do I know you, mister? Are you one of my stepfather's... friends? No, kid? No, kid. Hört auf mit euren Rehbitzen, man. I'm not planning on making any friends. This is fun. I'm here... I'm here... just... for... you. No! What? No! Don't come any closer! Don't touch me! I'm sorry, kid. I know you tried to run. To hide. Get your hands off me! But as long as you're here, the beast will always find you. Richard. It was pretty overwhelming at first. Thomas being like me, but different somehow. I guess I don't have to tell you. There's something behind you. Aber das Viech gibt's immer noch. Und Richard also auch noch. Thomas? Who the hell are you? The beast. That's what he used. Kinderfriker. Hunting. Owned. His whole life hiding. Hoping they wouldn't find him. I gave him shelter. I gave him purpose. He could have been so much more. Instead, he chose to rot in this godforsaken place. I got your scent, girl. You're him. Richard. I'm what's left of him. The bleeding wound. The sand drying on the stump. All because of her. Do I know you, Jillian? You smell just like her. Like the girl who suffered because of you? The one you preyed upon? She came to me. Because she had nowhere else to go. Where was her father? Where were you? Shut up. Stop acting like you ever cared about her. She was the light of my life. The warmth of my soul. Your soul has brought it away. There's barely anything left. And now, it's just your sins. I almost feel sorry for you. You're nothing. Thank you. I had. I died. He ripped me apart. He burned me down. And left me in the dark. He's a fiend. A monster. A monster. This man. Thomas. What is he? He's the one who butchers the soul. The one who breaks it. But you... Yes. I know you. You can set me free. I can feel it. Please, do it. You don't deserve it. You deserve nothing. Nothing. Do you hear me? Then give it to me. Please. Please, do not exist. That's all I want. Oh, bigot. You think she'll ever forgive me? Will you? I'm not your judge. I'm just the fairy man. Be gone. Richard. Come on. From the red deco. Infamous second son. Red house. Red house. Oh, da sind wir wieder im Prolog. Jetzt vielleicht Epilog schon. Was er ein Teil meiner eigenen Vergangenheit? Und dann, etwas hat sich angefangen. Das Mädchen. Das ist mir. Aber es sieht, wie es hier wurde, bei Neva. Scheiße. Das Haus römer. Was ist eigentlich mit High Heels und Topmodel? Was ist eigentlich mit dem Dude? Ist er einfach nur da, um uns ein bisschen zu ärgern, oder was? Oh Gott, Leute, schon wieder so ein fucking... Halt! Moment, habt ihr das Schild da gesehen? Hier links. Also in die Richtung, oder? Wenigstens rennt sie ein bisschen schneller als... Äh, Thomas. Einfach nur zum Mobben da. Kennt ihr bestimmt auch in eurem Leben, oder? Ist schon oft passiert. Einfach nur irgendwelche Dudes oder Dudettes existierten, um euch eine harte Zeit zu geben. Mehr nicht. Hier machen wir ein bisschen Until Dawn. Jumpscare. In Until Dawn war es ein Jumpscare. Nein, diesmal nicht. Ist alles, was ich hier sehen kann? Mehr nicht. Oh, was haben wir hier? Schon wieder so eine Postkarte, die nie abgeschickt wurde. Mein Liebling, ich habe jemals Lilia erwähnt. Die Tochter von Mr... Sie ist heute 16 Jahre alt geworden. Das arme Ding konnte wegen ihrer Krankheit nicht mal ihren Geburtstag richtig verhindern. Sie erinnert mich jedenfalls etwas an unsere Anna. Ich wünschte, ich könnte sagen... Okay. Halt, da ist auch noch was. Educational Trail. Okay, dann lassen wir uns... ...edutionieren. Was meint ihr, wie weit sind wir im Spiel? Hört sich ein bisschen nach Endgame an, oder? Wo sind wir mit hin? Zum Roten Haus? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Landscape Trail. Tree Exhibit. Oh. Leute. Meine Taschenlampe blinkt. Ich glaube High Heels ist gleich da. Nein? Okay, das war jetzt seltsam. Ich gehe nochmal zurück. Hier blinkt doch irgendwas. Warum blinkt meine Taschenlampe hier eher? Hm. Keine Ahnung warum. Bisschen weird, oder? Das einzige Mal, dass meine... ...die einzigen Male, dass meine Taschenlampe geblunken hat. Geblinkt hat. Geblonkiert hat. War als High Heels hinter uns her war. So, wir gehen mal ganz kurz hier den anderen Trail gucken. Nee, ne? Da! Noch ne Postkarte. Oh, diese Postkarten nerven. Das Mädchen ist eingesperrt wie ein Tier. Bin ich das? Kein Kind sollte so leben müssen. Rekovic sagte sie best. Ich könnte die tschüssen. Ja, whatever. Ich habe genug gelesen in diesem Spiel. Mehr als in meinem ganzen Leben. So, Leute. Worüber haben wir geredet? Geblunken hat. High Heels ist der Dämon vom toten Reh. Ihr könnt einfach nicht ernst bleiben. Ihr könnt einfach dieses Spiel nicht genießen. Es ist zu albern. Nein, ihr seid Kajoten. Was soll man machen? Jeder kriegt die Community, die ihr verdient. Das habe ich schon immer gesagt. Ups. Mit dieser Kamera wechseln dann. Jerome, du musst ungefähr zehn... Zehnmal musst du das so drauf machen. Weißt du? So zehnmal hintereinander, wie ich einfach in die falsche Richtung laufe, weil die Kamera plötzlich wechselt. Dann machst du dieses schöne Comic-Schlaggeräusch drunter. Ich, 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 ich. Dann machst du hier nochmal ein bisschen... Komm, Leute, die zum wach werden, oder? 3, 2, 1, let's go! Da habt ihr euer Reh! Leute! Da ist euer fucking Reh! Bitteschön! Hahaha! Wee! 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 Hahaha! Ahem! Hahaha! Oh, Mann, ey! Komm, Speedrun jetzt, Leute. Ich muss aufs Klo. Schnell den Endgegner. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Halt! Bleiben sie stehen! Und noch... Alter! Ja, meine Community. Ohne Reh gehen die nicht ins Bett. Okay, Cutscene, Leute. Ich glaub mir keiner, wenn ich erzähle, wie sich ein Vegetarier über ein totes Reh freuen kann. Du hast mich ausgelöst, kleiner Junge. Mein Gamepad grad. Schuh. Schuh. Elizabeth Schuh. Oh hey, warte. Den kennen wir doch, oder? Den Schuh. Den hab ich doch gleich. Den haben wir doch noch in dieser Wohnung. Kann das sein? Gleich am Anfang war das doch. Ich kenn diesen Schuh. Da hab ich doch noch überlegt, was ist das für ein Schuh? Oh, italienische. Da hab ich noch versucht, den Namen des Schuhs rauszufinden. Ey, jetzt sind wir wieder in Blaivic gelandet. Guck mal hier, da ist Diego. So, there I was, following my new best friend. Hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Das ist Bullitt aus Blaivic. Wie nennen wir den Hund? Diego hab ich grad gesagt, oder? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Bei Red Dead Redemption, oder? Wtf? Oh, nice. Yummy. Aha. There you go. Eat up, Champ. Klopapier, Leute. Klopapier. Okay, sind wir fertig hier? Moment, warum ist da nochmal ein X? Hat sich nichts verändert, oder? Ja, ist sehr gut. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Okay, das hab ich noch nie in der Öffentlichkeit gemacht. Aber kennt ihr noch das Lied von Tone Lock? Wie ist das noch aus den 90ern? Tone Lock. Wild Thing. Okay, das... Das hört sich jetzt wirklich total beschissen an. Das ist mir jetzt schon... Es wird cringe. Es wird cringe. Aber... Ich habe mit dem Lied von Tone Lock, Wild Thing... Da gibt's... Halt aber die Klappe da. Da gibt's... Alter. Da gibt's so ein... Da gibt's so ein Part. Und zwar so ein Drum Part. Ihr erinnert euch noch, ich kann nicht singen, aber... Es ging ungefähr so... Wild Thing. Okay, okay, ich hab genug gecringed. Und dann, wenn das zweimal gesungen hat, glaube ich, oder dreimal, dann kommt so ein... Und genau da denke ich immer an Rantanplatz. Ich weiß nicht, warum. Ich bin einfach bescheuert. Rantanplan. Okay. Sorry, Leute. Das war einfach ein bisschen Schwachsinn um die Uhrzeit. Was wollt ihr mehr? Ich weiß nicht. Habt ihr das nicht auch, dass ihr ein paar Lieder hört? Und da passt genau in das Lied... Passt so ein Name rein. Wie Rantanplan. Was? Anyone in there? Okay. Okay. Das ist mir nur einfach... Was ist wrong, boy? So ein psychisch kranken einfach in Ruhe lässt, damit er nicht noch mehr austickt. Einfach nur... Okay. Is someone in there? Fühlig. I'm sorry. Oh. I'm so sorry. Da ist denn Francis jetzt schon wieder. I wish I could see you again. Oh, Debitor. Danke, Finn. Great. Geil. 226 Leute in Reingekommen wie ich. Why did I let it out? Und sind wahrscheinlich gleich wieder draußen. They're all dead. Bleibt hier, ihr... Das Ronde Finale von The Medium. And I'm still here. Wer ist eigentlich Francis, Leute? I shouldn't be here. You okay? You alright in there? Ich weiß nicht, wie weit ich bin, Leute. You shouldn't be here. I can see you. Keine Ahnung, wie lange das für geht. Oh shit, wir haben schon Mitternacht. Meint ihr, ich kriege das heute noch fertig? Danke, dass mit Rand anplanten Wild Thing werde ich nicht mehr los. Jumpscare incoming. 3, 2, 1. Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Eine Hand? Was war das, Leute? Oh, of course. What else did you expect, Marianne? Was ist denn da? I think that's him. So, Leute, das ist die wichtigste Übersetzung im ganzen Spiel. Ich bin mir sicher. Der ein oder andere von euch ist... Was steht... Was heißt das auf... Ah. Oh, danke, Kai. Hast du die Übersetzung angemacht. Ach, noch so eine Kack-Postkarte. Oh, die ist aber kurz. Ich wollte nur, dass sie die Sonne sieht. Tschüss. Ich hab' die Augen zugehalten, sorry. Nein, hast du nicht. Four Francis, vier Franzosen. Alter. Das war ja mal flach. Das war nicht flach, das war unterirdisch. Das ist nicht ein gutes Platz für eine junge Frau. Es ist das Ding wieder. Was? Kinderfresser? Nein! Bleib! Lauf nicht über das Feuer, bitte. Mach jetzt nicht ein auf Paul Panzer. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh nein, das ist unser Topmodel, oder? High Heels System. Die Schuhe drücken. Ich fall die Klippen runter. Oh Gott, muss ich jetzt rennen, Leute? Muss ich rennen? Quick time event, was passiert jetzt? Fuck. Oh, Mann. Seriously? Fuck, wo bin ich? Hä, was? Alter, was ist los? Habe ich gerade, was gesagt? Don't run! What's going on here? This is very hectic. Please, I'm an old man. Pretty little skin suit. was ist meine frau denn sehr gut die uhrzeit noch mal so viel action jetzt brauch ich meine kekse und meine warme milch nicht hier sehr gut habe ich das gemacht leute im richtigen moment y gedrückt was ist denn hier los ok leute kommen bei solchen stellen habe ich immer schiss dass karen herzinfarkt bekommen so leute ist das das haus vielleicht finde ich hier meine vergangenheit wieder man weiß es nicht krass ist der jumpscare im ganzen stream was wirklich ok buddy ne passt nicht ne ich habe mich aufgepasst habt ihr euch erschrocken ich habe mich nicht erschrocken weil ich auf mein blöde streamdeck geguckt habe mann ist denn jetzt schon wieder jack ist das mein vater das ist mein vater das Haus der jack bilde oder das ist papa papa jeff bezos hat ich bin nicht so viele witze über jeff wieso ich möchte meinen account behalten er ist sowieso schlecht drauf weil elon musk ihn überholt hat ok das war jetzt jack ist das die krawatte von papa was in der haus kommt ihm die krawatte will nicht wenn er jetzt sagt geht zurück und in die krawatte mit ich wäre schon längst fertig mit dem spiel wenn ich nicht ständig auf den chat hören müssten kappa nee nicht kappa no front kappa front sucht euch was aus kappenfront was ist aus dem hund geworden ich glaube schlund hat den sich geschnappt ich verabschiede mich mal muss leider in acht stunden arbeiten obwohl ich bei fast 30 cm schnee eventuell nicht fahren kann aber so schön eben eine schildkröte fast fertig gehäkelt ich habe gedacht gegessen ich habe kurzen schock bekommen ich weiterlesen soll kurze schildkröte gegessen mir geht's gut 30 cm schnee wo bist du weil das hat mir hier in zürich letzten tage jetzt sagt zürich dann lügst du nur holt mich noch ein wirklich wo ist denn genug ganz erst die krawatte nehmen wenn du zehn kilometer weiter weg ist um dann wieder zurück zu laufen mit euch habe ich spaß chat ist fanny so das ist aus dem prolog na so nach dem motto gehen ins licht und ich habe ihn nicht ins licht bist du noch da waren wir doch kurz traurig und so man habe ich wieder scheiße gebaut du hast gerade erst den bolzenschneider gefunden das ist aber schon weit sagt sie würde länger brauchen bolzenschneider war am anfang des streams also nicht am anfang des streams am anfang des streams war ja uno weißt du was schlimm ich kann nicht aufhören dieses spiel zu spielen schon längst bad time oh 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 meine taschenlampe blinkt da ist nichts gut nein der schlund ist mein vater ich sehe nichts ich habe kein bolzenschneider doch habe ich also wenn sie den bolzenschneider gefunden hat dann ist sie aber ziemlich schnell oder nur hat den bolzenschneider sie holt mich noch ein vollkommen recht sie holt mich ein kann ich mich in der tonne verstecken von bolz yourself bolz hier bolz there yes we like to bolz das ding habe ich vom bolzplatz ok da war schlecht what do you expect um die uhrzeit mache ich auch keine witze mehr um die uhrzeit trinke ich meine milch du mach muss ich zuerst was lock down tight i think there's a lever missing a generator wonder if it still works i wonder too of course it doesn't nein oh gott ich muss 3000 sachen finden leute oh man aber in dem spiel ist es immer sehr convenient verteilt nämlich direkt um die ecke bitteschön yes und jetzt brauche ich noch was ein hebel oder so ne come on hier da ist er nein ist er nicht come on bolt don't fail me now fuck that was loud fusion bolt was habt ihr noch wahrscheinlich joggt genug mehr ok ok boah wenn die mich einholt oder ich hatte paar stunden vorsprung oh das hat es jetzt richtig gelohnt hier runter zu ok ich beeil mich jetzt speedrun wieso komme ich nicht zurück ich sehe nichts weil die kamera alles verdeckt fuck ich wäre viel schneller wenn ich selber die kamera freidrehen was geht hier ab was mache ich hier was mache ich hier hä war das die richtige richtung ok ok i'm slightly lost ach so ja ich muten scheiße schlummt es in der house jetzt kommt er wieder mal gibt es einen grund warum sie die kameraeinstellung so gemacht haben ich glaube das ist creative license wie man so schön sagt also einfach also ich finde die kameraeinstellung gut noch manchmal wenn sie halt wechselt in dem moment bin ich ein bisschen lost ich hab den du nicht gesehen wo war der ja weiter natürlich weiter ins hauptmenü ich möchte nicht mehr ich spiele ich gemein so ein bisschen butterfly effekt wo das ist aber praktisch wo waren der tut da du scheiße sieht man so schlecht direkt in die arme gelaufen wo ist er seht ihr den wie komme ich denn da hin ach da man mann mann kaya schneller jesus wo muss ich hin was das ich dachte das wäre die nächste kameraeinstellung ist ja gut wenn ich straight forward was quatsch da er hat den tarnumhang was haben wir denn hier schönes oh das ist immer gut ja jetzt haben wir den hebel wir haben das benzin leute ist ja gut Ja, ja, geh runter. Boah, ich sehe wieder nichts. Oh, hier, da, ne? Ja. Ach so, Bolzenschneider. Come on, bolz yourself. Nee, hier, der. Geiles Geräusch, oder? So, äh, wir machen erstmal hier Hebel dran. Machen sie den Hebel dran. So ist gut. Was hat sie gesagt? Ich? Wen? Ach so, ich muss ja unsere Benzin nachfüllen. Siehst du, ich wusste doch, dass sie fucking... Hä, wie komme ich denn da ran, Leute? Irgendwie check ich's nicht. Da muss ich doch Benzin nachkippen. Aber dieses Ding... Hä, Moment. Da, hier! Ach Gott. Okay. Sometimes a bit misleading. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir das Ding betienen. Gehen Sie bitte. Come on. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Wo ist er denn? It's still down there. Let's do something about it. Come to me. Come to me. Shut your fucking mouth. What? Ach so. Jetzt verstehe ich. Yes. Vern, you twisted fucking bitch. Die Gelegenheit nutzen wir für ein paar Subs. So, Leute, wir sind diesen Schlund los. Ich glaube, jetzt können wir das Spiel genießen. Ohne Herzinfarkt. Oh Gott, nein, ist es nicht. Der steht gleich wieder auf. Wetten? Boah, wenn der jetzt wieder aufsteht, dann... ...kicke ich aus. Gnu ist beim Globus. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für eine Speedrunnerin? Das gibt's doch gar nicht. Ey, die holt mich ein. Ein richtiges Zocker-Girl. Guckst du, die zwei Streams gleichzeitig, oder wie? Boah, krass. Wie schnell ist denn das Mädchen? Der hat mich gestream-sniped. Deswegen, wo bin ich? Wo muss ich überhaupt hin? Liest weniger Subs vor. Dann bin ich lieber ein bisschen langsamer. Oh, und Liesten, passt auf so. Das ist mein Spielplatz. Und Liesten, passt auf so. Oh, Liesten, ist das du? Hallo, Marianne. Mein Gamepad ist die ganze Zeit im Vibrieren. Und Schlund ist auch weg. Aber sie schwitzt schon, die Stirn glänzt. Also, keep me updated. Meint ihr, Gnu zockt das heute durch? Sie war so schön, aber so schade. Lass es dir nicht gefallen. Dies ist aber echt schnell. Meine Güte. Ich habe nie meine Eltern kennengelernt. Sie... Wir waren in einem Accident, als ich sehr klein war. Was? Ich war der einzige, der es gemacht hat. Wieso erzählst du das jetzt? Wir kennen doch Jack. Es war wirklich schuldig, ohne sie. Oh, was war mit der Maske? Sie hat sie kurz abgenommen. Nein, Marianne. Ich kann nicht gehen. Nicht yet. Überspringt Dialoge. Komm. Bist du Angst, das Monster? Das kannst du doch nicht machen. Ich meine, du kannst dir doch keins... Ich bin. Aber... Es braucht mich nicht mehr. Es... Es will dich. Und... Wenn... Wenn es dich verbringt... Wenn es dich verbringt... Es wird endlich zu diesem Ort verlassen. Es ist immer noch am Vipilieren, das Ganze hier. Es wird nie zuerst verbringt. Dann lasst mich dich weg, damit wir beide verlassen können. Jetzt, dass du erinnerst, wer du bist... Ich kann... Nein, Marianne. Es ist nicht nur über mich. Es ist du. Du musst dich erinnern. Okay, es kommt jetzt, wenn du einen Schlot bist, oder? Das Feuer. Das roten Haus. Was ist jetzt im roten Haus? Was haben wir gemacht da im roten Haus? Come on, Marianne. Wait. What is the red house? Du hast hier den Arm abgefackelt. Hey. I'm so sorry. Lilly? Ja, dann gehen wir doch mal zum roten Haus, oder? Komm, Leute. Ich muss mich beeilen. Gno holt mich ein. Können wir den Bolzenschneider da drauflegen? Also, ich glaube, ich muss eine dritte Puppe finden, damit ich... Ja. Das war mir klar. Eine Puppe, die zufällig in der Nähe liegt. Nein. 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 Ja. Wollt ihr das hier, kleine Mädchen? Ähm... Ich bin sorry, aber... ... 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 Mhm. Da ist sie doch. Gib mir die Puppe. Danke. Komm, wir gucken, was noch hier so abgeht. Das sieht aus, wie es ein Pound oder zwei aufstehen könnte. Es ist ein Handel, doch. Schon wieder ein Handel. Wieso hast du den anderen Handel nicht mitgenommen? Alter, jetzt wird es ein bisschen buggy hier. Hallo? Come on. Was ist denn hier los, Leute? Hey, don't die on me. Leute, kein Wunder ist genug schneller als ich. Aber trotzdem, dafür, also Game-Breaking-Bugs, habe ich nicht gefunden. Es furzt hier ab. Alter, was ist denn hier los? Ich hätte es vielleicht nicht so laut sagen sollen. Ohne Scheiß. Hallo? Jetzt gerade ein bisschen buggy. Come on, Leute. Was ist hier los? Nichts. Also, Leute, es ist nicht Twitch oder so, sondern anscheinend... Welches war das denn jetzt? Alter, ich werde bescheuert. Ist voll am rumlecken hier. Ja? Hallöchen. Ja, wir haben das hier auch. Was habt ihr? Versuch mir mal reinzugehen, gucken, woran es liegt. Meinst du, ich muss neu starten? Könnte sein, ja. Oder ist jetzt wieder da? Hast du jetzt noch Pause gemacht gerade? Jetzt geht's wieder. Ich bitte mir ganz kurz den OBS rein, ob das vielleicht da dran lag. Nee, OBS ist alles cool. Ich glaube, das Game, das liked halt gerade ein bisschen. Okay. Ist alles gut. Hau ab! Jerome, alles gut. Danke, Jerome. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Wir reden übrigens die ganze Zeit so miteinander. Nicht, dass es euch wundert. Also, ich mit ihm. Er ist immer nett zu mir. Richard, wie konntest du das tun? Wie zur Hölle kann jemand irgendwas sowas tun? Sie für jemanden wusste ich wohl immer, dass mit dir etwas nicht stimmt. Aber das 1 steht fest, was auch immer dir angetan hat, was auch immer wir dir angetan haben. Du hast es verdammt nochmal verdient. Aha, hier ist was im Koffer. Du kannst doch nicht Son of a bitch mit Wichser übersetzen. Hm. Also die Übersetzung muss nochmal ein bisschen, ne? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung Mädchen. I don't have a clue what's going on here. Hier haben wir schon alles untersucht, ne? Ja. Jetzt komme ich hier wieder nicht durch. So, hier haben wir noch was. Also irgendwie in dieser Garage, in diesem roten Haus, scheint das Spiel echt buggy zu sein. Come on. Och. Aber es ist nicht Game Breaking. So, an dieses Ding muss ich noch ran, richtig? Hier, da, zack. Natürlich ist die Power out. In jedem Spiel ist die fucking Power out. Können wir euch nicht was anderes... Oh, ich muss da runter, ne? Gehe niemals in den Keller. Also irgendwie, wenn ich in diese Nahaufnahmen gehe, dann backt das Spiel wie blöd rum. Mann. Haben wir hier einen Speicherpunkt gehabt, Leute, bevor ich ins rote Haus gegangen bin? Sonst würde ich wirklich neu starten. Also gut, ich brauche... Was brauche ich? Benzin war das, ne? Ne, was war das hier? Was war das nochmal? Und das haben wir... Ne, wirklich, wenn ich in die Nahaufnahmen gehe, dann kackt das Spiel ab. Achso, ich muss in die Geisterwelt... Äh... Hinaus. Will ich nicht einfach ums Haus herumlaufen können? Warte, ich kann nicht so weit lau... Äh, ich kann nicht so lange laufen, sonst... Oh, ne. Ich glaube, ich gehe außen rum. Also, erstmal die Puppe installieren, richtig? Äh, das war draußen. Hier. Konzentrier dich. Ne. Ah, schade. Ich dachte, man könnte hier durch. Doch, kann man doch. What's the point now? Aha. Ja, Moment, Moment. Wie komme ich? Okay, jetzt noch nicht. Wahrscheinlich später. Äh, wie komme ich denn nach oben? Kommt man da irgendwie nach oben? Hier. Ah, hier. Vielleicht auf die Kisten oder so? Ne, auch nicht. Dieses Rote da sehe ich. Wie kommt man nach oben, verdammte Axt? Vielleicht muss ich doch nochmal durch die Geist der Welt. Ja, sieht so aus. Und jetzt bin ich schon wieder stuck hier. Mann, die Kamera... War cool gemacht, aber manchmal nervt sie einfach. Okay. Wir gehen dann raus. Hier. Boah, jetzt beeil dich mal, Mädchen. Komm. All right. All right. Shit. Das Ding ist nicht stabil. Ich kann es nicht zu lange laufen. Nein, müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen? Aber jetzt fängt es schon wieder an, rumzuspacken. Ey, in den Nahaufnahmen kackt das so ab. Das wird aber jetzt richtig schwer, ja? Schwer, wenn ich in die Nahaufnahme gehe und ich muss mich beeilen. Okay, dann bleib ich hier stehen. Ja, ich weiß. Okay, dann bleib ich hier stehen. Komm, man. Komm, man. Schneid, 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 schneid. Komm, man. Let's go. und das alles mit zum leg ist hier in den nahaufnahmen kackt grad ab das spiel ich weiß nicht was es ist hier raus aber wie gerade hier vageheber griff okay er geht zurück ich warte mal bis das nächste speichern symbol kommt leute und dann starten wir das spiel neu vielleicht hilft uns das ein bisschen keine ahnung warum hier geht es plötzlich ok ich hätte mich vorher noch mal meint ihr ich hätte mich vorher noch mal aufladen sollen ich weiß gar nicht ob ich zurückgehen kann komm ich lade mich noch mal auf you never know leute habe ich ganz vergessen ich glaube wir haben noch ein bisschen energie da drüben wenn es mich nicht täuscht dann ist es wirklich leute ist das spiel läuft normal aber komischerweise in dieser garage wenn ich in die nahaufnahme gegen von ihrem gegenstand dann fing es an rumzulecken nur hier in der garage hoffen wir dass es vorbei ist wenn nicht ich glaube gab es ein speichersymbol ich habe mich darauf geachtet deutschland ins rote haus oder was geht da hinten noch aber da war was ne sekunde 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 wir werden wie die last of us oder die last of us 2 Okay, checken wir hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Okay, wir gehen ins Rote Haus, Leute. Jetzt wollen wir wissen, wer wir sind. Nun, warum wir dieses Spiel seit 10 Stunden spielen. Und niemand hat eine Klug, was in diesem Spiel passiert. Ahem. Du denkst, du bist hart. Wenn du sie hörst, sie schreien und du riechst, sie schreien, sie schreien, du erzählst mir alles. Du bittst mir, zu hören. Gott. Es waren Kinder drin. Sie war sie? Ich war sie? Mhm. Ich hoffe, es kommt nicht raus, dass unser Vater ein Bad Guy war, hä? Ich habe das Gefühl, irgendein Plot Twist kommt gleich. Was ist denn hier los? Die Spiegel in diesem Platz. Es hat niemals gestoppt. Ich sterbe gleich, oder was? Okay, ich muss wahrscheinlich dieses Schutzschild nochmal. Hilf nicht. Das Schutzschild hilft nicht. Okay, ich habe was übersehen. Schauen wir, was auf der rechten Seite abgeht, oder? Nichts. Was habe ich denn überhaupt dabei? Rasiermesser, Taschenlampe. Was hilft denn gegen... Was hilft denn gegen Feuer? Eine Taschenlampe, oder? Wie kann ich das denn sehen? Ich weiß es auch nicht, Paul. Da, da, haben wir was übersehen. Guck mal da. Okay. Oh nein, wieso leckt das jetzt rum? Nein, wieso leckt das jetzt rum? Jetzt geht's wieder, ne? Okay, jetzt geht's wieder. Vielleicht stimmt die Story mit, ähm... Mit ihren Eltern, die verbrannt sind. Und Jack ist der Stiefvater von Marianne. Ja, sieht so aus. Das ist kein Weg, um zu sprechen, um einen Regierungsagent zu sprechen. Kamerade! Who the fuck is Henry? Wer ist... Ach, Leute, ich komm langsam. Kann mal jemand so einen Stammbaum zeichnen und mir sagen, wer wer ist? Wer ist denn jetzt Henry schon wieder? Hatten wir den schon mal? Wauw, Kamerade. Ist der Schlund, oder? Sozialismus wird sich nicht selbst verbinden. Fuck. Du wirst nicht wissen, wer du mit einem Kind schraubst. Oh, aber ich... Jack ist Adoptivvater. Und wer ist Henry? Das mit Jack... Hab ich schon gecheckt, aber wer ist Henry? Was ist mein Speedo-Size? Hm. Funny guy. Oh. I love this one. You like it too, Kamerade? Fuck you. Let's play a game. It's called... What makes Thomas tick? Jetzt folgt er den. Oh, man. The Nazis found you in Warsaw when you were, what? Three years old? Oh, they were gonna kill you. But they didn't. No, they saw your potential. And wanted to harness it. But then... The war's over. In comes the heroic Red Army. And... They locked me up for years. Fucking savages. Aber die Stimmen sind richtig gut. Find out what it is, that makes you special. And what does that exactly? Ask your mom. You enjoy it, don't you? Hurting people. Like those scientists. What were you? 18? I saw the photographs. I know... How to make a man hurt. But I gotta say, I wasn't impressed. Stick around. I think I found it not worth it. We'll do a live demonstration. And there you were. Free at last, but always on the run. And look at you. Almost made it. But you had to use this Power Rangers again. And on who? On your best friend Richard. You had to come in. Yes! I know you wanted revenge, I understand. I would do anything for my child, too. Shakes. Leave my children out of this. Chilton. Yes. How much pain would you endure to keep them safe? What would you sacrifice for them? Your freedom, maybe? Let me go, you piece of shit! That's what I thought. I'll let you go. But first, I want you to tell me all about these powers of yours. Then earn it! Come on! Enough of this sissy shit! Hit me! I thought you'd never ask. Take a little rest on us. The next time you wake up, the real pain begins. Ah yeah, that was the garage, in which we were just. The laggy garage. There's a James Bond scene in Casino Royale. Ja, die hat wehgetan, als Mann zu schauen. Wake up, sleepy head. Time's running out. sein weirdo. Where does YouTube here? Here. See you for yourself! No! You're sick f**k! Let me out of here! Let me out! There's still in there, Thomas! Will you show me now? I will. Come on, Rett. Whatever. Takes. Alright. Also Thomas hat jetzt Henry platt gemacht, ja? Thomas hat seinen Geist Thomas in Henry... What the fuck? Ja. Jetzt sind wir wieder der Geist Thomas. Jesus, es ist schon 1 Uhr, Leute. Ich glaube, wir müssen... Wisst ihr ungefähr noch, wie lang es dauert? Sonst müsst ihr das nächste Woche weiterspielen. Alright. Let's see what makes you tick. No way across. Guess I'll just make my own. Hey, bist du müde? Äh, slightly. Wir streamen schon seit 7 Stunden. Das ist für mich, äh... Das ist für mich wie ein... 102 Stunden Stream. Aber keiner weiß, wie weit wir sind, weil... Keiner hat das Spiel so weit gespielt, oder? Noch 4 Stunden. Alter, das schaffe ich heute nicht mehr. So, Leute. Ich würde sagen... Das dauert noch ein bisschen hier. Sollen wir ein andermal weitermachen, oder? Ich glaube, ich glaube, die Regie ist auch platt. Ich glaube, Homie auch, die Mods. Wir gestern und heute schon gefordert. Elfte geschafft. Hast 1 bis 2 Stunden. Ich bin knapp vor dir. Wenn du knapp vor mir bist, kannst du mir sagen, das dauert noch eine Runde, oder? Ich glaube, ich schaffe das heute nicht mehr. Also, Mrs. Parisi. Du bist durch, würd nicht spoilern. Das ist gut. Aber kannst du mir ungefähr sagen, wo ich bin? 70%, 80%, 90%. Ungefähr. Ich glaube, das Tutorial geht gleich... Der Witz wird auch nicht alt. Weil ich will das Spiel genießen und nicht mich jetzt durchzwängen. Wisst ihr, was ich meine? So, was hat Parisi gesagt? Das Parisi? Nee, wie nochmal? 75%. Oh, die anderen füllen 25 einen anderen Ball, oder? Ach, irgendwann... Nee, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich es rausgelassen. Tot müde. Aber ich will das Spiel genießen und nicht einfach mich jetzt irgendwie über die Ziellinie quälen. So, erinnert euch, was gestern noch passiert ist? Ich nicht. Oh, work and no play, are you, Henry? Alright. Let's see, what makes you tick. Das Wort heißt Orgier. Wat? Leute, wir sind gerade vom Niveau weggekommen, mit dem wir gestartet sind. Lass uns da bleiben. Geisterkraft, Felix. No way across. Guess I'll just make my own. Okay, jetzt werden viele Fragen kommen. Sankai, was spielst du da? Ist natürlich jetzt ganz schwierig, sieben oder acht Stunden Gameplay zusammen... Boah, war ein Riesenrülpser. Also es ist natürlich jetzt ganz schwierig, das Spiel zu erklären, ne? In zwei, drei, sechs. Haben wir Style-Technik an Bord? Kannst du nochmal den Wikipedia-Eintrag posten? Sankai, was spielst du da? Ich habe auf die Frage gewartet. Also es ist ein psychologischer... Naja, Horror finde ich nicht. Psycho, würde ich sagen. Oh, was ist von mir wieder so ein Viech. Und es ist sieben Stunden Gameplay in zwei, drei Sätzen zusammengefasst. Schwierig, oder? Versucht es mal einer, der die letzten beiden Streams dabei war. Das ist ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt zusammen... Kann mir einer helfen? The Medium heißt das Spiel. Es sei ein paar Tagen erhältlich. Und ich hoffe, ich kriege es heute zu Ende gespielt. Halt! Schweizer Punkt, kriegt ein Timeout. Das tut mir leid. Schweizer Punkt, tut mir leid. Er wollte nur sagen, worum es geht. Im Spiel verkörpert er Marianne, die ein Medium ist und geisternd kommunizieren kann. Sie wird von der Vision eines grausamen Kindermordes heimgesucht und reist in ein verlassenes Ressort, welches vor vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie war. Hier will die junge Frau Antworten finden. Doch was sie entdeckt, lässt Realität und Einbildung miteinander verschwimmen. Jetzt fragt ihr euch, ja, aber du bist doch keine Frau. Ja, ich... Ich weiß, das Problem ist bei diesen Spielen, dass sie im Stream immer ein bisschen schwierig sind. Weil für die Leute, die nicht die letzten Streams dabei waren, schämt euch, aber ihr habt bestimmt eine gute Ausrede, wie zum Beispiel... Arbeiten. Es ist schwierig, da wieder reinzukommen. Ich weiß. Aber ich wollte es jetzt nicht alleine zu Ende spielen. So, da könnt ihr es im Chat lesen. Hammer Wirkung hat es auch nochmal gesagt. Bingo Bizeps wurde auch nochmal getimeoutet. Warum eigentlich? Weil es zu viel Text ist? Ist egal. Auf jeden Fall, falls ihr das Spiel niemals spielen werdet, guckt euch einfach das Ende an. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt Richtung Ende. Und dann müsst ihr es nicht spielen. Ist doch gut, oder? Ich bade euch eine Menge Kohle. Okay, für die, die wissen, für die, die die letzten Streams dabei waren, ich habe eine Vermutung. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil das Spiel beschäftigt mich doch ein bisschen. Ich glaube, den Dude, den ich jetzt spiele, der ist irgendwie verwandt mit Marianne. Weil er hat dieselben Kräfte. Er hat nämlich am Anfang dieser Sequenz gesagt, Zeit scheint in dieser Dimension immer ein bisschen verwaschen zu sein. Ich weiß nicht, ob er der Vater sein könnte. Ich bin mir nicht sicher. Weil beide waren noch nie in einem, in einer Sequenz zu sehen. Sondern das Spiel lässt mich entweder Marianne spielen oder Thomas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die beiden sind verwandt. Könnte vielleicht der Vater sein. Und die Kids, die in dem Kasten von dem brennenden Haus zu sehen waren, könnten Marianne gewesen sein und noch eine Person. Weil er hat gesprochen von seinen Kindern. So, that's what I'm thinking. Aber ich weiß nicht, was ihr denkt. So, und ich bin jetzt im Unterbewusstsein von Henry, der mich gefesselt hat und meine Kinder angezündet hat. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Weil mehr habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht drauf. Ich finde einen Weg, Henry aufzuhalten. Kodenamen Metzger, Verdächtiger Jakob Wilk, Verdacht, Diebstahlbetrug, illegaler Handel, Henry Wilk, Oberwachtmeister. Okay, whatever. Was machen wir jetzt da rein? Natürlich, ja. Achso, ich muss noch... Wieso läuft das nicht, dachte ich. Aha. Ich bin nicht in deinen Spiel, Henry. Ich bin nicht nicht. Ich bin nicht. Die Angelegenheit hat sich zu glauben, dass du von den Arbeitgeber der Republik verabschieden. Wo werden sie diese Idee bekommen? Ich frage mich. Du bist ein sehr schlecht. Ich werde das mit. ich sehe mit controller leute ok rechts ist ein monster von henry links kann ich nicht schneller laufen ja stimmt habe ich ganz vergessen mit dem medium angefangen ich glaube ich bringe es heute zu ende wenn ich mich nicht täusche ich habe vor zwei streams mit medium angefangen kann ich nicht schnell laufen ungefähr wie fasmo genau wo ist der scheiß typ das war hier das hier war es guck mal hier das ist doch kein echter mensch paul ist immer ein bisschen bei uns oder lebensmittel marken also noch mal zur erinnerung wir sind in henrys unterbewusstsein ja es wie in the cell passt schon aus er mit uns okay es wurde gespeichert ist um shit coming away ich kann nicht mehr zurück ich kann nicht mehr zurück wieso kann ich ja nicht mehr zurück ach man ich wollte doch aber das finde ich ein spiel echt weird oder wenn das spiel sagt du musst in diese richtung ja aber ich wollte noch mal zurück jetzt weiß ich warum ich nicht zurück kann jetzt kann ich wieder zurück mann er weiß genau dass ich da lang will gibt es doch nicht okay ich kann nicht dahin leute da kann ich auch nicht hin meint ihr ich muss mich ducken ich kann mich gar nicht drucken das geht okay wir probieren es noch mal hier scheiße jetzt habe ich keinen ich kann da nichts machen okay das hat sich richtig gelohnt darüber zu reden shut up bist leider lost der schon mal was anderes von mir erwartet er kann nicht rennen wenn ich dieses diesen schutzmantel habe ich kann nicht mann okay ich muss darunter ich kann mich aber auch nicht drucken ich muss da links rein oder geh doch rein dieser schutzmantel ist irgendwie komisch einzusetzen weil manchmal manchmal hält er in die minute und dann manchmal nur eine sekunde okay haben wir es geschafft also sein vater war metzgermeister schön nehme ich mal an was passiert wenn ich packt ich glaube ich sterbe und muss wieder anfangen beim speicherpunkt okay was bringt mir das jetzt mein unterbewusstsein ist aber ziemlich fies oder vor allem für vegetarier sehr schwer zu spielen gerade kann man kann man so das ist echt ein komisches unterbewusstsein aber stellt euch mal vor sowas könnte es wirklich geben ich werde sofort dabei findet ihr nicht stellt euch mal vor es gibt eine technologie wo du in das unterbewusstsein anderer menschen einringen kannst um sie besser zu verstehen ich sage jetzt nicht dass du sie manipulieren kannst das wollen wir nicht aber du verstehst einfach ums verrecken deiner eltern nicht und dann siehst du einfach was die so durchgemacht haben okay jetzt kommt gleich wieder der vater 100 pro will er mich daraus aus der balance kippen ne ok nicht 100 pro 99 98 würdet ihr das machen würdet ihr mit so einer maschine wie ihn zum beispiel im film sell und wie das hier in dem spiel auch thematisiert wird du kannst mit einer gewissen technik der maschine was auch immer in das unterbewusstsein anderer menschen natürlich nur mit deren erlaubnis hinein um sie besser zu verstehen vielleicht versteht ihr dann die menschen besser als die sich selber verstehen manches will man gar nicht sehen wollen ich glaube auch dass ziemlich viel shit in uns menschen liegt okay anders andersrum nicht in dieses unterbewusstsein anderer leute sondern in euer eigenes unterbewusstsein würdet ihr das machen keine ahnung elon musk erfindet so ein teil und dann haust du dir so eine diode quasi an den kopf nicht in den kopf und dann lehnt sie dich zurück und dann kommt so ein c64 programm und du bist quasi du kannst dich zum beispiel du siehst zum beispiel was abgegangen ist als im bauch deiner mama warst würde das machen oder nicht mein eigenes ja andere nein ich würde es machen ich würde es auch machen jeden tag wenn man träumt ist man dort findest du ich habe bis heute nicht rausgefunden was träume sind habe ich nie verstanden ich träume manchmal so eine gequirlte scheiße dass ich okay vielleicht passt das doch auf okay vielleicht hast du recht okay henry hat in einer schlachterei seines vaters gearbeitet keine erinnerung keine erinnerung nichts was ich ablesen kann tatsächlich sonst ist hier nichts zu holen ich habe es fast übersehen ruhige hand gleichmäßige bewegung gegen die faser immer dagegen nie mit ihr immer dagegen okay leute ich glaube wir müssen gleich wieder beschneidung durchführen merkt euch bitte ruhige hand gleichmäßig nein es geht ja nicht ums hobeln ich bitte euch bitte bleibt beim spiel wir haben gesagt das niveau bleibt oberhalb der gürtellinie ruhige hand gleichmäßige bewegung gegen die faser immer dagegen nie mit ihr immer dagegen nie mit ihr wir reden hier vom was auch immer in der fleischerei die hier gemacht wurde will man die schlechte erfahrung leben wirklich noch mal erleben ich glaube es geht ums oder links ist doch was ich glaube es geht ums verstehen nicht ums auch gott sei dank stelle ich mal vor ein dud ist immer jähzornig oder er wird sehr schnell jähzornig oder nur dudette egal gehe ich jetzt wieder hier lang er ist immer jähzornig er weiß aber auch nicht warum ihn bringt alles in rage alles und zwar nicht die sachen die uns allen zurecht in rage bringt keine ahnung stau autoverkehr steuern whatever sondern keine ahnung ein vogel pups und vögel an was für ein schlechtes beispiel keine ahnung irgendwas es regnet und man gibt ihm die möglichkeit herauszufinden warum er so jähzornig ist vielleicht hat er ein trauma erlebt wo er sich nicht erinnern kann weil er eins war ich kann mich nicht erinnern ich glaube ich war fünf da kann und wieso haben wir jetzt so deep talk wenn hier dieses spiel gespielt wird hättest du gerne zeitmaschine ich will nicht zurück und ich will nicht vor träume sind für mich unbewusst erlebnisse immer die vorherigen streams anschauen ab dienstag glaube ich auf ankart würdest du mal ins unterbewusstsein von paul panzer eintauchen aber ich würde vielleicht gerne meins unterbewusstsein meiner eltern eintauchen weil so vieles habe ich nicht verstanden wie die drauf waren ich ganz ehrlich habe ich nicht gecheckt so hä wieso sind die wie sie sind und ich habe vieles lange ich habe vieles nicht verstanden also vater lebt ja nicht mehr jetzt sind wir wieder am anfang naja jetzt habe ich mich ja vollgesogen und ich hätte gern noch ein paar antworten gab oder bei meiner mutter also ich würde diese technologie wahrscheinlich ausnutzen für mich selber und bei auserwählten leuten die auch für die das okay wäre sagen okay erzähl mir was du da unten gesehen hast das muss ja nicht nur so hässlich sein wie in diesem spiel hier es kann ja auch voller schönheit sein viele von uns leben ja quasi in ihrem inneren himmel und sind ausgeglichen und oben und keine ahnung was und sind und dann kriegst du da vielleicht das paradies also auf eine gewisse art und weise zu sehen also das paradies der leute aber das nicht soll das ein jumpscare gewesen sein ja ich brauche das für meinen freund er ist oft je zornig und hat wie gesagt viele marken das wäre super das heißt und dein freund weiß selber nicht warum er je zornig ist vielleicht ist ein opfer seiner je zorn zornigkeit als je zorn ausweis ausgestellt gültig ist abgelaufen henry wilk agent des sicherheitsdienstes okay das ist der dude in dessen unterbewusstsein wir sind übrigens nur mal so zur so wie dreht man das wieder so so sieht henry aus das erste mal dass wir ihn sehen im spiel oder wir haben immer nur die ego perspektive gesehen kein schlecht aussehender mann das würde ich gerne mal sehen aber ich glaube nicht dass jemand überhaupt so in einem inneren peace zustand ist doch ich habe menschen meinem leben kennengelernt die haben ich kann es nicht anders sagen wir haben so ein eigenes nirvana für sich erreicht ich sage nicht sie haben nirvana erreicht sondern so ich kenne ich kenne einige menschen meinem leben von dem ich total fasziniert die so ein zustand erreicht haben von einer gewissen ausgeglichenheit von der ruhe die sie ausstrahlen nicht immer total fasziniert weil ich bin und manchmal ist das ansteckend manchmal sitze ich neben denen und irgendwie werden aura springt so oft und ich merke so kennt ihr das nicht ihr sitzt neben so einem dude und merkt ihm so wie fühle ich mich entspannt und nicht weil er gerade euch den bonn gezogen aber so sondern es ist wirklich so das ist irgendwie ein entspannter typ und irgendwie wirst du auch entspannt und genau umgekehrt du hast du nervöse typen neben euch ich habe das ganz oft in öffentlichen verkehrsmitteln keine ahnung da sitzt einer neben mir und du merkst irgendwie der beschäftigt sich mit keine ahnung sein aktien gamestop was auch immer und dann wird er nervös und ich merke auch irgendwie ich werde auch so ein bisschen was ich glaube schon dass es gibt menschen die habe ich kennengelernt die ich total faszinierend die haben so eine innere ruhe dieser austral ich glaube wenn du da mal in deren unterbewusstsein rein ich glaube dann keine ahnung hockst du da an seinem ruhigen see tut angel und du sitzt daneben saß hey also hey oder was auch immer da wird es sich klonen lassen nee 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 eine gute freundin von mir hat zu 98 prozent immer gute laune ich hätte gern dasselbe was deine freundin glaube die meisten leute sind kaputt viele menschen haben sehr verletzte seelen ich weiß nicht ob sie meisten sind ich habe die meisten nicht kennengelernt aber ich kann euch sagen mit meinen 47 jährchen ja es gibt sehr viele da draußen die jennen also wenn einer von euch denkt oder eine ich habe ziemlich viel shit und alle anderen sind normal und vor allem im show business leute man denkt man verehrt immer so show business leute wenn man denkt die sehen so gut aus die verdienen viel geld und war die sind immer so die sind nicht anders als ihr und da kommt wieder diese formel es gibt ein paar richtig geile typen es gibt total kaputte typen und dann gibt es dem mittel pack im ernst kein scherz das problem mit berühmt werden ist jetzt sind wir wirklich im deep talk an und wir sind hier mitten im horror game das problem am berühmt werden ist wenn du bewundert wirst oder ich finden leute geil und so dass du zum beispiel aufhörst an dir selber zu arbeiten weil du sagst ja ich bin ja cool ich trete ja auf tausende leute jubeln mir zu euch habe geile quoten ich verdiene richtig viel kohle ich muss ziemlich geil sein also you believe the hype und dann hörst du quasi auf ein bisschen zu selbst reflektieren da hörst du auf ein bisschen kritisch mit dir wenn du dann keine leute um dich herum hast die sagen immer junge weißt du keine ahnung nimm dir ein beispiel du hast es nicht mehr nötig dich kritisieren zu lassen du hast es nicht mehr nötig im streitgespräch kritik anzunehmen und zu reflektieren ja sondern du sagst einfach wer ich bin kommt die leine hier du kannst zum beispiel wenn du bekannt bist und du hast eine produktionsfirma du hast macht und irgendein mitarbeiter kritisiert ich da kannst du sagen schmeißt den typen raus also das ist sehr verführerisch also fame ist eigentlich ich will nicht sagen gift für die seele aber wenn wir jetzt vom standpunkt der weiterentwicklung der menschlichkeit reden ist fame eher kontraproduktiv wenn ihr wisst was ich meine i know what i'm talking about also wenn du da keine leute um dich herum hast die dich erden und die sagen wo du gerade stehst dann bist du fakt und manche leute kommen nie wieder zurück habe ich auch kennengelernt die sind einfach gone die sind in ihrem ego wie der typ hier matthew mcconnie matthew mcconnie hey ich kann seinen namen nicht aussprechen in wolf of warstreet ich liebe diese szene kaya drückt sie vom lesen welche stimme patriotismus ist stärker als blut man wird nicht oft zeugen von patriotismus wie in den vergangenen wochen von oberwald meister wachtmeister henry wilk an den tag gelegt wurde als einfacher beamte der bürgerpolizei zeigte wilk sein engagement für den aufbau einer gerechten zukunft der volksrepublik indem er sich den kriminellen machenschaften seine verwandtschaft verweigerte der heikle untersuchung in sachen der inzwischen berührte vielleicht kann er führte zu einer reihe von wann ist das viel text zu den unregeligen mäßigkeiten kommen wir müssen jemanden schneller zu den schweizer nehmen sind wir morgen nicht fertig ich nehme einfach meine zu den unregeligen mäßigkeiten die von wir gehörten korruption ihr habt so wahrscheinlich schon eh durchgelesen oder also er hat ein fleischskandal fleischhandelsskandal hat er aufgedeckt der prozess soll am kommenden den seines vaters weil hier steht seine eigenen verwandtschaft das heißt henry hat sein vater ans messer geliefert stimmt der prozess soll am kommenden donnerstag beginnen wenn die angeklagten verbrechen galgen nachfrage kommentar ich tat nur was ich gerecht wahrhaftig worte eines patrioten patriotism stronger than blood er glaube ich sein vater ans messer geliefert jemand sagte dass du es lesen musst okay dann lese ich in zukunft für euch weil wir es bei outlast auch so gemacht haben aber bitte wenn es nicht mehr wollen und nicht scheiße das selber wo müssen wir hin hier geht es nicht wo mehr das waren noch zeiten als es bse gab man haben wir noch eine filmrolle oder geht das jetzt endlos so weiter sieht so aus wir haben wir nicht agat nachfängt steht doch da ist doch eine annullt ok noch eine filmrolle leute ein bisschen repetitiv wie sagt man repetitiv repetitiv fakt eigentlich müsste es repetitiv heißen ich muss noch anschauen ich muss noch anschauen ich muss noch anschauen ich muss noch anschauen repetitiv ja definitiv die stimmen sind gut war das ein rülpser vielleicht war das thomas magen das du meinst so ich habe das ich fühle mich question ich habe dich gedacht ich denke ich brauche dir bei den du bist ein definitiv repetitiv 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 te bebebe leute schnell dreimal hintereinander sagen da weist du der meist definitiv repetitiv Repetitiv, Repetitiv, Tablette, Oblette, Definitiv, Repetitiv, Repetitiv, Tablette, Oblette, Definitiv, Repetitiv, Repetitiv, Tablette, Oblette, Definitiv, Repetitiv, Repetitiv, Ich bin auch für jeden Scheiß zu haben, Mann. Ist das ein Horrorspiel? Nee, ich würde sagen, das ist so ein Psychothriller-Spiel. Das ist kein Horror. Also ich glaube, ich habe mich einmal erschrocken in acht Stunden Gameplay. Wenn man in das Unterwurfssein anderer kommen könnte, wäre da aber nicht die Frage, wie viel hält die eigene Psyche aus? Das ist korrekt. Das ist vollkommen richtig gesagt. Sehr gut. Okay, jeder liest für sich, oder? Eine Zielperson? Okay. Was heißt denn? Gemini-Fall. Gemini heißt Zwilling, Zwillingsfall. Zwilling Marianne und das andere Kind in dem Box, in der Kiste. Alles muss sauber sein. Vielleicht hat der Marianne eine Zwillingsschwester. Ich empfehle dringend, dass sie sich mit den Notizen sowjetischen Wissen noch vertraut machen. Der besitzt mir vertraut. Ich bin mal gespannt, wie die Story weitergeht. Was auch in dieselbe Richtung geht, ist Someday You Will Return. Hat auch eine tolle, aber dramatische Story, die man nach und nach aufdeckt. Ist kein Horror. Aber das Problem, Leute, mit Storygames ist, dass wenn du die ersten Streams verpasst hast, kommst du ja nicht mehr rein. Und das sind so Spiele, die du fürs Let's Play super machst, für Uncut, aber fürs Streamen, glaube ich, ein bisschen schwierig sind. Findet ihr nicht? Ich glaube, Stream-Spiele sollten nicht Spiele sein, entweder die du in one sitting machst, also die du einfach in 10, 12 Stunden durchspielst. Aber wenn du mehrere Streams in mehreren Streams aufteilst, guck mal hier, was in der Gurke da hinten läuft, dann hast du ein Problem, weil du hast zum Beispiel, wer von euch jetzt zuschaut und die letzten Streams nicht gesehen hat, der ist total lost. Habe ich recht? Dann brauchst du eben Rückblick-Videos. Ich weiß, aber da wäre die VODs ja nicht mehr abspeichern, wegen YMCA bist du ja lost. Du kannst ja nicht nachgucken, sondern du musst warten, bis die Uncut. Aber wenn die Uncut-Sachen kommen, ist das Spiel schon durchgespielt. Wie fehlt der zweite Stream? Siehst du, ich bin lost. Storygames sind cool, aber nur wenn du sie auf YouTube in einem Sitting oder zumindest am Stück anschauen könntest, oder dir das aufteilen kannst. Hast du mal The Forest gespielt? Noch nie von gehört. Dieses Jahr kommt der Nachfolger Sons of Forest mit Early Boy. Nee, muss ich mal ausprobieren, The Forest. Kappa, no front. Hast du The Last of Us schon durchgespielt? The Last of Us 2? Nee. Noch nicht mal eins. Also, die heutige Sitzung wurde inzwischen von der Testerhabe während der Abrechung der verschriebenen Substanzen keine Leiterwissenschaft vertragenden Haut-zu-Haut-Kontakt mit... Mh, Haut-zu-Haut... Mh, ja. Mh. Wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert, obwohl er kein Anzeichen eines süßen Traumas hat, für den wir negativen Zustand... für vegetitativen, nicht negativen. Über wen reden die hier? Habt ihr eine Idee? Wir reden von einer Person im Niva-Resort. Meint, es war dieser Trakowski, Richard, der im Rollstuhl endete? Mh, so richtig checken tue ich auch nicht. Ist sehr gut. Ruhig dich. Ruhig dich. Er ist ganz blass, oder sah er schon immer so blass aus? Erinnerung für die heute stattfindenden Sitz. Trotz der erhöhten Dose bleibt das Subjekt extremst gefährlich. Oh, habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte im Niva-Resort? Hier fehlen beide Streams. Keine Ahnung, worum es im Game geht. Einfach lost. Ja, dann reden wir halt einfach über nette Themen, die nichts mit dem Game zu tun haben. Ich weiß, es tut mir leid. Aber ich musste zu Ende spielen. Waren das nicht mal zwei Schwestern? Ja, ich glaube... Ich glaube, dass Marianne, die wir gespielt haben, eine Schwester hat. Weil... Und dass ihr Thomas der Vater ist. Das ist meine Vermutung. Mehr vermute ich auch nicht. Dann müssen wir eigentlich Subs vorlesen. Darum, du weißt Bescheid, ne? Was denkst du bei Babykatzen? Ihr nehmt das wirklich wörtlich mit. Wir müssen über andere Sachen reden, als über das Spiel. Ah, scheiße. Jetzt kommt eine Action-Sequenz. Shit. Hier kommt er. Oh, mein fucking Herz. Ob ihr gesehen habt, wie ich das gemacht habe? Ah! Babykatzen finde ich süß. Was denkst du, was ich sagen würde? Ich hasse Babykatzen. Natürlich. Hallo? Ich habe doch Sir Ponsen. Ponsen, ihr erinnert euch? Ponsen? Habe ich bekommen mit drei Monaten. Gott. Lieber auf den ersten Blick. Bis heute. Ich glaube, wisst ihr, was richtig übel ist? Wenn du eine Katze... Meine Frau hatte eine Katze, glaube ich, mit sechs oder sieben bekommen. Auch mit so zwei, drei Monaten. Und die ist 18 geworden. Und dann natürlich irgendwann Altersschwäche gestorben. So um den Dreh rum. Frag mich nicht, was es war mit Nieren oder irgendwas so. Das ist das Übliche, woran Katzen öfter mal leider... Hey, ich balanciere hier und du machst alles kaputt. Hast du ein Rad ab oder was? Und das muss richtig hart sein, wenn du eine Katze einfach das ganze Leben bei dir hattest. Und du kannst dich noch erinnern, also wenn sie jetzt, sagen wir mal, gestorben ist und du kannst dich noch erinnern, wie du sie bekommen hast, als es so klein war. So klein. Und dann hast du ihr ganzes Leben mit und dann hast du sie auch zu Grabe getragen. Heftig, oder? Das ist wie ein Familienmitglied zu verlieren. Meine Katze ist 20 plus. Gesegnet sei deine Katze. Die Katze von meiner Frau hat es nur bis 18 geschafft. Die kaputte Katze? Wir haben zwei kaputte Katzen. Die eine ist... Oh. Ich glaube, die eine ist 10 und die andere ist 5. Ja. Beide kaputt. Also dieses Balancieren geht mir so ein bisschen ganz im Ernst. What's the point? Ja, wir haben es jetzt gesehen. Das macht das Spiel noch langsamer, als ich. Sie sind in meinen Armen eingeschlafen mit 17. Wir haben gerade einen Motor-Schaden. Aus dir ist Familie, ja. Alle Katzen sind kaputt. Wieder auf den Kopf, ja? Also Thomas gefällt mir ein bisschen besser als Marianne, weil Marianne hat nur so ein bisschen rumgefurzte, so ein Schild und er kann auch so ein bisschen den anderen Viechern auf die Fresse hauen. Auch wenn es nichts bringt, der wird wahrscheinlich gleich wiederkommen. Ich habe eine 13-jährige Katze, ich hoffe, sie lebt noch sehr lange. Ich glaube, der Einfluss, und wir kämpfen momentan mit unseren Katzen, was die Ernährung betrifft. Ein Kumpel von mir hatte eine Katze, sehr jung, ich glaube, zwei oder drei Jahre, und die hatte irgendwas, ich kann es euch nicht sagen, vielleicht auch irgendwas mit Nieren oder so, es ging relativ schnell. Und er meinte nur, wir haben, du musst wahnsinnig auf die Ernährung achten. Also da ist ein Kind im Rollstuhl. Mom, Daddy und me. Moment, das müssen wir ganz kurz untersuchen. Ein Kind ist im Rollstuhl. Boah, wir sind ja im Unterwurzsein von Henry, ne? Meint ihr, Henry ist das Kind im Rollstuhl? Ne, jetzt check ich es nicht so ganz. Hm. Und Daddy ist der Fleischermeister. Den er selber verraten hat. Singst du gerne, Kaya? Ja, aber es will keine hören. Ich kann auch gerne rappen, aber es will auch keine hören. Die Frau doesn't care. Nein, der Daddy war Henry. Sein Kind ist, glaube ich, im Rollstuhl gewesen. Ich sehe. Und wieder, vielleicht sollte ich es. Du denkst, ich sollte? Ich wünsche dir. Okay. Erichs Kind war im Rollstuhl anscheinend. Simon? Where are you, boy? Mein Ernst, wie kommst du dazu, sowas langweiliges zu spielen? Man sieht, wie viel Spaß du dabei hast. Warum machst du nicht was anderes? Das nennt man Projektion. Wenn du quasi deine Gefühle auf mich projizierst, weil du das Spiel langweilig findest. Ich finde es nicht langweilig. Ähm, aber dazu musst du auch die anderen sieben Stunden gesehen haben. Dass du wissen willst, wie die Story zu Ende geht. Da, das ist der Sohn. Wie komm ich denn rüber? Hi there there, champ. Aren't you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, I can go fishing. If you liked that, wouldn't you? Vielleicht bin ich ein bisschen ruhiger als sonst, weil ich wissen will, wie es hier weitergeht. Aber diese Spiele müssen auch sein, Leute. Wir können nicht nur gaga, hi, hi, ho, ho machen. Wir müssen doch mal hier. Aber warum ist der Sohn im Rollstuhl? Was hat das mit uns zu tun? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Weg, Ben, so Leute. Nein, erstmal reden. Ich fand jetzt, das war eine ganz normale Frage. Du kannst nicht einfach, wir sind ja nicht in der Diktatur. Das war eine einfache Frage. Und eine Unterstellung. Okay, Ben, dann weg. Nein, es war ein Witz. Alles. Also, die Sequenz ist jetzt nicht die spannendste. Das gebe ich zu. Aber wir müssen, ich will jetzt wissen, wie die Story zu Ende geht. sing uns was zur Beruhigung. Ich spiele The Medium, mein Schatz, ist ein Story, gang. Hier geht um Psychologie und Geheimnisse und parallel Welten. Vielleicht Unterbewusstsein, glaube ich, man weiß nicht. Ist er denn noch da? Okay, jetzt kommen wir langsam. Das ist es. Du hast es geschafft. Du bist nur in der Zeit. Das stimmt, Kind. Komm mal zu mir. Ich werde dir ein Ende. Ich werde dich frei. Nein, es wird uns nicht verlassen. Das Monster ist. Nicht über das Monster, Kind. Ich werde mit dem. Ich werde dir das gut. Nicht, wenn es dich erst einmal verlassen. Oh, Henry ist echt ein Arsch, oder? Alter, Vater. Also, jetzt renne ich zum brennenden Haus, wo, glaube ich, meine Familie... Oh, no! Daddy? Marianne? Aha! Lilly und Marianne, Leute. Also, Marianne hat eine Schwester. Right? Die Mutter ist verbrannt. Lilly ist verbrannt. Marianne hat überlebt. Und jetzt sind wir wieder Marianne. Alter, das ist ja hier wie Infestation. Ne, wie heißt das nochmal? Mit Leonardo Di Capricciosa. Wie heißt das nochmal? Manifestation. Incent... Incentation. Ha, fuck knows, wie das... Auf jeden Fall sehr guter Film. Inception, genau. Ja, ich war nah dran. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehehe. 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 Hehehe. Keiner, das Bild ist kaputt. Sind zwei Teile geteilt. Ja, ich spiel mit Paul. Paul spiel oben, ich unten. Ich bin tot. Dein Vater hat sich sicher von ihnen gemacht. Vater, hab ich richtig gelegen, ja? Dann, wer war es? Wer hat sie? Ich habe sie gesehen. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Big Three? War es die Nurse? Die Painter? Die Monster von unter dem Bad? Vielleicht. 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 Das war unser eigener Papa. Was? Was? Was zur Hölle bist du? Er wollte uns zu retten. Um sie zu retten. Vielleicht. Vielleicht. In a way. That's exactly. Pointed. Ich check gerade gar nicht mehr. Ich bin jetzt maximal verwirrt. Wenn du... Du... Just... Give... ... 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 man muss immer auf zack sein bei mir habe ich doch gesagt einen wunderschönen hallo sagt hallo chat und chat hat hallo jerome kommt schon im spiegel hoffentlich spielt mein internet jetzt ab dann habe ich doch jetzt wieder die leben ist das klein kaya ich habe ein hochkanz screen von dir ich bin froh dass noch kand auf hoch gefolgt ist hallo chat was denn zuletzt hier fang doch mit dominik 450 an ok dominik 450 danke für die sechs euro das schwer zu lesen bris gamer danke für den sap zwei jahre dann ist ein moment 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 das heißt nicht danke für den samm das heißt willkommen im klub der kajoten willkommen im klub der kajoten kajoten switchgamer willkommen im klub der wat kajoten alter wie lange machst du hier regie und du sagst kanot was hast du gesagt du hast kanacken gesagt er hat kanacken gesagt habt ihr das geklippt willkommen im klub der kanacken hallo ich darf das sagen die verbindung noch ganz schwierig hier ich glaube die verbindung wird noch schwieriger zwischen uns beiden so jetzt mach mal hin ich kann so nicht und zwar du hast was zu lachen so riskgamer willkommen im klub der ist das ein neues hab ich sehe das kaum willkommen im klub der kajoten ja zwei danke für den resub silverbox tv danke für den resub was hallo socke hallo kusuke hallo kusuke hallo kusuke tanine danke für den neuen sap also willkommen im klub der kajoten genau novitz tv danke für willkommen im klub der kajoten ja genau so ja ist richtig ja stream rocker dank willkommen im klub der kajoten ich kann das hier kaum sehen ja du bist gleich durch viele haben nicht gesagt ja ja ist klar gleich kommt noch mehr was matt matt best danke für den resub dank für den resub anima dank für den resub im osch da danke für die 500 bits moment da muss man auch applaudieren das ist ach so ja da musst du da musst du applaudieren feiern jetzt kommt sogar ein hype train extra für dich ja super ist für dich ich sehe davon nichts verkauft es so gut dass die leute noch mehr subben du musst das verkaufen du musst verstehst du die leute müssen sagen oh ich hab da bock dabei zu sein du das mit begeisterung du rufst mich doch auch begeisternd an wenn du so eine doofe schnappsidee hast für so ein kackspiel die blair witch oder so moment die das spiel was haben wir auch ne habe ich gesehen dass es raus ist und dann wolltest du es unbedingt haben kannst du die maus bewegen nein jetzt kann ich sie so pass auf hier jetzt nach dem osch da komm schon moment dem osch da morski dank für den resub da ist ein n dazwischen monski ja das sehe ich nicht monski danke für den resub misur danke für den neuen sub moment moment was machst du da jetzt hör auf die maus zu bewegen gar nichts alpha dit willkommen im club der kajoten kampfente danke für den 100 bits krass dass du das gelesen hast kampfente das ging bei dir echt runter kannst du leadspeak lesen weil ich hätte jetzt gesagt k4 kampf ich kann nicht alles also das hast du super also jerome ich finde du solltest das immer machen der vorteil ist ich muss die buchstaben hier erraten weil ich die kaum erkennen kann ja ich kann also ich kann die schon sehen wenn ich richtig richtig nah an dem bildschirm liegt es an einem monitor der auflösung oder hast du probleme brauchst du eine brille für um nah lesen zu können nein das liegt daran weil ich du hast den den ganzen chat und alles hast ja auf einem hochkant monitor und ich habe den monitor auf einem widescreen monitor das heißt ich habe nur die halbe höhe davon ja aber widescreen ist doch weiter und damit größer ja aber dein bild ist ja hochkant und nicht breit aber kannst du es nicht in die breite ziehen nee dann kann ich machen bei dir aber du musst es bei mir lass das so wie es ist ich fasse das nicht an mach weiter ich glaube ich lenke nicht ab wo war jetzt das bo das bo so dann was ist das danke für den resub das bo ja das bo danke für den resub aber ich suche ich guck was danach ist xx san veriuts an veriuts danke für den resub so wie 93 xx danke für die tausend bits bitte einmal applaudieren ja 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 okay das ist ein geiler name jetzt oder bei der jetzt kommt nuss galaxy nuss galaxy nice oder ok willkommen im club der kajoten ja only artist king danke für die 100 bits gut da unten kann ich wieder nichts erkennen fight arena tv 100 bits dann haben wir seit zwei stunden keine subs vorgelesen das kann doch nicht sein hier steht zwei stunden ich sehe gerade im chat da ist da noch mehr rum verdammt was steht da im chat da ist da noch mehr kommt wie geil ist das dann raide mal den basti ich bin mitten im stream und die sagen raide mal ist das nicht abs ist das nicht eine absolute asoziale nummer dass ich mitten im stream bin und die sagen hör auf zu streamen und raide mal schicke uns mal alle rüber wahrscheinlich kommt der von basti und sagt ja raide doch mal den basti ja ich fall da nicht mal drauf rein früher hätte ich das gemacht mitten im stream hätte ich abgebrochen so komm schon komm schon schweizer wo waren wir jetzt du hast wieder gescrollt schweizer 4.0 danke für den resub einfach ogi danke für 100 bits hey wieso mach ich dein komm jetzt mach weiter ich kann das kaum lesen step 84 willkommen im club der kajoten einfach ogi für 100 bits grummbungi willkommen im club der kajoten i toxic panda i da sind wir stehen geblieben ne ja da sind wir stehen geblieben so das war's ach ne das sind paar neue gekommen die neuen machst du jetzt aber die wollen weil die wollen dass du das vorliest deswegen haben die das gemacht wenn ich jetzt übernehme fühlen die sich betrogen komm schon hier ok mary rose ja mary rose brayel danke für die 100 bits und was steht da drunter sie sagt jerome du packst das ja das kann ich nicht lesen ja ok weiter gehts hier also du gehst mit der maus weg ähm was one decay ja danke für die 100 bits ja max danke für die 100 bits die zahlen muss ich auch vorlesen aber komm weiter nein muss man nicht muss man nicht super nun zu nehmen einfach nur die namen das reicht äh suppen was suppenunzio ja wir kommen im club der kajoten weil es sind zwei n also suppen nunzio hätte ich jetzt gedacht ok ja mary jayndi danke für die zahlen im moment was ist mit suppenunzio hab ich ja gesagt wir kommen im club der kajoten oder sagt sorry dann entschuldige ich mich ich hab ich das gesagt ja hast du nicht gesagt kajer bitte das mikro ausmachen kajer bitte mal das mikro ausmachen man hört jerome gar nicht richtig hä hä was war das ja hast du was war das ein furz ein rülpse ok ich mach mich aus mach nein der wo bist du wo waren wir jetzt lady jenny danke für die 200 bits du rock ne du hast gar nichts gemacht ähm wie viele sind das ja super du zeigst mir 5 5 5 gifs danke für die 5 gifs äh bingo biceps ja aber du hast nicht vorgelesen von wem xantos 87 mann xantos 87 ja mensch ich bin ich hab so was ich mach so was nicht oft ist jetzt wieder gemutet bin ich so alleine hier der redet einfach weiter er ist gemutet der redet weiter guck mal mach weiter ich soll das mikro ausmachen mach doch mal weiter ne das brauchst du nicht ausmachen bingo biceps hat man ne ne hat man nicht danke für die 200 bits jetzt hör auf zu scrollen da Christian Mehl danke für die 100 bits Pyro drücken danke für die 100 bits designgirl danke willkommen im club der kajoten äh dämonenfuchs danke für die 100 bits was eistags willkommen im club der kajoten da oben kann ich salenia kann ich lesen willkommen im club der kajoten den da drunter achso ist komplex unit danke für das gift zapp ähm jetzt wo bist du denn jetzt hin teddyboy willkommen im club der kajoten modul danke für die 200 bits danke Dieter für die 200 bits angs äh was ach die maus meiner weg das stören dann danke für dein resub y danke für den resub se sự eistags danke für 400 bits jetzt scrollt er schon wieder auf jetzt primbo Danke für die 1500 Bits. Machst du mal bitte Applaus? König, mach dir Applaus gerade. Ja, Moment, da ist ja auch der Applaus gemütet. Lies mal vor, was Grimbo geschrieben hat. Jerome, gib dir mal Mühe. Ja, ich versuch's ja. Oh! Okay, wo waren wir jetzt? Grimbo, ne? Wo waren wir? Da. Ah, okay. Manager, danke für die 100 Bits. Askotchchen, willkommen im Club der Kajoten. Danke für die 100 Bits. Magon, ja. Ist das die? Ja, ist die. Danke für die 200 Bits. Wie ist das die? Was meinst du, was ist das die? Das ist auch die, die 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 Flasche geschenkt hat, oder? Was? Mit Bern? Was? War dir das nicht? Hä? Wird dich jetzt verarschen? Was? Wäre traurig. Da hast du recht. Okay. Du hast vollkommen recht. Hier, streamer der Herzenflasche. Ja, genau. Flerxe, danke für dein Resub, Bonkers. Willkommen im Club der Kajoten. Mary Rosebell. Danke für die 100 Bits. Da oben kann ich wieder nichts lesen. Und sie hat übrigens ein Kompliment. Mary Rosebell hat gesagt, Jerome, du machst das super. Oh, vielen Dank. Ja, sorry. Ich kann das nicht lesen. Bei mir ist alles viel, viel kleiner als bei Kaja. Du machst das super. Ja, super. Das freut mich. Aber den da drüber kann ich nicht lesen. 500 Bits oder 300 Bits oder wie viele sind das? Da gebe ich dir gerade ein Kompliment und schon kackst du schon wieder ab. Wir haben gerade damals noch super. Ich kann den lesen. Also, The Mock. The Mocky den. Danke für die 500 Bits. Das wird bis zum nächsten Mal geübt, bitte. Ach so, hat der sogar geschrieben. Ja, okay. Schachtbewohner für die 100 Bits. Schnibbel für den zweiten Monat. Du hast es geschafft. Xobby 93X für die 100 Bits und 2 Kekaroni für die 100 Bits. Hier ist dein Applaus. Ich glaube, Schnibbel kenne ich. Schnibbel. Okay. Hier ist dein Applaus. Hey, du hast den Halbtöhn auf Level 5 hochgepeitscht, Jerome. Der kommt dann heute, der kommt alles raus. Den Rest liest der Kaya vor. Nein, wir wollen weiterspielen. Vielen Dank, Leute. Komm, haut jetzt schnell raus. Jetzt schnell raushauen alles. Nein. Hör auf zu baiten. Hör auf. So was machen wir nicht. Ich darf das. Wir haben Stil und Klasse. Ja, wir baiten. Ich darf das. Nein. Ist ja nicht mein Stream. Also, haut alles raus. Schluss jetzt. Es geht weiter im Spiel. Hört auf. Ja, alles gut. Dankeschön. Ja. So. Die sind erst auf. Wir müssen jetzt weiterspielen, Mensch. Die Leute wollen... Der Keller sieht beinahe... Da kommt was. Hör auf jetzt. Schmanonia, danke für deinen Giftsab. Und Freakom, danke für deinen fünf Giftsabs. Hier ist der Applaus. Dankeschön. Da geht noch was. Sollen wir eine Abstimmung machen? Und zwar... Wer möchte in Zukunft immer das, Jerome, die... Ne? Sollen wir machen? Nein. Okay, ich entscheide das von Mal zu Mal. Ich will dich nur integrieren. Der Chef will, dass du ein bisschen mitmachst hier, seitdem du nicht mehr streamst. Ist doch schade. Nö, ist nicht schade. Kannst du Team Bio ausmachen? Schläge, ich soll das machen? Okay, dann gehe ich raus. Geh mal raus hier. Mal raus. Alter. Muss Team Bio immer eine gesponserte Sitzung? Hau ab! So. Vielen Dank, Jerome. Ja, sehr gerne. Hast du noch was zu sagen? Haben wir mal rein? Muss noch was vorlesen? Jerome, wann kommt die Uncut-Version von hier, von dem The Medium? The Medium, ähm... Ich versuch's Dienstag, spätestens Mittwoch. Ich will's Montagabend haben. Wie bitte? Das schaffst du doch, oder? Montag haben wir erstmal zwei andere Uploads, ne? Welche denn? Ja, wir haben Montag Uno Highlights und Uno Uncut. Nein! Ja! So schnell bist du? Wir haben erst am Freitag, haben wir gestreamt? Ja! Und du hast zwei Uploads am Montag, die Highlights und die Uncut-Version von Uno? Ja! Also, Jerome, das gibt ein riesen... Äh, das gibt ein... Äh... Gut angekackt. Jerome Lohm! Jerome Lohm, guck mal, guck, guck der Chat. Guck mal, der Chat ist verrückt nach dir. Aber jetzt, jetzt, genau, jetzt, wo der Chat mal mit drin ist. Ähm... Ja, ja. Was laden wir denn nächstes Wochenende Uncut hoch? Hä? Achso, du fragst den Chat, aber der Chat weiß doch gar nicht, was wir für Streams haben. Weiß ich noch nicht mal. Ähm, vielleicht fällt dem Chat ja auf Anni bei irgendwas ein. Okay, Chat, wir laden am Montag den Uncut Uno hoch, am Dienstag oder Mittwoch The Medium. Und was sollen wir am Samstag uploaden? Escape from Tarkov. Hab ich nie gespielt, siehste? Kann ja das Leben, soll ich hochladen. Mafia steht hier. Aber das haben wir ja gar nicht zu Ende gespielt. Ne runde Papierkorb. Den Stream mit Gronkh? Den Stream mit Gronkh? Mhm. Da warst du noch gar nicht, da hast du noch gar nicht mit mir gearbeitet. Da warst du doch noch bei... Da hast du noch gearbeitet für hier... Ja, genau. Du hast doch noch gecuttet für, wie sagt man auf Deutsch? Du warst noch... Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast doch noch hier... Hast du doch gemacht. Hast du den Gronkh? Ja, hab ich. Hast du? Wo hast du die denn her? Und Gronkh? Ja, nee. Ist geil, hier werden Spiele vorgeschlagen, die ich nie gespielt habe. Mario Kart, Last of Us. The Forest mit Paul, das könntest du... hochladen. Stimmt. Ja. Könntest du. War auch zwei Streams, glaube ich, ne? Schachtbewohner, danke für die 400 Bits. Max, 140990, danke für die 1000 Bits. Ich glaube, Max will wirklich auf 140990 Bits kommen. So viel hat er schon rausgehauen heute. 14... Wie viel? 140.000 Bits, genau. Mick Hicks, danke für 100 Bits. Sam, Monix, willkommen im Club. Swiss Game 137, danke für die 5 Euro. Kugi, danke für einen neuen Monat. Merikor, willkommen im Club. Josy, ich mache deinen Job hier rum. Deinen Job. Was soll ich als nächstes noch editieren oder was? Ich sollte aus Teamwürer raus. Ich bin das nicht schuld. Bist du doch. Josy, 0, danke für's. Deswegen kann ich dir nicht mehr vorlesen. Sternfunke, willkommen. Nein, du hättest ja auch locker... Ist egal. Ich habe immer recht. Okay. Bitte fass mal mit Gnu und Lara. Hast du das? Könnten wir auch, ne? Ja. Ich muss kurz vorlesen. Er ist irgendwo da draußen, so viel ist klar. Verdammt, die Tatsache, dass ich das hier schreibe und nicht sabbern in irgendeiner Ecke liege, ist Beweis genug dafür. Ich muss ihn nur finden. Schon lustig. Ich wollte immer durchgestrichen alleine der Einzige sein. Jetzt glaube ich langsam, dass es nie wirklich zwei von uns gab. Vielleicht waren wir immer nur zwei Seiten derselben Münze. Wie dem auch sei, ich brauche ihn. Ich brauche mich, um sie zu retten. Verstehst du irgendwas an diesem Spiel, Jerome? Du hast doch das ganze Gameplay mitverfolgt. Ganz kurz. Samo Nix, danke für deine zehn Gift-Subs. Wieso hast du das jetzt gesehen? Du bist ja gar nicht mehr ein Team-Wirat. Ja, ich sehe das gerade wieder in den Chat. Ah, Samo Nix, danke schön für deine zehn Gift-Subs. Okay, machen wir mal. Wer ist... Wer ist... Also eins für The Forest mit Paul und zwei für den... Nein, nein, lass uns doch eine Abstimmung machen. Wir sind doch zivilisiert hier. Immer diese Einsen in den Chat. Das ist doch Bullshit. Wir haben hier ein wunderschönes Tool. Welchen... Uncut... Als nächstes, ne? Nächstes. Hört auf. Ich will keine Eins und keine Zwei sehen. So. Was haben wir denn zur Auswahl? Sag. Äh... Nee, was war das? Ähm... Forrest mit Paul. Forrest mit Paul. Ja. Oder den Gronk-Stream. Mehr haben wir nicht. Gronk mit Gronk. Was haben wir noch? Ja, wir wollen die Leute erstmal noch. Ne? Die sollen erstmal zwischen den beiden entscheiden. Ja. Der Rest beim nächsten Mal. Was war da Dead by Daylight mit Gnu und Lara, ne? Den haben wir doch. Den haben wir schon uncut? Moment. Nee, haben wir nicht. Moment. Moment, Moment. Paul, meinst du? Ah, nee, das war Fasmo war das mit Gnu und. Sorry. Fasmo. Achso, Fasmo, ja. Das war der erste Stream mit Gnu. Weißt du noch? Ja. Er hat Lara mitgebracht. Ja. Was noch? Was haben wir noch? Na, alle auf ihm mal aufgesteckt. Homi hat die Schnauze voll, hat alle. Homi sagt, fuck it. Klick. Äh, was ist noch passiert? Sammo nix. Hast du den schon? Ne, haben wir schon, ne? Sammo nix? Ja. Er hat 10 Giftzams genommen. Christian, Wolli, danke für nur den Witz. Okay, wir stimmen ab. Oh. Oh, ich hab mich verschrieben. Welchen uncut? Welchen uncut als nächstes? Gronkh mit Gronkh. Welche Spiele haben wir denn mit Gronkh gespielt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es waren mehrere. Haben wir mehrere mit Gronkh gespielt? Ja, du hast aber mehr, mehr, ähm. Probleme gehabt mit dem Spiel. Äh. Ja, mit dem Setup hast du mehr Probleme gehabt. Vintage Story sagt Homi. Stimmt, das war's. Okay, ich glaube, dass Gronkh gewinnt. Ja, dann? Ja, dann. Aber waren es nicht 8 Stunden oder so? Insgesamt waren es 12 Stunden, wenn ich das Gameplay vorher auch noch mitnehme. Ach, stimmt. Ich hab ja davor 4 Stunden alleine gestreamt. Was hab ich denn alleine gestreamt? Weißt du das noch? Oh, da hast du auch mehrere Spiele ausprobiert, glaub ich. Und nichts funktionierte, ne? Ja, du hast mit dem Bildschirm, mit der Capture Card, hast du damals Probleme gehabt. Achtung, Moment, du musst mal ganz kurz... Also doch der Vater. Will she be alright? I wanna see her. She's asleep, honey. The doctors aren't sure, when she's gonna wake up. I was in a coma. That's why I couldn't remember anything. Ich war im Koma. Hast du ne Idee, äh, Jerome, was ihr abgeht in dem Spiel? Äh, ne, gerade nicht mehr. Okay. Ich war grad so vertieft, auf der Couch, und dann hast du angerufen und hast gesagt, Gieß, was hab's vor. Was hat der Vater mit meiner Schwester und dieser Spritze angestellt? What the fuck's going on here? Anyway. Also, Jerome, vielen, vielen Dank für deinen schnellen Einsatz. Du bist nicht nur der weltbeste Editor und Regisseur, sondern jetzt auch noch der weltbeste Alerts-Vorleser. Oh Gott. Also, nochmal Jerome loben, hier ist dein Applaus. So, das reicht, ein Applaus. Dankeschön. Dann bis zum nächsten Mal. Es kann aber sein, dass ich dich nochmal, also, ne, immer schön wach bleiben, ne? Passt, ja, ich bleib wach, aber jetzt... Oh, ja, okay. Bis später. Bis später spät zu Ihnen. Tschüss. Ciao, mal lieber. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sie ist krank, aber es ist nicht körperlich. Er hatte recht, in dieser furchtbaren Nacht etwas ist damals erwacht. Etwas wurde geboren in ihr. Es frisst sie von innen auf, zehrt von ihrer Kraft, ihr kleiner Körper verkümmert. Ich muss etwas unternehmen. Wir müssen etwas unternehmen. So, ganz kurz nochmal den Chat, äh, die Abstimmung. Aber ich denke mal, Gronkh hat gewonnen, oder? Ja, Gronkh mit 51%. So. Ja, dann. Wieso ist die Maus jetzt zu sehen? Hallo? Geh weg, Maus. Ach so, ja, stimmt, weil sie im Game ist. Ich schmuck. Äh, ich lese in einer Stunde die Subs vor, Leute. Macht ruhig eine Pause, alles gut. King Alpha 89, willkommen, Club Pfotenpuck für die 100 Bits. Mary Rose Bell für die 200 Bits. Crazy Nudel 25 für die Alta. 10.000 Bits. Sehe ich das richtig? Ich meine, Jerome müsste es jetzt lesen, aber der kann ja noch weniger lesen als ich. 1, 0, 0, 0, 0. Jetzt habe ich gerade... Ich muss Jerome wieder anrufen. Warte mal ganz kurz. Das muss er vorlesen. Wo ist denn der? Ach so, ich muss erst auflegen. Mick Hicks, willkommen im Club der Kajoten. Wo? Sorry, dass ich dich nochmal störe. Ja. Aber du machst ja Regie, insofern störe ich dich nicht. Ja. Hatten wir schon mal 10.000 Bits? Ein Cheer von 10.000 Bits? Ja, aber sehr selten. Nee, kann mich nicht erinnern. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal. Zweite oder dritte Mal? Bin mir jetzt nicht sicher. In einem Jahr? Ja. Wie reagieren wir jetzt drauf? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber hier ist auch eine Frage, die mich auch interessiert. Wenn Jerome das zusammenschneidet, muss er sich dann selber drin lassen? Ja. Okay. Nicht ablenken. Crazy Nudel 25, jetzt ein Applaus. Für 100 Euro kriegst du noch einen Kurz. Mann. 3, 2, 1, let's go! Komm, für 100 Euro kriegst du auch noch... Ich hoffe, du denkst nicht jetzt... Das war deine falsche Entscheidung. Nein, das war dein Kurzfreund. Aber wisst du... Aber weißt du, was ich gedacht habe, Jerome, als ich das gelesen habe? Was denn? Was ist denn hier los? Ja, und als du angerufen hast, ging bei mir direkt der Alarm an. Alter, das ist laut. Hast du nicht den Alarm von dem Kind aus Unusual Memes? Das wäre am geilsten. Den würde ich gerne. Ich habe viele. Okay, tschüss. Ja, tschüss. 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 Ah, herrlich. Man merkt, dass Jerome schon lange Zeit mit mir arbeitet. Das ist komplett auf mich geeicht. Also, Leute, komm. Wir müssen das Spiel heute zu Ende spielen. Alter, wir haben schon nach Mitternacht. Also, sie ist krank, aber sie ist eine crazy Nudel. Du bist wirklich eine crazy Nudel. Traum mal, willkommen im Club. So. Halt mal ganz kurz die Luft an. Macht nichts. In einer Stunde lese ich weiter. Lasst uns das Spiel zu Ende spielen. Er hatte recht in dieser furchtbaren Nacht. Etwas ist damals erwacht. Etwas wurde geboren in ihr. Es frisst sie von innen auf. Zehrt von ihrer Kraft, ihr Kleiner. Also, Lilly hat den Shit gespawnt. Kann ich den Soundtrack haben, der gerade lief? Das ist auf Spotify. Es ist lizenzfrei. Lizenzfrei. Du kannst den haben. Der heißt D-Young von D-Young Welcome Back. Ganz easy. Richtig viele geile Künstler, die einfach ihr Zeugs... Entschuldigung, kostenlos zur Verfügung stellen. So, das hatten wir schon, ne? Was war das nochmal? Das war die Spritze. Also, was ist mit Lilly passiert? Lilly hat den Shit gespawnt, weil Thomas irgendwas mit ihr gemacht hat. Also hatte der Schlund recht. Nein, ich will doch nicht da durch. Ich weiß nicht, ob ich da fertig bin. Stoppt mal ganz kurz. Stop the press. Who's that? Siehste, da hab ich was übersehen. Oh. 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 oh early boy hey early boy mein gutster wie geht's wo habe ich denn jetzt mein gutster her auf und sie du man merkt euch mit sie du kontakt er sagt immer mein gutster statt mein bester wie geht's dir was hast du gezockt wir zocken gerade was sagt mir the medium und ich hoffe wir sind bald zu ende weil keiner versteht nichts mehr ich hoffe am ende kommen alle antworten auf unsere fragen ich vermute marian fiel ins koma und konnte nur mit einer organspende gerettet werden und nur lily war geeignete spenderin aber sie ist dabei gestorben vermutung das ist natürlich eine heftige vermutung okay das hat mich auf eine idee gebracht so was ist early boy im chat was was habt ihr gezockt ja ist eigentlich die community von early boy die early's die boys wie heißt wie heißt ihr wo bin ich eigentlich durchgekommen hat irgendeiner ahnung ich bin es leidlos gerade ich bin von da gekommen oder neben ich nicht hier war ich noch gar nicht drin die unfägen stimmt 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 heute hat sie geburtstag 27 2 an diesem tag muss ich immer daran zurückdenken als ich sie zum ersten mal sah dieser wunderbare kleine keller kleine kreatur ich hätte damals alles gegeben um ihr vater zu sein und dieses andere teil von mir verstummen zu lassen man das wäre echt hilfreich wenn man sehen würde wer die briefe geschrieben hat hätten hatte fast hat ich hätte damals alles gegeben um mir fahre um diese anderen teil von mir verstummen zu lassen und jetzt will ich um ihn um jeden preis zurück um ihr zu helfen um sie zu retten ich glaube ich habe endlich einen weg gefunden ist es riskant aber das ist unsere einzige chance wenn es nicht funktioniert nein es wird funktionieren das muss es die irgendeine ahnung von wem dieser brief ist die boys sind early die early fans sind ganz gut unfähig jetzt sind alle unfähig total verwirrend das ganze slightly aber ich glaube wir kommen der sache ich glaube wir werden wenn wir das spiel geschafft haben und ich glaube wir sind nicht mehr weit entfernt gibt es einen riesen cutscene die ungefähr drei stunden geht und uns alles erklärt also das ist einer der spiele wo ich noch nie so verwirrt war muss ich ganz ehrlich sagen die early isten das reh hat es geschrieben glaube von thomas heute hat sie geburtstag an diesem tag ist man daran zurück zu sehen als ich zum ersten mal sah diese wunderbare kleine kreatur ich hätte damals alles gegeben um ihr vater zu sein das heißt ist lily oder maria nicht die tochter um mann ich dachte eben gar das wäre der vater wir werden es herausfinden eventuell thomas oder henry sagt dir hat jetzt endlich early boy gesagt was er gezockt hat verdammte axt der brief ist vom frontman der backstreet boys die kajoten mal wieder am start es gibt echt keine bessere bezeichnung für euch als kajoten wirklich muss man sagen es trifft einfach gta api wie immer wer hat das geschrieben killer mango du hast doch quasi mit mir zusammen angefangen early oder mit gta krass wir haben zusammen glaube ich angefangen kannst du dich erinnern wo ist denn dieser verdammte durchgang hier ist es geht nur hier durch ne aber nicht deshalb angefangen early glaub am dritten vierten haben wir angefangen bei dem bin ich gefangen lange cutscene death stranding and cutscene just saying ja ich weiß dass wir beide noch jung waren glaube homie ist vor allem gealtert so oft wieder herum bastelt einem server alter max max maxi für ist 88 für den vierten monat sassi 22 02 für den zehnten early boy für den zwölften monat early boy ist ein von anfang an dabei und immer treu geblieben jetzt pass mal auf jetzt geht max 5500 so schnell werde ich nicht überholt wo seht ihr das denn und mal ich bin mal ganz kurz umschalten auf max alter und der ist der leader der cheerleader ist ja gerade 13.000 hatte rausgehauen alter max vielen dank für die 5500 bit son top und insgesamt die 13.000 hier ist kein furz hier ist noch mal was ist das eigentlich für ein ding auf dem stream deck ich habe es noch nie abgespielt das ist von teddy da willst du mit mir spielen ne ok ich habe mich vergessen dass ich das mal drauf getan habe anyway vielen dank max 14 0 9 90 cheerleader so leute hört mal auf mit irgendwas mit alerts lasst uns das spiel durchspielen und ich habe keine ahnung was für eine kombination ich habe irgendwas übersehen kann das sein wie stellt er sich das ja das war mir klar ich muss irgendwo eine kombination finden wieso habe ich überhaupt eine katze am start ok leute ich habe irgendwas übersehen schon wieder machen early boy bist du da bist du noch zusammen mit sintika also im spiel seid ihr noch zusammen oh leute hier war ich hier bin ich her gekommen schmuck ok hier im keller war ich ne wo ist er er ist schon weg er hat keinen bock mehr er mag das thema nicht was nein böse miets nein early boy ist nicht mehr zusammen mit wie heißt ihr im spiel weiß ich nicht wie heißt er denn im spiel sintika aber sintika spielt noch rp oder nicht mehr er ist offline hat keinen bock mehr auf mich seid ihr zusammen mit spiel nie nur noch in real life hört auf gerüchte zu streuen leute sowas würde ich auch nicht mögen wenn er sagen würde ich wäre mit jerome zusammen kappa no front und so weiter und so fort ach hier mensch wie habe ich den ganzen raum übersehen what the fuck rechnung frage der zeit uhrenladen krakau bestellung 342 ja aber es waren vier ziffern es waren vier 342 ist es nicht doch kira und hans sind noch zusammen sintika spielt aber nicht mehr so aktiv wieso nicht wie kann man denn an an gta api das interesse verlieren das geräusch mag ich okay hier gibt es keine erinnerung was steht da schönen jahrestag zehn jahre wie die zeit vergeht hier ist eine kleinigkeit damit du dich aus den augen verlierst ich liebe dich du dumm kopf wenn du meine frau sein so wir haben immer noch keine ziffern gefunden oder meint ihr auf der rechnung sind die ziffern pound 342 war es ne merkt euch das betreutes gaming hier pound 342 das heißt ein paar und noch mal hashtag ne das ist auch ein englisches wort pound hashtag alles all the same 2702 2702 wieso moment dass das datum oder was was soll ich trottel hier drin ne ne wo habt ihr denn jetzt die 27 kann doch nicht sein dass ich die verarscht mich wo ist denn das geburtsdatum wieso habe ich das nicht gesehen ok leute ich bin lost das liegt nur an early boys energie seine unfähigkeit hat sich quasi übertragen wo habt ihr denn das datum gesehen ich habe es gar nicht gesehen bei dem anderen brief ist das jetzt backseat gaming was ihr gemacht habt wo war denn der andere brief moment ich muss jetzt einfach damit das hier korrekt läuft muss ich den anderen brief nochmal finden ach hier ne hier ne ne scheiße bin los war der im keller war der im an ich kann sich nur um stundenhandeln dass wir das spiel zu ende spielen nein ich muss das jetzt für mich sonst ist man sonst ist das rumgecheatet alter immer dieser kamera wechsel ich werde wahnsinnig sorry early boys schuld er ist er hat hier meine konzentration unterbrochen und kira und wer ist mit wem zusammen und warum spielt sie nicht mehr so das ist alles eure schuld lass mich nur wo ist denn dieser kackbrief auf dem 27 ihr verarscht mich doch 47 11 war die zahl ok es gab keinen anderen brief jetzt gehe ich schon wieder die treppe hoch ganz im ernst der kamera wechsel macht mich manchmal kirre im inventar im inventar ich glaube ich mal ich habe ich habe es nicht gecheckt in dem raum nach dem kamera wechsel in der ecke ok was 27 02 habt ihr gesagt ich weiß wirklich nicht wo ich den brief her habe oder ihr verarscht mich gerade 27 02 war das nicht paun 342 ich mach jetzt mal meine theorie an ich kann gar nicht auf paun auf hashtag Ihr habt mich verarscht. Ich gucke nicht mehr in den Chat. Ich gucke nicht mehr in den Chat. Meint ihr, ich habe die Notiz mitgenommen. Jetzt muss ich 40.000 Notizen durchlesen. Ich weiß wirklich nicht. Alter, ich lese da jetzt nicht alles hier durch. Was sind das jetzt die Unfähigen von Early Boy? Die 410 Leute, die alles durcheinander... Wir waren auf so einem geilen Weg. Dann pupst Early Boy hier rein. Lässt mir 410 Leute hier, die mich komplett verwirren. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ihr wollt einfach, dass ich wieder mit GTARP anfange. Und sagt, hör auf damit. Komm zurück. Das Spiel wird jetzt zu Ende gespielt. Heute hat es die Geburtstag, 27.02. Ah, jetzt weiß ich, was ihr meint. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, Leute. Ich habe 27.02 eingegeben. Also 27.02. Hat nicht funktioniert. Eure Theorie war für ein Arsch! 27.02. Im Englischen kommt der Monat zur... Ach Mann, immer diese Kack-Übersetzung. Nee, im Englischen steht er auch 27.02. Okay, okay, das ist eine interessante... Okay, versuchen wir es mal. Null. Das stimmt übrigens. Aber wieso steht es im Brief auch anders? Nee, 0227 auch nicht. Uch. Ich schwör's euch. Seitdem dieser Early-Boy hier reingekommen ist. Was ist denn jetzt passiert? Hört auf zu lachen. Hört auf zu lachen! Ich ruf's hier oben an und er liest wieder hier, äh, Subs vor. Apropos Subs. Crazy Noodles. Nummer 5000. Ihr macht mich fertig. Danke, Crazy Noodles. Du bist wirklich ne Crazy Noodles. 3, 2, 1, let's go! Ich kann nicht mehr ganz... Äh... Kann mir mal einer sagen, was gerade passiert ist? What the fuck? Verarbeitung! Hi! Scheiße! Hä? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich hör doch das Spiel im Hintergrund. What? Willkommen zurück! Ich kapier... What the fuck is going on? Ich verstehe überhaupt nichts. Was habt ihr... Early-Boy, was hast du gemacht? Hast du mich gehackt? Was war das? Das ist mir noch nie im Spiel passiert. Wieder von vorne anfangen? Ach man, nein, nicht nochmal. The... 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 Senseon 3. Danke für die 5 Euro. Kann leider nicht subben. Alles gut. Kung... 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 Also... 14.04.1976. Ich würde mal sagen, 1976. Jerome merkte das. Ich mach mal 1976. Ich hätte nicht auf den Chat hören sollen. Verdammt nochmal. Das waren bestimmt alles Lustis. Willst du Hilfe? Nein! Ein ganzes Spiel habe ich nicht. Ich habe alles selber gefunden. Bis auf die Maske eben. Seht ihr das da? Seht ihr das da an der Wand? Seht ihr das? Dieses weiße Ding hier? Ist wahrscheinlich im anderen Raum, ne? Also 1976 werde ich gleich eingeben. Aber wir sind ja noch nicht fertig hier mit dem Raum. So. Da ist keine Zahl drauf. Ja, macht nichts. Aber ey, das Spiel ist gerade abgestürzt. Wie geil ist das denn? 27.02. Das haben wir probiert. Das funktioniert nicht. Okay. Jetzt haben wir wenigstens eine andere Zahl gefunden. Vielleicht kriegen wir hier einen Clou nochmal. Okay, hier ist kein Datum. Also 1976 würde ich jetzt sagen. Da hören wir auch nochmal rein. Und ich glaube bei der Spritze war auch nichts. Komm schon. Hä, wieso geht der nicht? Hallo? Wieso geht der nicht? Jetzt. Lilly? Dad, Thomas. Nee, auch nichts. Also 1976. Eine andere... Was ist hier? Das hatten wir, ne? Nee. Hatten wir alles schon. Gut. 1976 ist mein Hunch. Warum, weiß ich nicht. Das ist die einzige andere Zahl hier. Ihr seid auf Emotes geschaltet. Das heißt, ich liege richtig. Jesus. Das ist echt. Ja. Es sieht aus, als ob es militärisch ist. Ja. Solid steel. Ja. Ja. Lass mich die... 19. Wenn der jetzt schon wieder abraucht. 7. 6, ne? Fuck. Am fucked. Ich check's überhaupt nicht. Leute, wie kann das Spiel so sein zu mir? Was soll das denn? Ich hab doch alles richtig gemacht und jetzt hänge ich an dieser Kackstelle fest wegen irgendeinem 4-Zahlen-Bullshit. Was will denn dieses Spiel von mir? Ich check's nicht. 4-Zahlen. Verdammte Axt. Welche verdammten 4-Zahlen könnte es sein? Es steht sogar hier drauf. Seht ihr das? 1976. Großkotzstraße in Krakau. Pound kann ich nicht. Also 3-4-2 ist es auch nicht. I don't have a fucking clue, was das Ding hier von mir wird. 10 Years Anniversary. Ja, aber welche 10 Jahre? Ich hab keine Ahnung. 10 Jahre auf ein Wo gerechnet. Also ihr seid auf Emotes. Ach, wieso wisst ihr das alle? Habt ihr das schon durchgespielt, oder was? Guck mal hier. Jetzt werd ich gedisst. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich glaub, ich muss wieder die Notizen durchlesen, ne? Rechnung. Frage der Zeit. Uhrenladen. Am 14.04. Ach so. Moment. Scheiße. Äh, Moment, Moment, Moment. Ich hab ne Idee. Also. Am 1976 hab ich das bestellt und da waren wir schon 10 Jahre zusammen. Richtig? Da hab ich das, das ist die Rechnung dazu. Das heißt, wir reden von 1966, oder? Sind ich das richtig? Frage der Zeit. Uhrenladen. Krakau. Bestellung. Preis. 600 Sloty. Ich hab... Ja. Also 1966. Sorry, sorry, sorry. So ein Bullshit, echt. Wehe, das stimmt nicht. Dann rass ich aus. Applaus. Applaus. Ja, ist ja gut. Ihr wusstet's von Anfang an. Ja. Scheiße. Kannst du das nachher wegschneiden, Jerome? Kannst du direkt dahin schneiden, dass ich quasi das richtig... In for a penny, in for a pound. Darum kannst du das so machen? Also, alles, was die letzten Minuten passiert ist, kannst du wegschneiden. Und direkt rein. Ja, kommt aus den Emotes raus jetzt. Ich hab's kapiert. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Ey, Leute, ich hab... Was ist denn das mit einer Kameraeinstellung? Hä? What the fuck is going on hier, Leute? Achso. Achso, ich komm von der Tür. Ja, das sieht... Es war dunkel. Hört auf. Auf den letzten Meter machen wir nicht schlapp. Ich hab's schon zu Ende gespielt. Achso. Aber du darfst nicht weg... Oh Gott, ich muss wieder rennen, oder? Ich muss schon wieder rennen, Leute. Ich muss schon wieder rennen. Das ist das Topmodel, oder? Das ist das Topmodel, oder? Das ist High Heels. Das hat mich nicht weg. Das hat mich auch gerade gefragt. Das ist wirklich fies, das Ding. Ich bin immer beim Kamerawechsel, bin ich immer verwirrt. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Wir werden es nicht verstehen. Sie können vergeben. Sie... Oh, das können wir rappen. Kommt, Leute. Komm schon. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden es nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles was 10 Trennungen. Einzige Weg. Mic Drop. Man kann das Ding nicht trocken. Man. Anyway. Stellt euch. Mic Drop. Fuck. Ja. Was ist denn du? So, Leute. Ich habe gesungen. Ich habe gerappt. Was wollt ihr mehr? Und das alles in einem Psycho-Horror-Thriller. Meine Ohren bluten. Ach so. Ich muss mich auf die Geisterwelt konzentrieren. Ah, stimmt. Ich muss... Ich muss... Das Ding muss ich wieder hier... Ah, ich habe wieder keine Energie. Ah, ich habe wieder keine Energie, Leute. Ich muss mir wieder eine Energiequelle holen. Und wahrscheinlich musste... Jagt mich der Schlund. Schlund.de jagt mich zu einem und zu einem. Was ist dieses Ort? Some sort of a... Fallout, Sheldon? Ich erinnere mich voll an Outlasten. Am Ende landen wir alle im Bunker. Wenn jetzt hier, äh... Trager um die Ecke kommt. Und Wernicke, ne? Wernicke war es, nicht Trager. Trager war ja nicht im Bunker. Der war in der Anstalt. Wenn jetzt der Wernicke um die Ecke kommt mit seinem Rollstuhl und sagt... You are the host. Der oder die Schlund, bitte, ja? Keine Ahnung. Der oder die Schlund? Macht den Schlund nicht so auf. Der Schlund, hätte ich jetzt gesagt, oder? Was ist das für ein Schlund? Soll ich Out of Body hier machen? Ne, da hinten ist nichts, ne? Gehen wir schon die Treppe runter? Ich würde sagen, nein. Wir gehen erst mal... Wir gehen erst mal die Treppe hoch. Der Schlund. Der Höllenschlund. Also der Schlund. Wo ist es gut, diese... Bin ich schon im nächsten Raum? Ne, dann gehen wir hier nochmal runter. Lass mich immer einen Raum zu Ende... Das erinnert mich sehr stark an Outlast. Da ging es ja auch immer die Treppe rauf, Treppe runter. Dann kam der Wallrider und hat gesagt, was ist los? Okay, ich muss Wasser aus dem Raum pumpen. Opensichtlich. Komm ich hier ran? Komm hier nicht ran, ne? Oh shit! Ich hab keine Energie! Komm doch schnell wieder weg! Hat sich überhaupt nicht gelohnt, die Scheiße. Okay, ähm... Was haben wir noch? Was ist denn hier? Ich glaub, da geht's nicht durch, oder? Geht's da durch? Ne, geht nicht durch. Okay. Wallrider, was ist hier los? Ich glaube, das... Ich glaube, das habe ich... Das Ende von Outlast habe ich gut zusammengefasst, oder? Das Ende von Outlast in Kajas Worten. Was ist denn hier los? Wo ist mein Host? Ey. Wer hat mein Host getötet? Du asoziale Arsch. Wo ist Billy? Das ist ungefähr der Wallrider in zwei Sätzen. Was ist denn hier los? Was ist mit Billy? Ah-hah. Was haben wir hier? Okay. Ich muss übersehen. Nein. Ich fühle mich auch ein bisschen an Resident Evil erinnert, Leute. Weil, äh... Ihr erinnert euch, ne? Das war in einem U-Boot. Auch teilweise unter Wasser, oder? Das ist alles so ein bisschen... Alter, was ist denn hier los? Jetzt wird das nochmal auf die alten Tage anspruchsvoll hier. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Ah ja, natürlich. Das war auch das Stromfeld. Habe ich dir gesagt, mein Schatz? Bump! Ab das Bier! Pump es jetzt! Pump es hier! Komm, lass dich nicht lumpen! Heb ihn hoch, den Humpen! Und man jetzt fängt wieder so eine Outlast-Kartenkacke an. Pumpstation, Übersicht, westliche Kamera. Oh, ach Gott. I don't have a clue. Ich bin in der... Im Kontrollraum, bei drei. Okay. Ich bin hier bei drei. Und ich muss wohin? Zu West Chamber. Tank... Aha! 1A! Ach, hier ist... Alles klar. Ich muss zu 1A. Da ist die, äh... Die Pumpe. Also hier durch. Und dann da hin. Und dann kommt der Wall Rider und... Kackt mich weg. Und Tank 2. Ist bei... 4A. Mhm. Aber erst mal das Wasser wegpumpen, ne? Okay. What's going on? Alter, jetzt schon wieder so ein doofes Rätsel. Was geht's im Spiel? Ähm, ich bin Klärwerk-Techniker und ich muss hier die Kacke weghauen. Oh Gott. Basti, danke für die 73 Viewers. Hast du schon einen Namen gefunden für... Deine Community? Heißen sie die Bielendorfer? Die Bastis? Ganz wichtig auf Twitch, lieber Bastian, ist, dass du einen Namen findest für deine Community. Die zweifelsohne immer größer werden wird. Und wenn du keinen Namen für die Community hast, kannst du deine Community fragen. Wie wollt ihr genannt werden? Also ich hab sie auch nicht Kajoten genannt. Das war, glaub ich, ein Name, den haben die sich selber ausgesucht. Die haben sich selber den Namen gegeben. Die haben sich selber den Kanalnamen gegeben. Die haben sich selber die Games suchen, die sich aus... Also ich bin eigentlich Sklave meiner Community. Ich mach eigentlich das, was die... Die subben, wenn sie Bock haben. Sie donaten. Die machen alles selber. Die sagen immer, morgen 18 Uhr, Kaija, du spielst, spielst du ja nicht. Okay. Ich hab ein bisschen mehr Begeisterung. Okay. Ja. Pass auf. Am Anfang denkst du, du kontrollierst alles und am Ende kontrollieren sie dich. Die Chebastis. True. Die Bielis, die Biletten. Wie lange machst du noch? Bis das Spiel durch ist. Anyway. Vielen Dank, Basti. Stoffinchen, willkommen im Club. Was habt ihr eigentlich gezockt heute? Max, 14, Max, nochmal 100 Bits. Darf ich jetzt nicht mehr Hab-Verbot von meiner schwangeren Frau bekommen? Du kriegst auch ein Verbot von mir. Miss Silence, 312. Danke für den zweiten Monat. Okay, Leute. Gibt's hier irgendeinen Mechaniker, der sich auskennt? Water Level Indicator measures Water Level in a given chamber. Miss den Wasserstand in irgendeine Kammer. Okay. Switches ändert die Wasserflussrichtung. Oh Gott. Jetzt müssen wir das auch noch machen. Also gehen wir erstmal zu 1, oder? Switches drags the water flow, indicates the water pump. Fuck. Also, das hier ist nochmal von vorne. Können wir das echt nicht merken. Das hier. Und das hier. Nee. Das ist doch das... Nee, das verstehe ich nicht. Ach. Out of juice. Because, of course it is. I don't have a fucking clue. Ist egal, ist sowieso kein Juice drauf. Das ist eigentlich das, was ich immer mache, wenn ich keine Ahnung habe. Drück einfach alle fucking Knöpfen. Also zum ersten Mal über das Geländer stolperten, dachten wir, dass es sich nur um einen alten deutschen Bunker handelt. Ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach zwei Wochen Ausgrabung wussten wir, dass das alte Schnauzbärchen große... Das alte Schnauzbärchen. Sorry, habe ich noch nie gehört. Habe ich so noch nie gehört, dass das alte Schnauzbärchen... Wie heißt es denn auf Englisch? We know that old funny mustachion. Mustachio. We know that old funny mustachio. Okay. Große Pläne für diesen Ort gehabt haben muss. Seine ganze Systeme von unterlichen Tunneln. Stahlbeton wenden. Das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort... Halt. ...im Wald bauen, falls die ganze Sache mit der Herrenrasse nicht klappen sollte. Die roten Tarten, was sie am besten können. Sie rissen es sich unter den Nagel. Oh. Sie wollten es in einen... Was meinst du damit? Sie rissen es sich unter den Nagel. Sie wollten es in einen vollwertigen Atombunker umwandeln... ...und brachten sogar das Stromnetz zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Traum von Niva in die Hose ging. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim... ...und ich habe dafür gesorgt, dass es auch so blieb. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreifen nennen, aber trotzdem. Wenn etwas schief geht, haben wir in Ordnung. Komm, oh Gott. Das wird immer vertrackter hier. Wieso hat sie manchmal braune, manchmal weiße Haare? Und wo kommt das Licht? Puh, das ist jetzt aber sehr schwer zu erklären. Wir haben mittlerweile zehn Stunden Gameplay und... Boah, das kann man dir nicht... ...schwierig. Vielleicht möchte jemand im Chat erklären, was hier abgeht. Wenigstens geht die Tür hier auf. Ich habe keine Energie. Ah, das war der Raum, in dem wir vorhin drin waren, ne? Okay, das macht die Sache aber nicht einfacher. Das bedeutet nur, dass ich genauso lost bin wie vorher. Wo kriege ich denn jetzt Strom her? Wie kann ich denn jetzt Wasser abpumpen? Hier durch den Raum. Und bei 1a durch. Aber wie kann ich... Ich verstehe das nicht. Wie komme ich denn zur Pumpe, wenn die unter Wasser ist? Ich check's nicht. Oh Gott, das wird aber... Ich dachte, wir wären kurz vor dem Ziel, aber es wird irgendwie noch länger. Hier ist eins. Hier ist der Wassertank eins. Und die Pumpe ist doch... Was ist denn das mit der Tür da oben? Da waren wir schon, oder? Waren wir schon hier? Ja, da sind wir ja durchgelaufen. Also hier runter kann ich nicht. Und unten sind diese blöden Motten, diese Viecher. Und ich komme hier nicht dran. Ich komme nicht hier dran. Schaut, ich gehe hier vor. Ich versuche mich aufzuladen. Es geht nicht. Und unten sind diese Viecher, die mich nicht lassen, weil ich keine Energie habe. Ach, what? I don't get it, man. Oh, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Oh, ich habe den Raum übersehen. Ich habe den Raum tatsächlich übersehen. Oder? Ja, den Raum hier war... Ah! Now we're talking! Jetzt habe ich ihn gefunden. Der Raum hat mir gefehlt, Leute. Okay. Weiter geht's. Jetzt komme ich durch das untere... Hier ist nichts mehr. Jetzt komme ich zumindest unten wieder durch, ja? Ja, das schaffe ich. Kein Problem. Gehen wir mal durch, oder? Komm, bewege dich ein bisschen schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Okay. Äh, was war jetzt? Okay, jetzt bin ich wieder aufgeladen. Na, und? Ich kam doch gerade von der Energiequelle. Äh, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Habe ich die Fledermäuse, habe ich jetzt... Sind verschwunden, oder? Ich glaube... Da sind sie noch. Äh... Äh... Hätte ich irgendwo anders abbiegen müssen, Leute? Ich kann doch nirgendwo anders hin, oder? Ich check's nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt da unten... Ich dachte, ich könnte da unten irgendwo so eine Pumpe oder so aufmachen. Da unten war einfach nur ein... Äh... Einfach nur eine Energiequelle. Ich habe gehofft, da unten wäre so ein Ding ins Käsen. Wie sagt man auf Deutsch? Äh, eine Pumpe. Okay, Leute. Dann, ähm... Gehen wir nochmal zurück. Da konnte ich doch irgendwas aufladen. War das hier? Ja, ich glaube, es war hier. Oh, echt eine Karte in diesem Spiel, du. Right? Ja, genau hier. Ne, ich meine hier. So, was müssen wir als erstes machen? Water Level Indicator. Der steht hier. Ach so, das muss abgepumpt werden, richtig? Dann drücken wir hier drauf. Ne, jetzt geht da... Ach so, ich kann nicht alles. Aha, jetzt verstehe ich. Jetzt ist die Central Chamber, ähm... Abgepumpt. Ich zum Beispiel da draufklicke. Aha, jetzt verstehe ich auch die Pfeile. I get it, I get it. Okay, okay, okay. Okay, den pumpen wir wieder zurück. Und jetzt ist die Central Chamber ist frei, ne? Scheiße, wo bin ich nochmal? Ich hab's vergessen. Die Central Chamber ist... Nummer zwei. Das heißt, in der Mitte. Die kommt zum Schluss. Was kommt denn als erstes? Die Eins, oder? Ich hab keine Ahnung. Dann pumpen wir alles in die Central rein, oder? Ach, okay. Ach du Scheiße. Dieser Wanker schon wieder. Nicht für mich. Nicht für mich. Hier ist doch das Wasser jetzt abgepumpt, richtig? Lass mich nochmal ein bisschen Energie holen. Kann sein, dass der Dude mir auf den Sack... Just in case, wenn er mich angreift, hab ich genug Energie da, ne? Ist eigentlich hier irgendwas? Oh shit, hier auch. Okay, ich glaub, ich verlaufe mich jetzt offiziell. Noch eine Energiequelle. Okay, das machen wir alles später, oder? Jetzt geh ich hier runter. Ja, jetzt ist das Wasser abgepumpt. Gut. Aber hier sind noch wieder diese Viecher. Was bringt mir das hier, hier durchzugehen? Ich check's nicht. Ich fühle entwäsch'n lange durch mit dem Spiel. Das ist mir alles zu kompliziert. Ich geh mich bis auf und ich komm gleich mit. Ja, es macht hier keinen Sinn. Wieso hab ich das jetzt abgepumpt? Aber das Spiel ist auch, weißt du... Ich weiß ja nicht... Ich check einfach nicht, wo was ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß auch wirklich nicht, wo ich zuerst hin muss. Das ist total verwirrend. Jetzt wollen sie ja am Schluss... Wollten sie mal so ein dickes, fetzes Rätsel hinlegen. I don't fucking get it. Mir fehlt auch die Übersicht. Bei den Motten kommt man weiter. Ach so! In der realen Welt, ne? Ach, ich Idiot. Ich hab das... Das ist aber auch kompliziert mit den zwei Welten. Da bist du ja bescheuert im Kopf. Okay, ihr habt recht. Ich war in der realen Welt noch nicht unten. Okay, okay, okay. Stimmt, 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 was ihr sagt. Aber trotzdem greifen die mich an, ne? Auch in der Geisterwelt. Oder? Ah, dankeschön, Leute. Oh, ich bin manchmal verwirrt. In welcher Welt hab ich was gemacht? Jetzt ist es bereit, etwas Wasser runterzuhalten. Ich hoffe, ich hab genug Energie für den Rückweg. Ist ja gut, Mädchen, ist ja gut. Du hast es geschafft. Okay, okay. Jetzt hab ich aber fast keine Ergänzung. Hier nochmal auftanken, ne? Hier war das. Ja, hier nochmal auftanken. Ich hab voll gegen die Tür geknallt. So, Leute. Irgendwann greift mich der Dude an. So, jetzt hier den Kontrollraum zurück, weil ich hab ja das Ding repariert, richtig? Oder? Ja, genau. Jetzt hab ich das hier richtig gemacht, oder? Nee. Doch. Warte. Den hier rüber. Mal speichern, das macht er automatisch. Jetzt kann ich den hier raus, hier rüber ziehen, ne? Oh, der ist schon voll. Okay. Jetzt geh ich in den East Chamber und mach da die Pumpe. Alright? Ja, und zwar hier bei vier und ich bin in drei, also ist sie direkt um die Ecke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Dude auf, äh, auftaucht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich auf die Fresse... Okay, da ist jemand... Okay, da ist er. ...up there... ...for us to sing... ...for us to sing... ...for us to eat. Ich geh erstmal hier runter, das ist ja auch. Wo ist der Typ? Oh, naked, cold, just let me wear you, we'll want this world together. Halbsteif, danke für deinen Raid, danke. Wie nennt man die Community? Hallo ihr 160 Halbsteifen? Äh, alright, ich bin, ja, herzlich willkommen in dem Stream mit The Medium, ich hoffe wir sind bald am Ende des Spiels, weil das ist so eins der verwirrtesten Spiele, eins der Spiele, die mich am meisten fühlt, komisch, dass der Dude nicht da war, ach nein. Äh, The Medium, ne? Psycho-Thriller, beim Game Pass und so dabei gewesen vor ein paar Tagen. Anyway, ach hier, das ist so convenient, dass alles hier um die Ecke ist. Agent Cutters to the Rescue. Die Wachsweichen. So geil, dass in dem Spiel wirklich alles um die Ecke ist. Oh, was ist hier? Ah ja, die Central Chamber ist ja noch voller Wasser. Hä, wo ist die Pumpe? Da ist sie. So, was habt ihr Halbsteifen gemacht? Darf ich fragen? Hä, was habt ihr im Stream gemacht? Okay, ich muss wieder zurück zur Dingsbums, zur Central, äh, zum Control Room. Wir haben Mucke gemacht. Ach so, Halbsteifen macht, äh, Musik. Scheiße, der Dude ist jetzt da. So many dolls to play with such pretty things to wear. Die kommen hier nicht rüber, ne? Nein, das ist falsch. Habt ihr gehört, was er, was er gesagt hat? Also er hat Ursula besessen, Lily, Francis. Die Sache wird... Also er war der Dämon, der quasi alle zu diesen Untaten bewegt hat. Ist das die Stimme von Benedict Cumberbatch? Das weiß ich nicht. Glaube ich nicht, der ist unbezahlbar. Du kannst doch Smaug nicht diesen, äh, Horror-Typen hier sprechen lassen. So Leute, habe ich das richtig gemacht? Müssen wir jetzt in die Central Chamber oder nicht? Jetzt kommt der große Showdown, richtig? Oder nicht? Die Central Chamber ist leer. Hier die Pumpe habe ich gemacht. Hier die Pumpe habe ich gemacht. Pumpe das Wasser ab und den Weg frei zu machen. Ich, ich hoffe das, ich hoffe das stimmt jetzt. Äh, wie komme ich nochmal in die Central Chamber? Ich hab's vergessen. Gar nicht drauf geguckt. Komm schon. Äh, hier, über beide. Aber ich geh mal durch die vier durch und dann in die zwei. Richtig? Also, halb steif macht Musik. Muss ich mal angucken, kenn ich noch gar nicht. Hier sind wir in der East Chamber. Und jetzt gehen wir ganz schnell in die West Chamber. Und zwar hier durch. Zack. Jetzt wird's spannend. Ja, das Wasser ist weg. Wo geht immer die Treppe runter? Da hinten, ne? Oder wo? Fuck, wie komme ich denn hier runter? Oh, ich hab schon wieder was übersehen. Das gibt's doch gar nicht. Hier? Achso, in der Dingsbums, in der Geisterwelt. Ich guck die ganze Zeit auf die reale Welt. Ich check's nicht, Leute. Wo komm ich denn da runter? Über die Pumpen, ne? Also wieder über die anderen Räume. Oh, Mann. Das ist das Spiel. Das fordert mich hier zum Schluss. Die einfachsten Rätsel. Und ganz zum Schluss haut es mir diese blöde Pumpengeschichte um die. Hier. Hier. Ne, hier ist ja wieder Wasser dran. Alter, ich werd' bescheuert. Hier? Da! Jetzt! Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Lass mich nochmal schnell aufladen. Guck mal, Leute, in diesem Raum waren wir noch nicht. Hier. Schau mal. Die Tür ist jetzt auf. Was stand da? Warte, ich muss mal zurück. Was stand da oben? Was steht da? Central East Chamber. Oh, jetzt bin ich wieder in der. Ey, ich bin maximal verwirrt gerade. Ey, ohne Scheiß. Die war aber leer. Ne. Hä? Okay, ich muss eine wieder komplett leer pumpen. Oh, Mann. Ich werd' bescheuert. Das ist doch nur eine Verzögerung des Finales. Ey, wenn das Finale nicht passt, dann schreib' ich an Red Barrel. Oder wie heißt der Publisher hier? Wie heißen die? Puzzis. Entschuldigung. Ach, Mann. Ich hab' vergessen, wie man in den Kontrollraum... Ich werd' bescheuert. Ich weiß nicht, wie man in den Kontrollraum kommt. Ich hab' keinen Orientierungssinn. Null. Ach nee, jetzt muss ich den langen Weg zurück. 20 Hours later. Das ist, weil ich keine Map hab'. Ich hab' wirklich keine Ahnung, wo ich bin. Und dann auch noch mit so einer Kameraeinstellung. Also, ich muss einen Raum leer pumpen, richtig? Ja, dann muss ich ja die alle wieder rüber schicken. Was? Ne, kapier' ich nicht. Der Water Tank ist schon voll. Der ist halb voll. Dann schicken wir den hier rüber, okay? Ich brauch' hier den Central Chamber gar nicht. Hier. Richtig? Jetzt ist der West Chamber leer und jetzt komm' ich in die Central Chamber. Right? Falsch, andersrum. What the fuck? Ich kapier' das nicht. Ich kapier' nichts. Wieso denn nur halb voll? Alle in die West Chamber. Wieso denn? Ach, komm' ich nur über die East Chamber runter? Ich komm' doch über beide in die Central Chamber. Das funktioniert doch, was ich hier gemacht hab'. Hier. Ich geh' jetzt in die West Chamber. Die ist leer. Und über die West Chamber komme ich in die Central Chamber. Warum muss es die East Chamber sein? Wieso denn andersrum? Wollte mich verarschen. Wieso denn in West? Wieso denn in West? Nee, ich lauf' jetzt nicht zweimal. Warum? Ich will jetzt mit euch diskutieren. Warum? Ich kann doch über die East Chamber auch in die Central Chamber. Weil du nur von rechts runter kommst. Das stimmt doch gar nicht. Guckt euch doch mal diese Map an. Ich geh' hier runter. Die ist leer. Und da ist doch eine Tür. Seht ihr das? Da ist doch eine Verbindung. 100 Kilometer längerer Weg. Okay. Gut. Nein, nein, ist okay. Ihr habt vollkommen recht. Es ist ein längerer Weg. Ja, das stimmt. Kein Problem. Nein, ihr habt recht. Es ist ein längerer Weg. Nur wahrscheinlich dauert es genauso lang. Diese blöde... So blöd. Das ist so... Sorry, aber dieser Part im Game ist der übelste. Es ist einfach nur eine Zeitverzögerung. Damit die Publisher sagen können... Ey, es ist ein 11 Stunden Gameplay und nicht 10,5. Okay. Ja, aber Moment mal, Leute. Es wär' auch andersrum gegangen. Es ist mir wurscht. Wir diskutieren nicht. Es geht jetzt hier weiter im Text. Es geht jetzt weiter im Text. Und gut ist... Der Chat hat recht. Ihr habt heute zweimal mir den Arsch gerettet. So, jetzt kommt dieses Kackmonster. Jetzt bin ich in der Central Chamber, right? Hier komme ich eigentlich runter. Weiß das einer? Was ist denn das für ein Raum? Achso, ich bin schon aufgeladen. Hier komme ich... Boah, ich will eine fucking Map haben, ey. Ich raffe überhaupt nichts. So, ob ich mir das merken kann, wo was runtergeht. Ich meine, wie kann man nur... Wie kann man nur irgendwelche Tanks so unübersichtlich platzieren, dass keine Sau weiß... Kein Wunder ist dieser Bunker untergegangen. Keine Sau weiß, wo was ist. Die Russen haben es auch nicht kapiert. Die haben sich da so einen Nagel... Dimitri, wie komme ich in die... Central Chamber? Du musst die West Chamber abpumpen. Warum muss ich die West Chamber abpumpen? Ich kann auch die East Chamber abpumpen. Nein, Dimitri, du hast keine Ahnung. Ja, aber Moment mal. Ja, aber ich hab... Aber hier auf dem Plan steht... Hat's gespeichert, Leute? Ich hoffe, es hat gespeichert. Weil ich will diese Kartenkacke nicht nochmal machen. Lass sie sehen. Lass sie wissen. Lass sie wissen. Lass sie fühlen. Lass sie fühlen. Lass sie fühlen. Das ist doch geil, wie sie in die Kamera guckt. Do I have to deal with this, Idiot? Da ist einer irgendwie, was ich hier machen muss. Kann ich mich verstecken hinter diesen Sandsecken? Nein! Nein! Äh... Ich spiel das Spiel nicht nochmal weiter, wenn ich diese Kackpumpennummer nochmal machen muss. Das sag ich euch gleich. Wie heißen die Publisher jetzt? Weiß das irgendeiner? Weh, ich fang nicht von dort an. Ich schmeiß den Controller, ich vibrier euch das Ding um die Ohren. Ich warne euch. Ich warne euch. Sehr gut. Ich habe euch bedroht und ich hatte... Seht ihr, Leute? Es bringt manchmal was, mit Drohungen weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Dude machen muss. Soll ich hier rüber durch diese Tür? Aber in real life komme ich da nicht rüber, ne? Das heißt, ich muss in der Geisterwelt darüber oder what the fuck? Schön abgestürzt. Mh. Was hab ich jetzt? Was hab ich jetzt? Was hab ich jetzt? Hä? Ich check überhaupt nichts, Leute. Nein, komm weg! Komm weg! Komm weg! Komm weg! Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab irgendwelche beschissenen Tassen gedrückt. Leute, auch jemand, der lost ist, kann in seiner Lostigkeit... Ist er tot? Kann ich kurz zurück oder werde ich getötet? Ha! Ha! Kann ich mal kurz Applaus haben? Wann mal ganz kurz. Das machen wir mal richtig so. Wann mal ganz kurz. Wir machen noch mehr. 3, 2, 1, let's go! Komm Leute, ein bisschen mehr ernst, ja? Ernsthaftigkeit, ja? Ich hab keine Ahnung, what the fuck I did. Ich weiß es nicht. Ich war in der Geisterwelt, dann hat er mich geschnappt, dann hab ich B gedrückt und war wieder in der realen Welt und in der realen Welt hab ich diesen Kack hier angemacht und dann hab ich ihn elektrifiziert. Ah! Das ist alles nur wegen meiner Pro-Gamer-Skills. Hä? Da guckt ihr, hä? Hab ich gedacht, oh, der Kerl schafft das nie. Ja? Hab ich auch gedacht. Aber manchmal wächst man über sich selbst. Die kommt nicht weiter. Leute. Ich wollt grad sagen, manchmal wächst man über sich selbst hinaus, aber ich komm nicht weiter in diesem Spiel. Fuck, ich dachte ich wär so weit und jetzt... ist es ein Bug. Was ist denn hier los? So, ab jetzt beginnt das Hauptspiel. Glaubt ihr, das war das Tutorial? Also der Schlund ist tot. Der ist rüber zu eins und eins. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir keine Antworten kriegen, rast dich aus. War schon wieder ein Stromgenerator. Fuck off. Hier da, ich schalte ihn ein. Hier da. Ah. X off. C. Und mit D. Fuckin... Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ach, Mann. Nimm doch den Bolzenschneider. Der hat genug Saft. Komm, mach den Bolzenschneider. Ich hab das bei MacGyver gesehen. Der Bolzenschneider ist... Boah, das Spielen. Ich will jetzt die Antworten haben. Was... Wer ist... Warum? Und du? Ultra Instinkt aktiviert. So viel weiß ich, glaub ich zu wissen, die Mächte kommen vom selben Ort. Aber sie können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Sie scheint dann bei den Orten zu existieren. Sie scheint dann bei den Orten zu existieren. Als ob ihr Geist zwei Körper gleichzeitig bewohnen kann. Ah, Moment mal. Sänger und Sängerin machen noch immer so. Was sie mit ihr an einem Ort geschieht, fühlt sich auf den anderen aus. Sie sieht die Grenze zwischen den Orten. Oder sind sie ein und derselbe? Leute, ich kann auch schlimmer, ne? Nicht die Ohren zu halten, nicht die Ohren zu halten. Das ist, wenn die Beschneidung bei Türken schief gelaufen ist. Dann hast du so ne Stimme. Die... 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 Ach Leute, wir haben es fast geschafft. Ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube auch. Deine Exe stoppt working. Hier, Nazi-Buch. Ich sehe es von hier. Nein, oh, sorry. Ich habe echt gedacht, das wäre so ein... Ist egal. Vergiss es. Es ist spät. Ich weiß, das war so ein Schmetterling. Nazi-Buch. Das war so einer meiner Favoriten. Okay, sorry. Ich habe... Okay, ich bin drüber. Offiziell. Was bin ich in Ruhe? Ich habe jetzt wirklich gedacht, ich finde irgendwelche alten Nazi-Dokumente, die mir erklären, vielleicht bin ich nur ein Experiment. Vielleicht ist Thomas ein Experiment der Nazis und dann sind wir wieder bei Outlast. Ups, hier ist noch was. Eine Sicherung. Wetten? Die bekannte Reichsmotte. Diese Grimm, der war sehr gut, der Witz. Wenn du so weitermachst, stelle ich dich ein als Cutter. Das war ein Witz. Warum? Sich kann niemand ersetzen. Nur bei Subs vorlesen könntest du ein bisschen mehr Begeisterung zeigen. Wo ist die verkackte Sicherung jetzt? Komm schon. Warum ist hier Schluss? Normalerweise ist das, was du brauchst, direkt um die Ecke. Was ist denn mit dem Spiel los? Am Ende versucht es irgendwie challenging zu werden, oder was? Komm schon. Ich habe keine Zeit. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Achso, das Ding ist aufgegangen. Seit wann ist das Ding aufgegangen? Boah, ich liebe das, dass das Spiel einfach so, weißt du? Na, ist zu. Ne, jetzt ist es auf. Warum? Ja, weiß ich nicht. Damit du weiterkommst. Ja, aber es war doch eben zu. Ja, aber jetzt ist es auf. Ja, warum? Ja, weiß ich nicht. Geht's hier rein? Ne. Schmetterling, deutsche Bomber. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Keine Ahnung. Ich habe mich ver-ver-versehen. Verirrt. Da ist die verdammte Sicherung. Oh, ja. Will ich sie nicht rausnehmen sollen? Jetzt ist... Was ist hier? Was ist das hier? Innen. Jetzt kommt wieder Schlund. Erstmal eine Runde duschen. Guck mal, Leute. Direkt unter dem Wasser. Schön, mein Schatz. Ich dusche mich mit Wasser. Schön Wasser. Ein bisschen kalt, aber gut. Es soll sich mit der Lotion einreiben. Was war das? Roter Drache, ne? Schweigende Lämmer. Sorry. Ach, ich hätte das anders beantworten sollen. Von dem Film. Was hört man, wenn man in einen Döner hineinhört? Schmeinke Lämmer. Salz. Wer hätte gedacht, dass das so einfach ist. Ein bisschen Alchemie etwas, Spiritualität ist alles. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal, der Raum ist breit und er funktioniert. Er funktioniert wirklich zum ersten Mal. Ich kann nicht ganz allein sein. Das ist so verdammt schön. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht, mein Schatz. Das war Lilies Raum. Aber ihr habt recht, dass es wirklich ist, reibe sich die Haut mit der Lotion ein, ne? Wenn ich nicht jetzt bald antworten kriege. Das war Lilies Zimmer? Ja, das hatte ich schon, ne? Das hatte ich noch nicht. Okay. Okay. Ich erinnere mich, in diesem Ort geschlossen zu sein. Du hast eine Niedel in deinen Arm gelegt, Tag in, Tag aus. Du wirst nicht das, Lilly. Wieder mit dem Salz. Der ganze Raum ist mit dem. Das ist so toll, super. Ich glaube, der Herr Jan ist halb Holländer geworden, der wollte in eine Tür reingehen. Das ist unglaublich. Warum ist hier um viertel acht eins... Komm, wir machen die Sicherung wieder rein, vielleicht kann ich ein bisschen Licht, nein. Merkt ihr das, wenn man müde wird? Ich werde dann zum Holländer. Das ist toll, super. Eine Sicherung hat er rausgedreht. Jetzt kann ich die andere Sicherung reindrehen. Das ist unglaublich. 40 Jahre habe ich gewartet auf eine Sicherung. Ich habe gesucht, ich habe nichts gefunden. Das war ein toller Bunker. Ich bin in den Bunker gegangen, aber ich sage, ich werde eine Sicherung. Aber der Bunker gesagt, das ist nicht mein Problem. Ich sage, was ist jetzt schon gesucht? Kommt der goldene Schuss. Okay, sorry Leute, ich bin offiziell kaputt. So, machen Sie das da rein. Das da rein? Bitteschön. On. Vincent de On Frurido. Ah, shit. Too much power. Hauptsache die Sicherung ist noch drin. Okay. Ach so, es ist wieder ein Spiel. Ja, nee, ich verstehe. Kein Problem. Ha! Let there be light. Wisst ihr Leute, wenn ich müde werde, werde ich besser. Ah! Ist der Be light, mein Schatz? Waren wir schon hier drin? Nee, da sind wir hergekommen, oder? Hey, der Raum ist neu! Ich mag ihre Stimme, sie hat eine sehr schöne Stimme, die Marianne. Oh nein, schon wieder ein Kackspiegel. Muss ich da rein? Ich will nicht da rein. Lass mich ein Buch. Boah, Leute. Ich... Ich will endlich... Hey, das ist der Tisch, an dem sie im Prolog gesessen hat. Ich kann mich erinnern, das ist der... Das ist der... Das ist doch der Tisch, an dem sie am... 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 Am Prolog gesessen... Es soll es auf holländisch... Ist doch der Tisch, an dem sie gesessen hat, hä? Kann doch sein, dass das Spiel hier aufhört, wo sie angefangen hat. Ist unglaublich. Hier ist eine. 40 Jahre, wie weiter auf diese spielen. Es wirkt sich alles zusammen. Der Synchronsprecher von The Maw, also der Schlund, heißt Troy Baker. Was hat er denn noch gemacht? Hat Troy Baker zufällig bei Herr der Ringe den gesamten Saurons gespielt? Weil ich muss immer an diese Stimme denken. Ihr wisst doch, ne? Sauron. Oder reden wir über dasselbe? Oder war es The Maw? Ich weiß es selber nicht. Mann, Kai, du wirst nicht müde. Doch, doch, ich bin der Hundemüde. Merkt ihr das nicht? Hier. Ein anderer. Ich bin total durch. Ich kann nicht mehr... Ich gehe jetzt mit der Runde pinkeln. Ach, geht nicht. Ich bin ein Mann. Äh, eine Frau. Oh Gott. Sogar den Gag habe ich verloren. Seht ihr? Ich werde müde. Was steht hier auf diesem... Schild? Bode. Strobot nichts. Nicht drüber. Erstmal Wäsche waschen. Wir kriegen bestimmt ein paar Nachrichten jetzt. Sag was in die Box. Möchtest du, dass ich gehe? Oh Leute, wir sind vor einem Vorhang. Scheiße, Leute. Tut mir leid, ich konnte es nicht auflösen. Cringe-RTL-Niveau. Ja, du bist ja auch auf dem Boomer-Cringe-Kanal gelandet. Das ist nicht gecheckt. Boomer-Cringe. No Front. No Hate. Kappa-Kanal. Ach komm, ich mag die Musik. Komm, die Musik ist nice. Sie hätte mich heute beinahe gesehen, mich gespürt. Was? Ich hätte es wissen müssen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss Abstand halten. Durchgestrichene. Es ist nur durchgestrichene. Kein Tag vergeht, wie ich nicht an sie denke. Ich glaube, ich weiß, dass es das Richtige war, sie im Krankenhaus zu lassen. Es ist besser so. Es geht ihr besser so. Aber ich denke ständig an den Tag, an dem es endlich soweit ist, an dem sie entdeckt, was sie wirklich ist. Sie wird verwirrt sein. Das stimmt. Das hat das Spiel erreicht. Angst haben. Ich sollte für sie da sein, damit sie alle das versteht. Just like her mother. Also das ist Thomas Zimmer, richtig? Oder? Der letzte Abschied. Jack Orkan. Könnt ihr euch die Telefone bemerken? 12 6 4 4 6. Ich glaube, ich muss da gleich anrufen. Ja, Thomas. Ich mag die Musik. Sagt YMCA was wegen der Musik? Was meinst du, Jerome? Werde ich gestriked am Ende? Verlege ich meinen ganzen Twitch-Kanal nur, weil ich das Spiel geschafft habe? Das wäre hart, oder? Und zwar noch bevor ich das zu Ende spielen kann. Hypothese. Nach einem dramatischen Erlebnis kann sich die Seele in zwei getrennte Einheiten ausspalten. Diese Einheiten können einander wohlgesinnt bleiben oder sich feindlich gegenüberstehen. Also bei Marianne waren sie freundlich und ich glaube bei Thomas waren sie ja ein bisschen zickig, ne? Zerstört man die eine Hälfte, ohne die andere zu verletzen. Wieso ist es doch cool, in zwei Welten zu leben? Das wünschen sich doch viele. Seht ihr hier irgendwas? Hier bin ich, Marianne. Hier ist... Schlund. Hier ist diese Schizophrenie rechts. Der Song hört auch nicht auf, ne? Weißt du was Fieses? Wenn jetzt Leute gerade zugeschaltet haben und das Ende des Spiels mitkriegen, ohne meine harte Arbeit von 10 Stunden! Das ist Voldemort. Ich mag das Lied. Ich glaube, ich geh zum Spiegel zurück, oder? Das ist ja Lilis Zimmer hier. Oder? Gab's da irgendwas noch zu holen? Komm, wir gucken mal schnell. Das ist Lilis Zimmer. Ich glaube, da gibt's nichts. Ja. Ja. Der Strom hat irgendwie nichts ausgesetzt. Ich liebe Kamera wechseln, wenn ich immer gegen so eine Tür knalle. Ne, hier, ne? Das hier war's. Und jetzt noch da. Ne! Nicht zu weit gelaufen? Ne, hier. Fuck. An dem Tisch sitze ich, glaube ich, am Ende wieder, habe ich das Gefühl. Ich wollte... Huch! Hier waren wir noch gar... Doch. Ne, das haben wir noch nicht gelesen, richtig? Es ist still, nur ich und sie, nur ich und sie. Es fühlt sich seltsam an, nur auf eine gute... Soll ich singen? Singen oder rappen, Leute? Bitte nicht. Normal einfach. Tanzen, beides. Nein, komm. Ich lass euch jetzt mal... Ist es still? Es ist nur sie und ich? Nein, ich und sie. Ich fühl sich seltsam an, auch an einer guten Art. Wie sein sollte, ich genieße das Beste, solange es geht. Ich habe bereits nämlich begonnen, die Wechsel in ein Hotel zu verlegen. Wenn etwas passiert, will ich nicht, dass es in ihrer Nähe ist. Ich gehe bald hinein, um ihn zurückzuholen. Das kann nur eins von zwei Ende nehmen. Entweder kommen wir beide zurück oder niemand von uns. Verstehst du? Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Gut, weil ich habe das nie kapiert. 40 Jahre, ich spiele dieses Spiel. Ich habe nicht einmal kapiert, worum es geht. Oh, Leute. Nein! Hör auf abzustürzen! Oh, ich darf gerade schocken. Ich habe nicht mehr kapiert, worum es geht. Es ist... Es ist... Du... Du bist lebendig. Thomas? In... eine Art... Ja. Warte. Du bist der andere. Der Spirit. Aber der Hound... Ich dachte, du bist weg. Weg weg? Nein... Nein... Ich bin... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Jahre in... Henry's... ...fucked-up-world. Wenn du... ihn weggebracht hast... Ich konnte... Ich konnte... endlich... ...brennen. Das ist... ... warum du so wichtig bist. Du... ... kannst du das. Wo ist er? Wo ist mein Vater? Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich fühle... ... diese Presence. Ich bin weg für so lange. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Amen. It all starts with a dead girl. What about Lily? Did my father... No, he couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there... It only exists in one world. It keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It was the only place he could feel normal. Separated from his powers. From me. Came in handy. Once Lily became... Unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. I guess everyone's in the family. When Richard... When Richard hurt her... It woke... Something inside her. Something... Something terrible. It was only a matter of time before I got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's... That's... Why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You don't know where. The lake. It's coming. Time for you to go. I'll hold it all for as long as I can. I'm not leaving you! You can't only save everyone. Butterfly. Trust me. I know. And... I'm sorry. I know. I know. I know. I'm sorry. Ah! I know. It's not over again. Stay tuned. Und? Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist die Szene. Ah. Okay, das stimmt. Das haben wir noch gar nicht gelöst. Was auf dem Steg passiert ist. Right? Hm. Lauf gleich ein. Ja, dann bleib doch dran. Das ist doch super. Es haben sehr viele Leute Probleme damit einzuschlafen. Wenn du dran bleibst, pennst du ein und bist morgens frisch. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich dachte, das ist ein Film. Wie kommt es, dass der Vater und der Geist der Thomas verschiedene Personen zu sein scheinen? Auf dem einen Zettel stand doch, dass sie sich manchmal vertragen und manchmal nicht. Es sind dieselben Personen, aber irgendwie mochte der Thomas nicht seine Gabe anscheinend. Der mochte sein Geister-Ich nicht. Der wollte ja im Bunker ohne sein Geister-Ich sein. What? Jetzt kommt die Stegszene. Oder? Ich mag diese epischen Cut-Szenen und dieses epische Ende. Und ich finde die Musikuntermalung super. Ich finde einen Weg an den See. Gab auch nur einen. Na, wie habe ich das gemacht? Da sind wir. Das ist Lilly. Leute, darauf haben wir elf Stunden, zwölf Stunden hingespielt. Du hast endlich geschafft. Lilly, ich habe dich erwartet, kleine Schäuze. Lilly, ich... Guck nicht in den Chat, ihr seid so albern. Nießt doch mal das Ende. Der Tag, als der Feuer in unserer Haus wurde, habe ich einen Bezug gemacht. Die Partie meiner Säule, die verletzt wurde, wurde verletzt. Lüse. Du meinst, der Monster? Aber warum? Um dich zu retten? Das hat uns geholfen, aber in der Rückkehr ich musste es frei sein. Frei sein, um zu spüren, um zu zerstören, um zu töten. Eine Masak. Ja. Alle diese Menschen sterben, damit wir leben können. Und weil ich lebte, so haben meine Dämonen. Vater wusste, dass meine Macht zu gefährlich waren. Er hat dich im Krankenhaus in der Krankenhaus, damit du ein normales Leben Und was für dich? Er hat er versucht... nicht. Nein. Vielleicht hätte er. Aber er konnte sich nicht bringen, um es zu tun. zu tun. Insofern... er hat mich entfernt. aber er hat nur geholfen, aber er hat nur geholfen, die Inevitäre. er hat nur geholfen, 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 die Inevitäre. Aber... nicht. Nein! Du kannst nicht die Inevitäre, während der Inevitäre noch ist. Das ist weshalb du nicht das Geholfen. Das ist weshalb die Schmerzen nicht wollen. Aber... du bist meine Freundin. Das ist es, du bist. Ich... ich... ich bin nicht stark, du... du kannst mich nicht. Ich... nur du kannst enden das. Nur du kannst fixen was unser Vater nicht. Lillianne, ich kann nicht. Bitte, nicht mich zu tun. Es ist die einzige Art, es zu verhindern, es zu verhindern, die Blödsinn. Lillianne? Marianne? Was passiert? Was passiert? Was passiert? was passiert? Man, das ist mir noch mal. Das ist nicht gestrickt. Und sie ausbeschlaut. Nicht die lebe die fast nicht noch schrecklich. Aber es wird Ich bin da. Du bist falsch. Es gibt einen anderen Weg. Marianne. Nein! Was ist sie? Es verändert uns nicht. Es ist wie du sagst. Ich bin die einzige Chance. Ich bin nicht. Du brauchst mich. Ich bin ein Mittel, für dich zu unterstützen. Die anderen? Sie haben nur so lange gedauert, bevor du sie verletzt hast. Marianne, bitte. Ich will nicht das. Vielleicht ist es nicht deine Wahl. Vielleicht ist es meine Geschichte. Nein! Das nicht! Bitte, Frau. Schöne mich, frei. Nein! Bleib zurück! Bleib zurück! Bleib zurück! All has to be. Es muss sein. Es muss sein. Es muss sein. Du kannst dich nicht stoppen. Willi, wenn du das fertig bist. Nur du kannst enden. Du kannst nur schützen, du kannst. Du kannst nicht schützen. Ich bin eine Elsa. Ich bin dein Vater, nicht nur ein Fortunter. luper team passt es auch dass wir endlich mal das team gefunden blubber team respect geiles spiel wenn ich nur empfehlen kundlich zum abspann hier leute am dienstag oder mittwoch je nachdem wann jerome heute ins bett kommt gibt es den uncut edit frisch auf den tisch was in das 11 12 stunden machen aber ich habe mich ein paar mal verirrt ich bin echt angetan vom spiel ich kann es nur empfehlen polnische spiel ja sieht danach aus zwölf stunden zwölf stunden uncut wie viele leute hinter so im spiel stecken oder hinter einem spiel stehen in einem spiel stecken und hinter einem stehen was soll es ist viertel vor zwei was meint ihr ich tippe auf sie hat sich selbst geschossen sie ist einfach eine zu gute seele ich glaube nicht dass sie lily erschossen hat was du denkst gut diese der schlund braucht einen wirt um in der materiellen welt zu leben das ist korrekt marian wollte lily retten und ihr ein leben ermöglichen was er nicht hat also der schlund konnte mit lily nicht mehr viel anfangen hat er gesagt er braucht er braucht was neues und wenn dann quasi der neue host sich selber zerstört im fall von marian marian geht der schlund auch nicht mehr in lily zurück das ist das was ich glaube ich bin die ganze production welt des spiels finde ich richtig gut was spielst du jetzt schlaf simulatoren aber komm das spiel hat es verdient dass wir uns den abspann wie viele leute anders als bei phasmophobie oder ich glaube der abspann bei phasmophobie ist sehr kurz so ein dud so krass wie viele leute an diesem spiel gearbeitet haben ich brauche meine milch und meine kekse ich muss meine zähne rausnehmen leute viele independent studios die für spiele gebucht werden hier ist die musik also das lied im bunker das war richtig geil das hat mir richtig gut gefallen wo die beiden gesungen haben das war echt der hammer ich glaube ich habe gelesen dass die 2012 mit der planung angefangen haben richtig also acht jahre stecken da drin und keine ahnung wie viel und hier noch mehr die zocker nationen polen einige einige geile sachen sind daher gekommen aus diesem land respekt abschauen wie ein kinofilm ja leute manche spiele haben ja schon eine production value wie ein kinofilm ich fand das spiel richtig ich kann es empfehlen ich meine klar wenn es mit mir geguckt habt ist es jetzt für euch witzlos aber ich hatte richtig ich muss das unbedingt zu händen spielen das bedeutet habe es gesuchtet gut leute das ganze land war im spiel beteiligt medium ist unser bisher größtes ambitioniertes spiel der titel ist uns wichtig ein persönliches projekt das über jahre in der entwicklung war wir haben sich viel herzlos hineingesteckt und nehmen viele tolle erinnern aus der entwicklungszeit mit so tolles auch ist ein spiel zu erschaffen wenn wir das tun was wir lieben haben wir immer eine person im hinterkopf gehabt ich mein lieber kaya oh krass wo wussten die medium deine meinung sind sehr wichtig deswegen würde ich gerne dass du so ein medium hältst ja klar aber wenn ich jetzt auf meinungen abgebe dann komme ich in die xbox app oder was soll man später machen was sollst du jetzt nicht jetzt die meinung abgeben dann später später oder ich mache das später mach später und guck ob was kommt meint ihr kommt es kommt noch was oh shit ihr habt recht vielleicht hätte ich das spiel verlassen oh nice auf jeden Fall i'm gonna rate you very high blooper it's gonna be fine i'm gonna rate you it's all gonna be good hendry what a thomas all right leute das war's all right 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 all right